Living with Luna Kapitel 1 Sonntagmorgen Es klingelt. Ich gehe nicht dran. Wer auch immer Sonntagmorgens um 8 Uhr an der Tür klingelt, kann froh sein, wenn ich ihn nicht eigenhändig erwürge. So etwas würde ich natürlich nie machen. Dafür müsste ich zunächst einmal aufstehen. Sonntagmorgen um 8 Uhr wohlbemerkt. Es klingelt wieder. Ich wälze mich verzweifelt auf die Seite und hoffe, dass der penetrante Klingler bald nachgibt. Es klingelt. Diesmal pausenlos. Nachdem an Schlafen nicht mehr zu denken ist, raffe ich mich auf und gehe an die Tür. Bereit, einem Vertreter der Christengemeinde oder sonst jemanden in Grund und Boden zu brüllen. Hallöchen! Ich kneife die Augen zusammen, zähle bis 5 und mache sie wieder auf. Äh, alles in Ordnung? Eine gute Frage. Vor meiner Tür steht ein dunkelblaues Einhorn mit blauer Mähne und Flügeln und fragt mich, ob alles in Ordnung ist. Meine spontane Antwort darauf wäre Nein. Ich bin Luna. Äh, hi? Kann ich reinkommen? Da ich mir nicht sicher bin, ob ich noch träume, kann es mir ja im Grunde genommen egal sein, oder? Äh, äh, klar. Warum nicht? Ich trete zur Seite und mache den Weg frei. Danke. Sagt Luna und betritt meine Wohnung, kritisch in jeden Winkel schauend. Nett hier. Äh, dankeschön? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass du einen Mitbewohner suchst. Sagt sie und springt auf meinen Sofa. Eine Mitbewohnerin? Mitbewohnerin? Ich? Das wäre mir neu. Ähm, ich glaube, da irrst du dich. Ich suche gar keinen Mitbewohner. Sie sieht mich an. Machst du das öfter? Was? Jeden Satz mit Ä beginnen. Bist du zurückgeblieben oder so? Was? Rede ich vielleicht Chinesisch? You no speak German? Sorry, aber mir fällt augenblicklich nichts ein. Daher stammle ich einfach. Du bist ein Pony. Eine Pause entsteht und Luna mustert mich von oben bis unten. Scheinbar versucht sie herauszufinden, ob ich nicht doch zurückgeblieben bin. Tss, mach dich nicht lächerlich. Sagt sie, nachdem sie mich eingehend in Augenschein genommen hat. Und ich bin auch kein Einhorn, klar? Ich bin ein Alicorn. Halb Einhorn, halb Pegasus. Äh, natürlich. Klar, klar. Murmel ich, als wäre es das Normalste von der Welt, dass ein blaues Alicorn auf meinem Sofa sitzt und behauptet, ich würde eine Mitbewohnerin suchen. Bett habe ich keins, aber ich gebe mich mit dem Sofa hier zufrieden. Sagt Luna und streckt sich. Mhh, scheint er ganz bequem zu sein. Sorry, aber ich suche überhaupt keinen Mitbewohner. Ich habe gerade genug Platz, um mein eigenes Zeug in der Wohnung unterzubringen. Und ehrlich gesagt glaube ich kaum, dass ich einfach so ein blaues Einhorn... Alicorn! Pardon, Alicorn bei mir wohnen lassen kann. Schon klar. Wäre ja auch nicht für lange. Nur für ein paar Tage oder so. Nein. Och, komm schon. Nein. Bitte! Nein! Bitte, 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 bitte! Eine Pause entsteht. Ich hole tief Luft. Ah, so gut von mir aus. Ach, vielen Dank! Ruft Luna und schlingt ihre Vorderläufe um meinen Hals, wobei sie mich beinahe mit ihrem Horn erdolcht. So langsam beschleicht mich der Verdacht, Opfer irgendeines ausgeklügelten Schachzugs geworden zu sein. Kapitel 2 Industrial und Spiegeleier Am nächsten Morgen werde ich von dezenter Musik geweckt. Da fiel mir von dem Kutz, der von der Decke auf mich mal abdröcke. Als ich mich einigermaßen an die Lautstärke gewöhnt habe, die einem Live-Konzert von Metallica nicht unähnlich ist, stürme ich ins Wohnzimmer. Wo Luna gerade fröhlich im Takt von Centrongs Song, Takt auf den Deich auf und Acht aufs. Morgen! bleibt sie, wobei sie nur um Haare greift, den Song in den Stift nimmt. Hast du ein paar klasse Platten hier? Ich kämpfe mich durch ungestützte Regale bis zu meiner Anlage durch und drehe sie leise an. Zumindest hört der Boden jetzt auf zu beben. Es ist 7 Uhr morgens, Luna. Was um alles in der Welt fällt dir ein, einen solchen Höllenlärm zu veranstalten? Luna dreht die Musik wieder auf und sieht mich enttäuscht an. Dass jemand mit einer derart krassen Anlage so uncool sein kann. Ich wollte mich bedanken, dass ich bei dir wohnen darf und habe dir Frühstück gemacht. Und ich dachte mir, dass ich dich so eben am ehesten wach bekomme. Du hast Frühstück gemacht? Ja, Spiegelei und... Oh Gott, die Eier! ruft Luna und galoppiert in die Küche. Oh verdammt, hast du ein Feuerlöscher im Haus? Was? Nachdem der Brand gelöscht und das Regal im Wohnzimmer wieder aufgestellt ist, fange ich an, den Frühstückstisch zu decken. Luna hingegen durchstübert währenddessen das Regal unter meinem Fernsehtisch. Call of Duty? Assassin's Creed? Silent Hill? Murmelt sie, während sie ein Playstation 3 Spiel nach dem anderen aus meinem Regal zieht. Ähm, was genau machst du da? Siehst du doch, ich schaue mir deine Spiele-Sammlung durch. Würde es dir etwas ausmachen, das für eine Weile zu unterbrechen, damit wir essen können? Sie lässt die Spieler wieder in mein Regal schweben und setzt sich auf den Stuhl, auf den ich gerade Platz nehmen wollte. Äh, ach egal. Fängst du jetzt schon wieder mit diesem dämlichen Äh an? Vergiss es einfach. Hm, sag mal, musst du nicht arbeiten? Hab heut frei. Ah, so, so. Und was arbeitest du denn? Fragt Luna, während sie sich ein Brötchen auf den Teller gleiten lässt. Altenpfleger, ich arbeite oft die Wochenenden durch. Daher kriege ich unter die Woche gelegentlich frei. Mhm. Hm, murmelt Luna, während sie sich gerade Marmelade aufs Brötchen schmiert. Scheinbar hat sie das Interesse an unserer Unterhaltung verloren. Und du? Hä, was? Musst du nicht arbeiten? Luna sieht mich entgeistet an. Ich bin ein Alicorn. Natürlich muss ich nicht arbeiten. Blöde Frage. Und was hast du so vor, den ganzen Tag zu machen? Du hast eine Playstation 3, oder etwa nicht? Äh, ja, hab ich. Na also, Problem gelöst. Du gehst brav arbeiten und ich bleibe zu Hause und verbessere meine COD-Skills. Pass aber auf, dass dich keiner meiner Nachbarn sieht, okay? Wieso das denn? Naja, ich bin mir sicher, dass das einige eher unangenehme Fragen zu beantworten gäbe, wenn irgendjemand ein blaues Einhorn... Alicorn! Oh, verdammt, ist das denn so schwierig? Naja, ich... Pardon. Alicorn sieht, wie es gerade an meiner Playstation spielt. Keine Sorge. Ich verspreche dir, dass mich keiner deiner Nachbarn an... deiner Playstation herumspielen sieht. Musste das jetzt sein? Was denn? Diese provokant obszöne Ausdrucksweise. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Murmelt sie und wendet sich wieder ihrem Marmeladenbrot zu. Das fiese Grinsen auf ihrem Gesicht straft sie jedoch Lügen. Sieh einfach zu, dass du nicht auffällst, okay? Alles klar, versprochen. Danke, Luna. Ach ja, eine Frage noch. Die da wäre... Würdest du dir etwas ausmachen, das Sofa ein wenig vom Fenster wegzurücken? Ich schlafe so schlecht und bei dir zieht es wie Hechtsuppe. Ich seufze, schaue auf mein Brotmesser und überlege, ob ich nicht doch lieber Harakiri begehen soll. Nach längerer Überlegung entscheide ich mich dagegen. Zu viel Aufwand. Kapitel 3 Lasagne und andere Katastrophen Es ist Abend. Ich liege auf dem Sofa und sehe fern, als Luna durch die Tür stürmt. Noch bevor ich mich wundern kann, wo sie herkommt, schnappt sie sich den Controller, marschiert zum Sofa und dringt mich hinunter. Widerspruchslos setze ich mich auf den Boden. Ich habe mich inzwischen in meine Rolle gefügt. Wie bist du hier reingekommen? Mit meinem Schlüssel. Wie sonst? Seit wann hast du einen Schlüssel für mein Haus? Unwichtig. Wo warst du? Ein wenig spazieren. Hat dich jemand gesehen? Nee. Äh, glaube ich jedenfalls. Wo hast du einen Schlüssel für mein Haus her? Das wirst du nicht wissen. Soll ich uns Abendessen machen? Sie unterbricht ihre obligatorische Ballerorgie, um mich ungläubig anzusehen. Ist das dein Ernst? Warum nicht? Kannst du denn überhaupt kochen? Das weiß man nie, ehe man es nicht ausprobiert hat, oder? Hm, klingt gut. Hast du um was Bestimmtes gedacht? Hm, wie wär's mit Spiegeleiern? Einige Zeit später stehen wir in der Küche und beobachten das weiß-gelbe Etwas in der Pfanne, das außerordentlich seltsame Geräusche von sich gibt. Ach, was bitte ist das? Äh, äh, ich bin mir nicht sicher. Sicher, dass das Ei nicht befruchtet war? Ich schüttle nur unsicher den Kopf. Plötzlich beginnt sich etwas in der Pfanne aufzublähen und mit einem lauten Knall zu zerplatzen. Luna wirft sich steinend auf den Boden. Doch für mich kommt jede Hilfe zu spät. Während ich mir den weißen Schmodder aus dem Gesicht zu wischen versuche, tut Luna ihr Bestes, um ihr schadenfohres Lachen und ihren Hustenanfall zu überspielen. Darf ich jetzt aufs Zöne Witze machen? Untersteh dich. Nachdem wir die Sauerei in der Küche so gut es geht beseitigt haben und sämtliche Fenster weit aufgerissen haben, sitzt Luna wieder auf dem Sofa, während ich nach dem Telefonbuch krame. Was hältst du davon, wenn wir uns eine Pizza bringen lassen? Das klingt gut, aber ich hätte dann noch eine Frage. Okay, nur zu. Wovon hast du dich bei deinen Kochkünsten denn bislang ernährt? Tiefkühlpizzen. Wird das nicht irgendwann langweilig? In dem Fall steige ich einfach auf Fertiglasagne um. Doch nicht etwa die von Lidl. Eine lange Pause entsteht. Ich sehe schuldbewusst zu Boden. Du Monster! Ich wusste ja nicht, dass da Pferde drin sind. Ja klar, und Judas wusste nicht, dass die Römer den armen Jesus ans Kreuz nageln wollten, ha? Ich kann doch nur sagen, dass es mir leid tut, stammle ich und bin den Tränen nahe. Das sollte es auch! Zwischen uns entsteht eine weitere Pause beleidigendes Schweigens. Würdest du mir verzeihen, wenn ich dich noch etwas länger bei mir wohnen lasse? Luna blickt mich lange nachdenkend an, dann nickt sie. Erleichtert atme ich auf und bestelle zwei extra große Pizzen, ausdrücklich ohne Pferd. Und während ich Luna so ansehe, wie sie mit ihrem zufriedenen Grinsen vor dem Fernseher sitzt, werde ich das Gefühl nicht los, ihr wieder einmal auf den Leim gegangen zu sein. Wir sitzen am Frühstückstisch und hören Radio. Nicht, dass einer von uns auf Radiomusik abfahren würde, aber irgendwie müssen wir uns von den Kopfschmerzen ablenken, für die jeder von uns seinen ganz eigenen Grund hat. Mir dröhnt der Schädel, weil ich heute nach einer stressigen Nachtschicht erst um 5 Uhr nach Haus gekommen bin. Und Luna hat Kopfschmerzen, weil sie, eines gemeinsamen Katers zum Trotz, um 7 Uhr aufgestanden ist, um mich mit tatkräftiger Unterstützung von Gorgoth Song, Synapsenfick, zusammen mit der gesamten Nachbarschaft zu wecken. Und so sitzen wir am Frühstückstisch und schweigen, während uns S&M von Rihanna langsam den letzten Nerv raubt. Ich hasse Radiomusik. Nicht nur du. Ich glaube, die Radiosender verfolgen einen ganz perfiden Plan. Der da wäre? Sie quälen uns so lange mit den neuesten Hits dieser musikalischen Eintagsfliegen, bis wir sie nicht mehr hören können. Und dann können sie wieder Deutschland sucht die Superpfeife ausstrahlen, um die nächste Schmalzlocke zu finden, die für uns ein weiteres, gefühltes Jahrhundert die Ohren vollquäken darf. Klingt einleuchtend. Nicht wahr? Und wer darunter zu leiden? Natürlich wir, die wir uns weigern, uns jeden Tag denselben Müll anhören zu müssen und stattdessen auf CDs und YouTube umsteigen. CDs, für die wir Geld bezahlen müssen und YouTube, das uns mittlerweile auch schon dazu zwingt, uns etliche Werbespots reinzuziehen, ehe wir tatsächlich etwas Anständiges zu hören bekommen. Du sagst es! Und was können wir machen, um kein hartverdientes Geld für CDs auszugeben, ohne uns gleich stundenlang Werbung reinziehen zu müssen? Hm, wir könnten ein Radio hören. Jetzt spielen sie Firework von Katy Perry. Da steht Luna auf, nimmt das Radio vom Küchentisch und wirft es aus dem Fenster. Da wir uns im dritten Stock befinden, dauert es eine Weile, bis das Radio auf der Straße aufschlägt. Dann jedoch ist Ruhe. Abgesehen von den quietschenden Reifen und dem lauten Hupen, scheinbar hat das Radio auf den Weg ins Erdgeschoss eine Windschutzscheibe erwischt. So, sagt Luna abschließend und wirft sich aufs Sofa. Wow, das war konsequent. Es lebe die Anarchie! Ruft Luna und greift nach dem Controller. Gegen Mittag habe ich dann zum 121. Mal bei Mortal Kombat gegen Luna verloren. Und allmählich wird mir langweilig. Los doch, Revanche! Ruft Luna, während sie mich auf dem Bildschirm in einen übergroßen Fleischwolf schubst. Wo zur Hölle hat sie nur die ganzen Fleischwölfe her? Nee, keine Lust mehr. Ich lege den Controller weg. Ach, komm schon! Ich lasse dich auch mal gewinnen. Das hast du vor 120 Runden auch schon gesagt. Ich kann nichts dafür! Du hast es einfach nicht drauf! Hast du Lust rauszugehen? Hm, klar. Gehen wir in den Elektroladen? Wieso? Ich habe all deine Spiele schon durchgespielt und im Online-Modus spielt kaum noch jemand gegen mich. Das muss dich nicht wundern. Es ist quasi dein Lebenszweck, andere Leute in Videospielen fertig zu machen. Na hör mal, ich lasse mich doch nicht einfach so besiegen. Ich habe immerhin auch meinen Stolz. Es ist das erste Mal, dass ich mit Luna nach draußen gehe. Und um ehrlich zu sein, ich habe bislang nicht darüber nachgedacht, wie andere Leute wohl auf sie reagieren würden. Aber ich kann sie ja nicht ewig in meiner Wohnung verstecken. Spätestens wenn der Tierschutz mitkriegt, was ich hier abziehe, bin ich dran. Während ich also mit einem dunkelblauen Alicorn durch die Straßen laufe, starren mich die Leute an wie das achte Weltwunder. Aber keiner spricht uns an, bis sich uns ein Polizist, der sich aufgrund seiner schlecht sitzenden Uniform scheinbar für sehr wichtig hält, in den Weg stellt. Haben Sie denn keine Leine für Ihr Tier? fragt der ahnungslose Ordnungshüter, ehe ich ihn aufhalten kann. Was? Schreit Luna und funkelt den bemitleidenswerten Polizisten böse an. Haben Sie keinen Maulkorb für Ihr übergroßes Mundwerk? Der Polizist starrt erst mich, dann Luna, dann wieder mich an. Dann blinzelt er ein paar Mal, schüttelt den Kopf und marschiert, ohne ein weiteres Wort zu sagen, an uns vorbei. Musste das sein? Ach komm schon, wenn er klug ist, wird er ohnehin die Klappe halten. Oder was glaubst du, was seine Kollegen denken würden, wenn er ihnen erzählt, dass ihnen ein blaues Einhorn mit Flügeln zur Schnecke gemacht hat? Auch wieder wahr. Als wir dann schließlich beim nächsten Elektroladen ankommen, bildet sich rasch eine Menschenmenge um Luna. Einige ziehen ihre Handys aus den Taschen und fotografieren sie, andere fragen mich, wo ich sie herhabe. Kein Kommentar. Ich zeige den nächstbesten Burschen, der mich darüber aufklären will, dass Einhörner für kleine Mädchen sind, den Mittelfinger, und begebe mich in die Abteilung mit den DVDs. Luna holt mich mit einiger Verspätung denn doch noch ein. Oh Mann, die sind ja wie die Asuka, ja. Murmelt sie, als sie noch ein paar besonders hartnäckige Burschen nachlaufen. Wem sagst du das? Willst du irgendeinen speziellen Film? Wenn's geht, einen Film ohne Sexszene. Murmelt Luna und wird rot. Wieso denn das? Naja, stell dir mal vor, du würdest einen Film über Ponys sehen und plötzlich würden die anfangen zu... Okay, gut. Hab's kapiert. Keine Sexszene. Hm, ich sehe, wir verstehen uns. Ich bin dann mal bei den Videospielen. Tschüss! Sieh nur zu, dass du nicht das ganze Regal leer kaufst. Ich werd's versuchen. Okay. Ich sehe mir das Regal noch einmal durch. Dann grinse ich und entscheide mich für Basic Instinct. Einfach, um mich für ihre Weckrufaktion zu rächen. Als ich dann an der Kasse ankomme, hat Luna bereits fünf Spiele an der Kasse gestapelt. Und es gerade im Begriff noch ein sechstes zu holen, als ich sie wortlos zur Kasse schleife. Lass mich los! Ich wollte noch Modern Warfare 2! Das lohnt sich nicht, glaub mir. Der Kassierer sieht Luna mit großen Augen an. Was ist? Wollen Sie meinen Ausweis sehen, oder was? Der Bursche schüttelt rasch den Kopf, während ich einen Lachanfall unterdrücken muss. Hören Sie mal, ich gab's dir doch auch nicht an wie ein Tier im Zoo, oder? Nein, natürlich nicht. Entschuldigen Sie bitte. Stammelt der Kassierer, während er die Spiele über die Kasse zieht. Das macht dann 115,33. Er zahlt, sagt Luna und schiebt mich mit ihrem Kopf vor die Kasse. Ah, super. Murmel ich, während ich mich von der Videospielindustrie schröpfen lasse. Wenn es so weitergeht, muss ich wegen dir noch einen Kredit aufnehmen. Jetzt halt die Klappe und zahl endlich! Als wir dann zu Hause ankommen, lasse ich mich erschöpft aufs Sofa fallen. Ich fühle mich plötzlich um Jahre älter. Und das liegt nicht daran, dass ich aufgrund eines gewissen Ali-Korns nur zwei Stunden Schlaf hatte. Luna wirft die Einkaufstaschen in die Ecke und seufzt. Ah, sowas mache ich nie wieder. Aber immerhin haben wir jetzt wieder was zu essen. Und du bist auch endlich zufrieden, hm? Allerdings. Jetzt war ich immerhin auch mal wieder in der frischen Luft. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich so schnell nirgendwo mehr blicken lassen. Was meinst du? Aber bevor ich irgendwie antworten kann, übermannt mich der Schlaf und ich dämmere weg. Kapitel 5 Der ganz alltägliche Wahnsinn und wie man damit fertig wird Am nächsten Morgen werde ich von der Tür klingel geweckt. Ich stehe ächzend auf und stolpere über einen halbleeren Pizzakarton. Nachdem ich mich einigermaßen gefangen habe, wanke ich weiter und stolper über Luna, die widerwillig vor sich hin bummt. Noch fünf Minuten. Ich fühle mich nicht so gut. Grummelt sie unter ihrem Kissen hervor. Dann endlich habe ich es geschafft, mich bis vor die Tür durchzukämpfen und öffne. Vor der Tür steht ein überdurchschnittlich durchschnittlicher Familienvater und lächelt mich nervös an. Äh, entschuldigen Sie, bitte wohnt hier nicht das blaue Einhorn? Nun wissen Sie, meine Tochter hat es auf der Straße gesehen und... Doch da habe ich ihm bereits die Tür vor der Nase zugeschlagen. Manche Leute haben echt Nerven. Blaue Einhörner, was für ein Blödsinn. Das war schon der fünfte heute. Moment, Luna, während sie versucht aufzustehen. Dabei rutscht sie auf eine leeren Bierflasche aus und landet wieder auf dem Boden. Autsch! Wo kommen bloß die ganzen Flaschen her? Schon der fünfte? Ich habe doch erst einmal aufgemacht. Ja, die letzten vier Mal bin auch ich rangegangen. Im Halbschlaf. Hast du irgendwas Bestimmtes gesagt? Hm, nö. Hab genau wie du gleich die Tür zugeknallt. Sehr gut. Was war gestern Abend bloß los? Gute Frage. Ich weiß nur noch, dass wir uns wieder mal Pizza geholt und Bier getrunken haben. Dann haben wir uns scheinbar für einen spontanen Karaoke-Abend entschieden. Mummelt Luna, während sie das Spiel Singster aus der Playstation 3 zieht und angewidert in den Abfall einmal schweben lässt. Waren ohnehin nur dämliche Popsongs dabei. Jetzt wäre es mir lieber, ich hätte mich an nichts mehr erinnert. Wieso entwickeln die nicht mal einen Singster mit Industrial- und Akkotex-Songs? Es klingelt. Ich gehe ran, sage ich frustriert und marschiere zur Tür. Auf dem Hinweg schnappe ich mir eine leere Bierflasche und schlage sie kräftig gegen die Küchenplatte, dass sie zerbricht. Mit der zerbrochenen Bierflasche in der Hand reiße ich die Tür auf und halte meine improvisierte Waffe dem Klingler entgegen. Was? Der Postbote erbleicht und hält mir wortlos einen Stapel Magazine entgegen. Die waren zu groß für den Briefschlitz. Peinlich berührt, lasse ich die zerbrochene Bierflasche fallen und nehme ihm die Magazine ab. Vielen Dank. Und nichts für ungut, ja? Der immer noch völlig verstärkte Postbote nickt zittrig und sucht schleunigst das Weite. Als ich wieder ins Haus komme, grinst mich Luna an. Na, wer war's? Ich fürchte, ich habe den... Briefträger traumatisiert. Luna kann sich nicht mehr halten und pustet vor Lachen los, wobei sie wieder auf einem Pizzakarton tritt und auf ihrem Hintern landet. Autsch! Ich denke, wir sollten die Schweinerei hier aufräumen. Sieht ja übel aus. Einige Zeit später sitzen Luna und ich vor meinem Notebook. Sieht so aus, als wärst du jetzt eine kleine Berühmtheit, sage ich, während wir uns Amateuraufnahmen von Luna im Einkaufszentrum, im Elektroladen und sogar der Straße ansehen. Ist ja gruselig. Allerdings. Auf keinem davon bin ich drauf. Ist mein Hintern wirklich so dick? Murmelt sie, während sie, durch einige seltsame Verrenkungen versucht, einen Blick auf ihre Flanke zu erhaschen. Ich will gerade etwas Charmantes erwidern, als es erneut an der Tür klingelt. Na toll, hat das jemals auf? Warte hier. Ich habe eine Idee. Ich gehe in die Küche, wo ich eine weiße Schürze auftreibe, die dank meinen Ambitionen nicht zu kochen noch blütend weiß ist. Dann gehe ich zum Kühlschrank, hole die Ketchupflasche und vermische die rote Pampe mit ein wenig Wasser. Die gelungene Kreation verteile ich dann mit großzügigen Spritzern über der Schürze. Dann hole ich das längste Küchenmesser aus dem Regal, das ich finden kann, und tunke es in diese Flüssigkeit. Nachdem ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, verteile ich noch etwas von dem Schmodder auf meinem Gesicht und öffne die Tür. Die große Klinge in der Hand. Was? Äh, tut uns leid, wenn wir stören, aber bei Ihnen wohnt doch dieses blaue Einhorn, oder? stammelt ein 30-Jähriger in Begleitung seiner kleinen Tochter, die aufgrund meiner Aufmachung sofort zu heulen anfängt. Nicht mehr! schreie ich ihm entgegen und knalle die Tür zu. Als ich wieder ins Haus komme, sieht mich Luna grinsend an. Nette Idee. Danke. War ein spontaner Einfall. Wenn wir das noch ein paar Mal abziehen, nervt uns sicher keiner mehr. Ja, aber vielleicht sollte ich noch die Nachbarschaft zu einem kleinen Grillfest einladen und besonders viel Salami auftischen. Nur um sicher zu gehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Weißt du, so nervig es auch ist, wenn ständig irgendwelche Papas mit ihren kleinen Gören an unserer Tür klingeln, hat es auch etwas ungemein witziges, findest du nicht? Du meinst so wie Zeugen Jehovas erschrecken? Ah, so in der Art. Hey, wir könnten ja einen Wettbewerb machen. Wer die meisten Kinder zum Heulen bringt, muss die nächste Pizza bezahlen. Du hast doch ohnehin kein Geld. Ja, daher habe ich ja auch nichts zu verlieren. Ich bin eher dafür. Wer die Wette gewinnt, darf den ganzen darauffolgenden Tag das Fernsehprogramm bestimmen. Okay? Klingt fair. Und wer einen Erwachsenen zum Flennen bringt, kriegt zehn Extrapunkte. Einverstanden. Sage ich feierlich und strecke Luna meine Faust entgegen. Kumpelhaft schlägt sie mit ihrem Huf ein. Das soll doch keiner sagen. In unserer kleinen Wohngemeinschaft herrscht keine Ordnung. Wo sie recht hat, hat sie recht. Und eins muss ich ihr lassen. Hätte sie nicht vor Tagen an meiner Tür geklingelt, wäre mein Alltag garantiert stinkend langweilig verlaufen. Kapitel 6 Osterstimmung Es ist Ostersonntag und ich sitze am Fenster und starre hinaus auf das Schneetreiben. Ich hasse Schnee. Zumindest an Ostern. Plötzlich kommt Luna, fröhlich vor sich hin, summt durch die Tür. Stille Nacht, heilige Nacht. Ich sehe sie entgeistert an. Alles schläft, einsam wacht. Sie bemerkt, dass ich sie mit einer Mischung aus Ekel und Entsetzen anstarre und hört auf zu singen. Was denn? Du singst Weihnachtslieder. Ja, und? An Ostern. Hast du mal aus dem Fenster geschaut? Hab ich. Deswegen macht mich dein Gesang ja auch richtiggehend depressiv. Oh. Nur das traute heilige Paar. Halt die Klappe! Holder knapp mit lockigem Haar. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Rufe ich und halte mir dabei die Ohren zu. Schlaf in himmlischer Ruhe! Eine Weile lang übertönen Lunas Gesang und mein gepeinigtes Geschrei alle anderen Geräusche. Dann werden wir von der Türklingel aus unserem Dispo gerissen. Wir sehen uns gegenseitig an und entschließen uns wortlos für einen Waffenstillstand. Ich geh ran. Murmel ich und marschiere auf die Tür zu. Guten Tag! Sagt der Herr im Anzug, als ich die Tür öffne. Ich komme von der Ordnungsbehörde. Uns liegen Beschwerden vor... Schlaf in himmlischer Ruhe! Halt doch verdammt nochmal die Klappe! Brülle ich über die Schulter. Ich kann ja kein Wort von dem verstehen, was die blöde Fatzke mir da erzählt. Der blöde Fatzke blickt mich nur wütend an und hält mir ein Beschwerdeformular vor die Nase. Siehst du, was du mit deinem Gesang angerichtet hast? Jetzt hat er auch noch so ein verdammtes Formular angeschleppt. Ach echt? Ich glaube, er meint es ernst. Allerdings. Uns liegen Beschwerden vor, dass sie... Hast du gehört? Ihm liegen Beschwerden vor! Jetzt seien sie doch in Gottes Namen still verflucht nochmal! Was sagt er? Er will, dass du endlich deine verdammte Klappe hältst! Hören Sie! Entweder Sie mäßigen jetzt Ihren Ton oder es drohen Ihnen strafrechtliche Konsequenzen. Stille Nase! Jetzt halten Sie doch endlich Ihre verdammte Klappe! Da tippt ihm ein Nachbar. Ein mehrfacher Goldmedaillengewinner in Freistilringen von hinten auf die Schulter. Was? Schreit der Ordnungshüter, der nun scheinbar endgültig die Kontrolle verloren hat. Manche Leute haben eben wirklich Nerven, am helllichten Tag so einen Lärm zu veranstalten. Ich habe Sie angerufen, damit hier Ruhe herrscht und jetzt veranstalten Sie hier noch mehr Lärm als die beiden Schreihälse da! Ach ja? Dann versuchen Sie doch mal mit den beiden Idioten hier vernünftig zu reden, Sie eingebildeter Muskelprotz! Kaum hat er zu Ende geflucht, fängt sich der Herr vom Ordnungsamt eine und geht zu Boden. Manchmal muss ich mich wirklich fragen, ob in meiner Nachbarschaft nur Verrückte wohnen. So, und ihr beiden gebt jetzt auch Ruhe, verstanden? Donnert mein lieber Herr Nachbar und marschiert zurück zu seinem Haus. Luna und ich bleiben zurück und sehen auf den armen Herren vom Ordnungsamt herab. Der arme Kerl! Er wollte doch nur seine Arbeit richtig machen. Und jetzt ist er tot. Was? Der lebt doch noch! Hier, fühl doch mal seinen Puls! Warum muss er nur so jung sterben? Warum? Hörst du mich überhaupt? Der Typ lebt noch! Und dann auch noch an Ostern! Nein! Das Schicksal kann wirklich grausam sein! Manchmal frage ich mich, was mit dir nicht stimmt. Wir, wir sollten ihm die letzte Ehre erweisen. Murmelt Luna und sieht auf den ohnmächtigen Ordnungshüter herab. Du meinst, wir sollten einen Trauergottesdienst für ihn abhalten? Nee, wir verbuddeln ihn im Hintergarten. Los, hol die Schaufel! Während ich in den Keller gehe, um nach einem Spaten zu suchen, halte ich plötzlich inne. Habe ich nicht gerade... Stille Nacht! Ich blicke auf den Spaten in meiner Hand und überlege. Aber für zwei Löcher ist mein Garten leider zu klein. Kapitel 7 Wie man den 1. April überlebt Sag mal, wie lange wollen wir diesen Krankenscheiß eigentlich noch durchziehen? Ich dachte, es wäre witzig. Es ist widerlich. Wir spielen jetzt schon seit drei Tagen Trivial Pursuit. Und bis jetzt hat noch keiner von uns auch nur eine Frage richtig. Also, wie lange wollen wir das noch machen? Ach, komm schon. So schlimm ist es doch auch wieder nicht. Ich würde mich lieber an ein Stahlkreuz fesseln und mit einem Defibrillator grillen lassen. Ich hätte noch ein Starthilfe Kabel im Kofferraum. Sehr witzig. Ich rücke ein Feld vor und ziehe die nächste Fragenkarte. Welches Land bot Albert Einstein die Präsidentschaft an? Okay, mir reicht's. Sage ich und fege das Spielbrett vom Tisch. Na, endlich! Was hältst du davon, wenn wir rausgehen und uns mal wieder ein wenig unter die Leute mischen? Es ist schon eine Weile her, dass der letzte Familienvater bei uns geklingelt hat. Außerdem ist mir Luna drei heulende Kinder voraus und ich habe nicht vor, diese Wette einfach so zu verlieren. Ne, auf keinen Fall. Wie, aber wieso denn nicht? Hast du mal auf den Kalender geschaut? Der 1. April, Mann! Na und? Ich hab dir doch schon gesagt, dass mir dieser dämliche Brauch sowieso tierisch auf den Keks geht. Von mir bist du also schon mal sicher. Mag sein. Aber es geht ums Prinzip. Wie meinst du das? Denk doch jetzt mal nach. Am 1. April entlädt sich bei jedem Menschen all der Hass, den er den Rest des Jahres zurückhalten muss. Es ist ein sadistisches Fest der Rache. Jetzt übertreibst du mal wieder. Los, wir gehen spazieren. Ich hab dich gewarnt. Ach komm schon. Wie schlimm kann es schon werden. Die Straßen sehen so aus wie der Schauplatz des Texas Chainsaw Massacres. Ein ungeliebter Vorgesetzter heult wie ein Schlosshund, während ihm jemand weiterhin Trängas ins Gesicht sprüht. Gepaart mit einem langgezogenen April, April Neben Luna geht eine Landmühle der Marke reingefallen in die Luft, die dem Steuerentreiber aus der Nachbarschaft die Beine wegreißt. Haha, Pech gehabt. Ruft ein anderer, den bemitleidenswerten Angestellten zu. Wir rennen panisch durch die Nachbarschaft, immer auf der Hut vor potenziellen Wegelagerren, die uns laut April, April rufend eine Pistole vor die Nase halten könnten. Da sehe ich unseren Nachbarn auf der Terrasse sitzen, scheinbar der Einzige, der noch nicht dem kollektiven Wahnsinn zum Opfer gefallen ist. Was zur Hölle ist hier los? rufe ich, die Schreie im Hintergrund übertönt. Ja, man könnte meinen, die ganze Stadt ist irre geworden. ruft er zurück, während er in aller Ruhe sein Jagdgewehr lädt. Dann setzt er an und zielt auf die Haustür seines Gegenübers. So, komm nur her, du verdammter Mistkerl. Ich bringe Luna und mich aus der Schussweite, während wir uns langsam zurück nach Hause durchkämpfen. Du lieber Himmel! keuche ich, während ich mit letzter Kraft durch die Eingangstür gestolpert komme. Ich hab's dir ja gesagt! Am 1. April werden plötzlich alle Leute wahnsinnig, aber du glaubst mir ja nie! sagt Luna mit einem vernichtenden Blick. Naja, im Hellen sind wir verschont geblieben, murmel ich und öffne die Wohnzimmertür, als sich plötzlich ein Schwall eiskalten Wassers über mich ergießt. April, April! Kurze Zeit später sitzen wir wieder am Tisch und spielen Trivial Pursuit. Sag mal... Was? Welches Land hat Albert Einstein jetzt die Präsidentschaft angeboten? Weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr! Ich geh mich jetzt unter das Volk mischen! Kurze Zeit später stürzte sich laut... April, April! ...schreiend nach draußen und macht Jagd auf Yuppies. Ich bleibe zurück und sehe ihr nach. Dann kommt mir eine Idee. Ich setze mich vor mein Notebook und google Albert Einstein. Um Luna muss ich mir keine Sorgen machen. Seit dem letzten April gibt es hier sowieso keine Yuppies mehr. Ich sitze beim Arzt und hoffe, dass ich mir irgendeinen super tödlichen Virus eingefangen habe, mit dem ich wenigstens Luna noch anstecken kann, bevor ich draufgehe. Sieht bis jetzt aber nur nach einer stinknormalen Grippe aus. Nun, wie geht es Ihnen denn heute? Fragt mich mein Hausarzt. Ehrlich gesagt, nicht so gut. Ich schlafe enorm schlecht. Ach ja? Wieso denn das? Um ehrlich zu sein, das liegt an Luna. Sie hält mich bis spät in die Nacht mit ihrem neuesten Egge neues Album wach. Doch es war eine blöde Idee, ihr die CD zu schenken. Also haben Sie jetzt eine Mitbewohnerin? Ach ja, sowas in der Art. Auf alle Fälle kann ich dank ihr kaum noch schlafen. Und das Schlimmste ist, sie ist morgens schon um sechs wach. Ach ja? Ist sie denn Schichtarbeiterin wie sie? Nee, sie arbeitet überhaupt nicht. Ich bezweifle auch, dass sie überhaupt eine Anstellung kriegen würde. Ist das nicht ein wenig... drastisch von Ihnen? Immerhin gibt es so viele freie Stellen da draußen. Sie sollten sie ermutigen, sich einen Job zu suchen. Kennen Sie denn jemanden, der blaue Einhörner mit Flügeln einstellen würde? Äh, wie bitte? Fragt mich mein Arzt und sieht mich ungläubig an. Ach, verdammt. Knapp zwei Tage später sitze ich bei einem Psychiater und schaue betreten zu Boden. Nun, Ihr Hausarzt hat mich angerufen. Sie sehen ein blaues Einhorn? Mit Flügeln. Sie ist ein Alicorn. Je länger sich der Satz zieht, desto dämlicher komme ich mir dabei vor. Interessant, murmelt der Nervenklempner und macht sich Notizen. Wissen Sie was, vergessen Sie es einfach. Ich verschwinde. Oh nein. Ich denke, wir haben noch einige Dinge zu bereden. Erzählen Sie mir mehr von dem blauen Alicorn. Wirklich? Aber ja doch. Äh, okay. Der Name ist Luna. Wie alt sie ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle kann sie ziemlich kindisch sein. Sie verbringt die meiste Zeit bei mir zu Hause vor der Playstation. Ähm, sie mag Pizza, Chinesisch und Fast Food und hasst Lasagne. Sie denkt immer, sie wird zur Kannibalin, wenn sie zu viel Lasagne isst. Aha, und können Sie Luna auch hören? Was? Natürlich. Sie hält mich ja nachts immer wach. Sehr interessant. Nun, es scheint, Sie erleben hier einen Fall einer sogenannten Tulpa. Hä? Eine Tulpa ist eine Reflexion ihres Unterbewusstseins. Sie kann mit ihnen reden und sie sehen. Des Weiteren hat sie einen eigenen Willen und kann eigene Entscheidungen treffen. Ähm, echt? Allerdings. Luna ist ihr personifiziertes Unterbewusstsein. Doch bitte vergessen Sie nie, sie ist nicht real. Okay. Ja, sie existiert nicht wirklich. Und wieso kann ich sie dann hören und sehen und wieso kann sie mich schlagen? Ihre Hufe tun ganz schön weh, das kann ich Ihnen sagen. Nein, das alles bilden sie sich nur ein. Sie glauben, dass Luna sie schlagen würde und ihr Unterbewusstsein löst in ihrem Gehirn daraufhin Schmerzen aus. Es passiert nicht oft, dass eine Tulpa tatsächlich körperliche Reaktionen hervorruft, aber es kann vorkommen. In diesem Moment stürmt Luna durch die Tür. Hey, was machst du hier? Hättest du mir nicht wenigstens einen Zettel dalassen können? Hey, Luna. Der Hirnklempner starrt Luna an, dann schaut er schnell weg. Können Sie Luna etwa gerade sehen? Klar, sie ist doch gerade durch die Tür gestürmt. Bitte? Nein, nein, das müssen Sie sich eingebildet haben, junger Freund. Der Typ will dich verarschen, oder? Fragt Luna und sieht ihn komisch an. Nun, was sagt Luna denn gerade zu Ihnen? Sie fragt, ob Sie mich gerade verarschen wollen. Ach wirklich? Wird sie wieder aggressiv? Hä? Ich zeig dir gleich, was aggressiv heißt! Sie können Luna wirklich nicht hören? Aber nein, ich höre rein gar nichts, sagt er und lächelt nervös. Das lässt sich ändern! Murmelt Luna und geht zu ihm hinüber. Dann schubst sie ihn so heftig mit den Vorrufen, dass er vom Stuhl fliegt und zum Boden stürzt. Ach je, murmelt er, während er sich mühsam wieder aufrappelt. Der Kreislauf, wie ungeschickt von mir. Ganz ehrlich, Luna ist real, oder? Nein, 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 ich sehe rein gar nichts. Ich bin nur erkältet und brauche dringend Ruhe. Bitte gehen Sie und nehmen Sie das blaue Einhorn mit. Also kann er mich doch sehen! Verschwinden Sie! brüllt der Psychiater und wirft einen Stuhl nach uns. Haut alle ab und nehmt eure verdammten Einhörner mit! Wir gehen mal besser. Während wir uns wieder auf den Heimweg machen, schweigen wir. Ich überdenke, was mir der Doktor gesagt hat und komme zu dem Schluss, dass er recht haben muss. Wenn mir ein derart intelligenter und offensichtlich kenngesunder Mann sagt, ich würde mir Luna nur einbilden, muss da was dran sein. Aber im Endeffekt ändert das auch nichts. Ihre Hufe tun nämlich nach wie vor ziemlich weh. Kapitel 9 Serien für kleine Mädchen Luna liegt auf der Couch und sieht mich mit einer Mischung aus Erstaunen und Irritationen an. Ich für meinen Teil liege neben der Couch und sehe fern. Was zur Hölle ist das? My Little Pony antworte ich knapp und wende mich wieder dem Fernseher zu. Seit die Serie My Little Pony Freundschaft ist Magie wieder im Fernsehen ausgestrahlt wird, verbringe ich fast jeden Morgen vor dem Fernseher. Dass ich dafür auf meinen Schlaf verzichten muss, nehme ich herzlich gerne in Kauf. Und an die Schwindelanfälle gewöhnt man sich mit der Zeit. Okay, das kann ich natürlich verstehen. Lass es mich anders formulieren. Wieso siehst du, ein Typ, der den lieben langen Tag nur in schwarzen Klamotten herumläuft und lieber am helllichten Tag in seinem Haus Kerzen anzünden würde, als auch nur für fünf Minuten die Rollläden hochzumachen, Dear My Little Pony eine Serie für kleine Mädchen voller bunter Ponys an. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Tut mir leid, wenn ich nicht in irgendeines seine Klischees über Leute passe, die schwarze Klamotten tragen und Death Metal hören. Ein bisschen widersprüchlich ist das Ganze schon, findest du nicht? Vielleicht, erwidere ich und sehe betreten zu Boden. Weißt du, was dich auf andere Gedanken bringen könnte? Was denn? Bioshock Infinite! Zum letzten Mal, Luna, ich werde keine 50 Takten für ein Videospiel ausgeben, bevor ich nicht die ersten beiden Teile durchgespielt habe. Luna sieht auf dem Bildschirm und zuckt kreischend zusammen. Wä? Wieso zur Hölle komme ich da vor? Jetzt, wo du es sagst? Ich habe keine Ahnung. Das ist voll gruselig. Und was für eine komische Mähne ich da habe. Ich sehe aus wie ein Hippie. Jetzt komm mal runter. Du hast leicht reden. Du hältst deine grinsende Fresse hier nicht mitten in die Kamera. Jetzt gib endlich Ruhe. Hör zu. Du tauchst kaum in der Serie auf. Dich hat man bis jetzt nur in ein paar Folgen zu Gesicht bekommen. Eine Weile herrscht betretenes Schweigen zwischen uns. Dann beginnt Luna leise zu schluchzen. Was ist denn? Ich bin nutzlos. Ach was? Du stehst einfach nicht ständig im Rampenlicht. Das hat einige Vorteile. Glaub mir. Sie schluchzt noch eine Weile vor sich hin. Dann sieht sie mich aus großen, traurigen Augen an. Was findest du? Klar doch. Um ehrlich zu sein, bist du eines meiner absoluten Lieblingsponys. Sie schluchzt noch eine Weile vor sich hin. Dann beruhigt sie sich wieder. Kann ich irgendwas machen, um dich zu trösten? Könntest du? Könntest du mich in den Arm nehmen? fragt sie mit zitternder Unterlippe. Na komm her. Murmel ich und breite die Arme aus. Sie schlingt ihre Vorderhufe um meine Schultern. Kaufst du mir das neue Bioshock? Was? Nein! Also gut, ich mach's. Dankeschön! Kann ich wenigstens noch die Sendung zu Ende sehen? Frage ich, als bereits der Abspann eingeleitet wird. Im Fernsehen wird die nächste Sendung angekündigt und ich schalte ab. Wer schaut denn schon Serien für kleine Mädchen? Kapitel 10 Seminarwoche Wir sitzen in meinem Auto, ich hinter dem Steuer und Luna auf dem Beifahrersitz und haben schon seit gut einer Stunde die Orientierung verloren. Das Navigationsgerät schweigt sich ebenfalls beleidigt aus. Vermutlich ist es immer noch eingeschnappt, weil wir es seit Beginn unserer kleinen Reise schlicht und ergreifend ignoriert haben. Hä? Die Gegend? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Murmelt Luna, während sie verkrampft Ausschau nach einem Straßenschild hält. Ach echt? Liegt vielleicht daran, dass wir ja schon dreimal vorbeigefahren sind. Hm... Macht Luna und sieht mich fragend an. Jetzt, wo du es sagst? Wenn du dich doch wenigstens anschnallen würdest. Anschnallen ist was für Weicheier. Oder für Weichbirnen, nämlich die, deren Schädel zermatscht wird, wenn sie kopfüber durch die Windschutzscheibe fliegen. Ach, so langsam wie du fährst, würde ich ja noch nicht mal vom Sitz rutschen. Selbst wenn du eine Vollbremsung machst. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, dich auf meine Seminarwoche mitzunehmen? Ach komm, ohne mich würdest du dich da eh nur zu tunelangweilen. Außerdem wolltest du mich ja nicht alleine zu Hause lassen. Und einmal mehr hast du mich überzeugt. Plötzlich schaltet die Ampel von mir auf gelb und ich drücke die Bremse durch. Luna quietscht und purzelt vom Sitz. Wobei ihr Kopf mit einem befriedigend, dumpfen Geräusch auf dem Armaturenbrett knallt. Geht's dir gut? Luna macht Anstalt mit ihrem Huf nach mir zu schlagen. Komm ein bisschen näher und frag nochmal. Nachdem sich Luna angeschnallt und von der leichten Gehirnerschütterung erholt hat, setzen wir unsere kleine Odyssee durch Ostdeutschland fort. Die Poldeswalde? Wo zur Hölle liegt die Poldeswalde? Hä? Ich kann doch nicht mal den Namen richtig aussprechen, geschweige denn das Straßenschild entziffern. Ist dir immer noch schwindelig? Nein, ach, das geht schon wieder. Ich komm doch mit diesen ganzen ostdeutschen Namen nicht klar. Wo sind denn die ganzen schönen Vokale hin? Hm. Mache ich, während ich versuche herauszufinden, wie viele Vokale das Wort die Poldeswalde enthält. Dass ich mir nicht mal mehr sicher bin, was genau Vokale sind, erschwert mein Vorhaben und lenkt mich zusätzlich vom Straßenverkehr ab. Vorsicht! ruft Luna und ich reiße das Steuer herum. Wir kommen von der Straße ab und rasen in eine Litfaßsäule. Scheiße! fluche ich und steige aus. Auch Luna kraxelt von ihrem Sitz. Wieso hast du Vorsicht gerufen? Da war doch weit und breit kein Auto in der Nähe. Noch nicht mal eine Kurve. Na, du bist unkonzentriert gefahren. Ja, und weißt du warum? Weil ich versucht habe, die Anzahl der Vokale im Wort die Poldeswalde zu ermitteln, verdammt. Du weißt doch, dass du mich mit sowas total fertig machst. Also gibst du jetzt den Ostdeutschen die Schuld dafür, weil sie scheinbar nicht wissen, wie man Vokale richtig verwendet? Nein, nein, nein. Ich gebe dir die Schuld, weil du mich abgelenkt hast. Jetzt hör aber auf. Für das nächste Seminar nehmen wir uns halt eben ein Zunachteposwalde. Die Poldeswalde. Mir doch egal. Wir steigen wieder ins Auto und fahren weiter. Der Schaden hat sich ja glücklicherweise in Grenzen gehalten. Nur die Litfaßsäule hat etwas an der geometrischen Form eingebüßt. Luna? Ja? Tu mir einen Gefallen. Okay. Sag nie wieder die Poldeswalde. Wir fahren schweigend weiter. Nach gut drei Stunden Fahrt kommen wir endlich an unserem Ziel an, wo mich ein netter Beamter aufklärt, dass das Seminar schon letzte Woche stattgefunden hat. Ich steige zurück ins Auto, schmeiße auf dem Weg dorthin noch frustriert einen Zeitungsständer um und fahre los. Wieso fahren wir zurück? Ich erwidere nichts und fahre einfach weiter. Unterwegs überlege ich mir, einen endgültigen Zwischenstopp in einem großen Baum zu machen. Doch ein Unfall genügt für heute. Kapitel 11 Big in the Club Wir sitzen in meinem Auto und fahren frustriert nach Hause. Das heißt, ich fahre frustriert nach Hause. Luna sitzt vergnügt neben mir und grölt laut vor sich hin. Mal ehrlich, woher hätte ich denn wissen sollen, dass sie keinen Alkohol verträgt? Gekrönt wurde der ganze Abend auch noch von einem phänomenalen Rauswurf aus einem Club. Nachdem Luna den DJ mit ihrer Flanke beiseite gedrängelt hatte und sämtliche Gäste mit einer gepfefferten Rede gleichermaßen beleidigt, wie er entsetzt hatte. Alles in allem war es also ein lustiger Abend. Wow, komm schon! Die Ampel ist noch grün! Lallt sie, während sie mit ihren Hufen auf dem Armaturenbrett trommelt. Da ist keine Ampel, Luna. Oh. Wie viel hast du eigentlich getrunken? Du hast doch die ganze Zeit neben mir gestanden. Hast auf mich aufgepasst! Ja, aber ich habe dich kurz aus den Augen verloren, als du die Gruppe Mädchen lauthals als zugekokste Puderquasten beleidigt hast. Ja, hast du nicht gesehen? Die hatten so viel Silikon im Gesicht, Mann. Mann, die hätten unser ganzes Haus abdichten können. Du lenkst von meiner Frage ab. Tue ich gar nicht. Tunst du wohl. Nee. Doch. Nein, 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 nicht. Beantworte meine Frage, verdammt. Dachte ich es mir doch. Du hast da die Ausfahrt verpasst. Da war keine... Oh, verdammt! Rufe ich und trete die Bremse durch. Der Fahrer hinter uns kann gerade noch ausweichen und zeigt durch das Fenster hindurch den ausgestreckten Mittelfinger. Das war aber gar nicht nett. Naja, was erwartest denn du? So asozial, wie du dich deiner Umwelt gegenüber verhältst. Sagt das blaue Alicorn das kleine Mädchen zum Weinen bringt. Hey, wie oft soll ich es noch sagen? Ich wusste nicht, dass ihre Katze nicht schwimmen konnte. Ja, aber als du es begriffen hast, war es leider schon zu spät für Lutzi. Hey, ich habe mich beim Kind noch entschuldigt, Mann. Ja, 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 das hast du. Tja, Kleine, sowas kann vorkommen. Schwamm drüber, okay? Deine Mama kauft dir bestimmt eine neue Katze. Wirklich, sehr emotional. Wir fahren zurück und nehmen die Ausfahrt. Sag mal. Hm? Bist du vorher schon mal aus einem Club rausgeschmissen worden? Um ehrlich zu sein, war ich vorher noch nicht einmal in einem drin. Die hätten dich da auch bestimmt nie ohne mich reingelassen. Hm, bestimmt nicht. Wir fahren schweigend weiter und ich muss wieder daran denken, wie langweilig und trostlos mein Leben ohne Luna wäre. Als wir endlich zu Hause ankommen, wirft sich Luna aufs Sofa und döst sofort ein. Nach einiger Zeit lege ich mich neben sie und schlinge meine Arme um ihre Schultern. Hä? Was wird das denn? Ich bin so froh, dass ich dich habe. Dann herrscht lange Zeit Stille zwischen uns. Kapitel 12 Abschiedstränen Ich starre verzweifelt auf das Sofa. Seit Luna nicht mehr hier ist, fühlt sich mein Haus so leer und einsam an, dass es schier nicht mehr zu ertragen ist. Sie hat erst einen Monat hier gelebt und dennoch ist sie in diesen Wochen ein wertvoller Teil meines Lebens geworden. So wertvoll, dass ihr fehlen nun umso mehr, wenn mein Herz sticht. Der Regen prasselt an mein Fenster, während ich hinausschaue. Eine Träne bahnt sich ihren Weg über meine Wange. Luna ist fort. Und nichts auf der Welt bringt sie mir zurück. Mummle ich und der Gedanke trifft mich erneut wie ein Faustschlag. Ich unterdrücke ein Schluchzen und sehe ein weiteres Mal auf das leere Sofa, in der leisen Hoffnung, Luna dort zu sehen. Vielleicht war das alles nur ein böser Traum? Doch ich werde erneut enttäuscht. Die Stelle, die Luna seit ihren Einzug bei mir in Beschlag genommen hat, ist leer. Und dennoch, dies wird immer ihr spezieller Platz bleiben, egal ob sie fort ist oder nicht. Ich versenke mein Gesicht in meinen Händen und weine bitterlich. Meine Zeit mit ihr war unvergesslich. Die Wucht des Gedankens, sie nie wieder zu sehen, trifft mich erneut so heftig, dass mir beinahe schlecht wird. Nie wieder ihre Stimme hören. Nie wieder ihre hübschen, leuchtenden Augen sehen. Nie wieder. Der laute Knall an der Tür, die zugeschlagen wird, reißt mich aus meinen Gedanken. Kann es sein? Tatsächlich. Das vertraute Trappeln ihrer Hufe dringt in mein Ohr und ich springe auf vor Freude. Luna! Du bist wieder da! Rufe ich unter Tränen und umarme das blaue Alicorn. Alter! Ich war doch nur zehn Minuten lang weg, um Milch zu kaufen. Kopfschüttelnd stackst sie an mir vorbei zum Kühlschrank. Manchmal kannst du auch echt übertreiben. Ich sehe Luna lächelnd an. Vielleicht hat sie ja recht. Ich sollte meine Gefühle wirklich ein wenig zügeln. Aber manchmal geht das einfach nicht anders. Gerade dann, wenn das Wetter so unglaublich scheiße ist, dass es einen richtig ansteckt. Kapitel 13 Wupp, wupp, wupp! Luna liegt Träger auf der Couch und bewirft mich gelangweilt mit Chipskümmeln, die sie unter dem Sofa gefunden hat, während ich mein bestes tue, sie zu ignorieren. Da mir allerdings in regelmäßigen Abständen Chips entgegenfliegen, die vermutlich älter sind als das Sofa, fällt mir das verdammt schwer. Ähm, entschuldige, dass ich dich dabei unterbreche, lethargisch auf den Fernseher zu starren. Was ist los? Ich will raus. Was? Na, an die frische Luft? Seit wann das denn? Du hast frische Luft. Als wir am Wochenende die Brony-Party geschmissen haben, hast du mir sogar verboten, die Fenster aufzumachen. Jaaa, aber heute ist ein besonderer Tag. Ich sehe sie überrascht an. Was für ein besonderer Tag. Sie deutet auf meinen Kalender. Abgesehen davon, dass ich heute unentschuldig bei der Arbeit gefehlt habe, scheint jedoch alles normal. Oh, verdammt! Ich springe auf. Jetzt hast du's kapiert. Heute ist ja Clubabend. Der Clubabend ist eine uralte Tradition, die Luna erst gestern eingeführt hat. Jeden Samstag, an dem ich nicht gerade arbeiten muss, bin ich gezwungen, sie auszuführen. Und für Luna gibt es leider nur eins. Clubs. Ich hasse Clubs. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was andere Leute so toll daran finden. Aber es geht mir tierisch auf die Nerven in einem Club, den ich nicht leiden kann, mit Personen, die ich nicht leiden kann, auf Musik, die ich nicht leiden kann, zu tanzen. Und dabei Drinks zu trinken, für die ich an jeder Bar die Hälfte bezahlt hätte. Und dann erst die Toiletten. Wie gesagt, ich hasse Clubs. Doch Luna liebt sie. Sie lebt geradezu für die stickige Luft, die verschwitzten Flanken und das schwindelerregende Stroboskoplicht. Gut eine Stunde später stehe ich also neben der Tanzfläche und trinke einen Wodka Red Bull. Die Tatsache, dass ich für diese Plöre so viel Geld bezahlt habe, macht mich irgendwie wütend. Und wie es nun mal nicht anders kommt, sehe ich mich, wie aus dem Nichts, mit einem der größten Schrecken der Clubgänger konfrontiert. Aggressive Hipster. Oh Mann, sieh dir bloß die schwarzen Klamotten an. So 80er Alter. Boah, deine Frisur. Fall out. Lass mich raten. Du hast dir die Haare selbst geschnitten. Hm. Was bist du? Ein Grufti oder so? Oh, der Kajal erst. Bis jetzt habe ich alles noch gut weggesteckt. Das bedeutet, ich habe noch keinen dieser Nervensägen ein Auge eingedrückt. Aber jedes Mal, wenn ich das Wort Grufti höre, rutscht mir die Faust aus. Jedoch nicht heute. Nein, Luna soll ihre Zeit auf der Tanzfläche genießen, während sich um mich gerade eine Horde lästiger Clubgänger scharrt. Wo hast du denn die Klamotten her? Aus der Altkleiderspende? Und die Brille erst. Die ist sowas von daneben. Plötzlich deutet einer der Freaks auf Luna, die gerade quietschvergnügt Leute mit ihrer Flanke von der Tanzfläche drängelt. Seht euch mal die an. Wie sieht die denn aus? Noch bevor er den Mund erneut aufmachen kann, steckt meine Faust darin. Die Tatsache, dass ich Handschuhe mit langen Nieten trage, bekommt ihn scheinbar nicht. Hey Mann! Ruft mir Luna von der Tanzfläche zu. Fang doch nicht ohne mich an! Mit diesen Worten schwingt sie sich herunter und geht auf den nächstbesten Idioten los, dem sie mit ihren Hufen die Designerbrille in die Nase haut. Gut eine halbe Stunde später werden wir von dem obligatorischen, unfreundlichen Security-Personal nach draußen gezehrt und vor die Tür gesetzt. Tut mir leid, Luna. Wieso denn? Lief doch alles nach Plan. Wie meinst du das denn? Na hör mal, ich kenne dich inzwischen gut genug, um zu wissen, wie du auf nervtötende Clubber reagierst. Äh, du meinst. Jep, alles geplant. Jetzt aber mal im Ernst. Club sind scheiße. Das nächste Mal gehen wir wieder in eine Bar. Kapitel 14 Bettgeschichten Ich liege im Bett und träume gerade davon, wie ich Luna über das Gelände einer Brücke schubse, als ich plötzlich von zwei wohlbekannten Hufen wachgerüttelt werde. Hey! Was denn? Murmel ich und öffne notgedrungen die Augen. Das Sofa ist so unbequem. Seit wann denn das? Sonst bewegst du dich doch auch nie vom Sofa runter. Schon gar nicht mitten in der Nacht. Kann ich heute Nacht bei dir schlafen? Im Ernst? Sie nickt. Auf keinen Fall. Okay. Sie trottet leise schluchzend aus dem Schlafzimmer. Na schön. Seufze ich und rutsche ein wenig zur Seite, um meiner Mitbewohnerin Platz zu machen. Noch bevor ich irgendeinen Laut von mir geben kann, liegt Luna bereits unter meiner Decke. Ach ja. Was gibt's? Wenn du deine Hufe nicht bei dir behältst, kannst du gleich auf der Straße schlafen. Okay. Erwidert sie. Und es scheint, als ob ich da einen kleinen Hauch Enttäuschung in ihrer Stimme höre. Kurz bevor ich einschlafen kann, höre ich plötzlich zwei Hufe, die mich langsam und vorsichtig zu umarmen versuchen. Hufe weg. Brumme ich und die Hufen verschwinden. Der nächste Versuch einzuschlafen wird von Lunas Schneichen vereitelt. Natürlich schneicht sie nicht wirklich. Sie tut nur so, um mich zu nerven. Ah, Luna. Jetzt schneicht sie sogar noch lauter. Ich hole mit meinem Kopfkissen nach links aus. Plötzlich herrscht Ruhe. Ah, bitte. Geht doch. Ich schließe wieder die Augen. Kurz darauf pürschen sich wieder ihre Hufe an mich heran. Denn diesmal bin ich jedoch schneller und drehe mich weg. Doch er, sie die Gelegenheit bekommt, ihre Arme um meine Schultern zu schlingen. Mir reicht's. Ich stehe auf, schnappe mir mein Kissen und marschiere ins Wohnzimmer, wo ich mich auf dem Sofa zusammenrolle und versuche zu schlafen. Ich frage mich, wie Luna es hinbekommt, auf diesem Ding bequem zu schlafen. Als ich am nächsten Morgen aufwache, blinzelt mich Luna lächelnd an. Guten Morgen. Und höhe. Ich gehne und fühle mich wie geredet. Wie hast du geschlafen? Ganz wunderbar. Dein Bett ist sowas von weich und bequem. Scheint so. Wir schweigen eine Weile. Da mir allerdings nichts anderes übrig bleibt, muss ich wohl oder übel fragen. Willst du in Zukunft ständig auf meinem Bett schlafen? Leider kenne ich schon die Antwort. Nein, das ist dein Bett und ich will es dir nicht wegnehmen. Echt nicht? Doch, natürlich. Alter, du glaubst aber auch nicht jeden Scheiß. Und während ich langsam wahnsinnig werde, beschleicht mich erneut die Ahnung, einmal mehr auf eine ihrer miesen Tricks hereingefallen zu sein. Kapitel 15 Langeweile Wir sitzen am Frühstückstisch und langweilen uns. Keiner von uns beiden hat letzte Nacht besonders viel Schlaf gefunden. Und eine Unterhaltung unter Schlafmangel ist so ziemlich das Unschönste, was einem beim Frühstück passieren kann. Gleich nach einem Besuch des GEZ-Fahrendes. Da Luna den letzten seiner Art jedoch beinahe zu Tode gequatscht hat, stehen die Chancen gut, dass sich der arme Trottel nicht nochmal an unserer Haustür wagt, wenn er mittlerweile nicht schon durch die Ohren verblutet ist. Naja, man kann nur hoffen. Luna schlägt eine Diskussionsrunde vor, um die Unterhaltung in Schwung zu bringen. An was hast du denn gedacht? Wie wär's damit? Son Goku gegen Superman! Soll das ein Witz sein? Wir haben uns doch schon letzte Woche darauf geeinigt, dass Superman ein Arsch und Dragon Ball der wohl mieseste Anime ist, den wir je gesehen haben. Stimmt, ja. Ich sehe notgedrungen von meinem Kaffee auf. Wieder verfallen wir in tiefes Schweigen. Da klingelt es plötzlich an der Tür und wir horchen auf. Hä? Wer kann das sein? Vielleicht die Zeugen Jehovas? Näh. Die kommen nicht mehr, seit ich mir den kurzen Schulmädchenrock angezogen hab und sie gefragt hab, ob sie schon mal über Sodomie nachgedacht hätten. Ach ja, ich erinnere mich. Es war zum Todlachen. Vielleicht sind es ja die Vertreter von der Kirchengemeinde? Nein, die hab ich seit der... Ich habe gerade mein blaues Alicorn geschlachtet. Wollen Sie auch ein Stück? Nummer nicht mehr gesehen. Ach ja, stimmt. Naja, ist ja auch egal. Spielen wir die... Sie wurden gerade von einem Alicorn sexuell belästigt Nummer? Hm. Hast du noch den Schulmädchenrock? Nee, den haben wir doch bei der Nummer... Mein Einhorn hat die Menopause mit Ketchup eingesaut. Du erinnerst dich? Ach ja, das lustigste Brony-Treffen seit langem. Gut, dann eben die zwielichtiger Typ hält Alicorn in seinem Keller Gefangen Nummer. Mit der haben wir damals die beiden Vertreter von Greenpeace weggeekelt. Bereit? Luna gibt mir das Okay-Zeichen, was ohne Daumen jedoch recht merkwürdig aussieht, und begibt sich in Position. Kurz bevor ich an der Tür bin, schreit sie aus Leibeskräften. Du Mistkerl! Ich lass mich nicht länger von dir einsperren, du perverses Schwein! Nein! Dann bring mich doch um! Mir ist inzwischen alles egal! Ich muss mir die Hand vor den Mund halten, um nicht laut loszulachen. Luna ist wirklich eine begabte Schauspielerin. Dann öffne ich die Tür und das Lachen bleibt mir im Heise stecken. Vor mir stehen meine Eltern aus Ostdeutschland und starren mich zutiefst entsetzt und angewidert an. Jetzt fällt mir auch wieder ein, dass sie übers Wochenende vorbeikommen wollten. Es ist mir ganz egal, wie oft du mich und meine Schwester noch verprügelst! Ich lasse mich nicht mehr zu allen perversen Sachen zwingen! Denk doch auch mal an die Kinder! Schließlich sind es doch auch deine! Luna macht mittlerweile ungestört weiter, ehe ich sie davon abhalten kann. Und noch während ich versuche, alles zu erklären, wird mir klar, dass das ein verdammt langes Wochenende wird. Kapitel 16 Alicorn und Schwiegertiger Nachdem ich meinen Eltern alles erklärt und sie mit Luna bekannt gemacht habe, sitzen wir zusammen am Esstisch. Wie hast du meinen Sohn denn kennengelernt? Murmelt meine Mutter und fixiert sie mit einem Blick, der meine Mitbewohnerin erschaudern lässt. Äh? Wir haben uns in einem Kunstmuseum kennengelernt. Ach wirklich? Wirklich? Da muss ich wohl hackendicht gewesen sein. Ich dachte, wir hätten uns bei deinem Haustür kennengelernt. Aha. Nun, wie gefällt es dir hier? Hä? Na, du weißt schon. In der Menschenwelt. Luna schweigt und sieht mich verständnislos an. Äh, lassen wir das. Ja, die ganze Unterhaltung ist ohnehin für einen Arsch. Sie trottet rüber zu ihrer geliebten Playstation. Meine Eltern sehen ihr verständnislos nach. Nun, Luna ist in letzter Zeit ziemlich unter Stress. Ja, ähm, sie arbeitet sehr hart. Was zum Teufel quattelst du da? Seit ich bei dir eingezogen bin, habe ich noch keinen Tag gearbeitet. So langsam verliere ich die Hoffnung, aus dieser Sache noch heil herauszukommen. Luna wohnt bei dir? Ähm, nun ja, da sie kein Zuhause hat. Ich verrate ihnen noch was. Ich schlaf sogar in seinem Bett. Was? Ähm, ich kann das erklären. Und dank mir hat er mittlerweile schon fast zwei Unfälle gebaut und ist aus zwei Clubs rausgeschmissen worden. Luna, das reicht. Und was wir so machen, wenn erstmal die Lichter aus sind, erzähle ich ihnen am besten erst gar nicht. Mein Sohn ist ein... Aber sowas von. Ich muss mich zusammenreißen, um Luna nicht an die Kehle zu gehen. Das, das ist zu viel für mich. Oh, das Beste habe ich ihnen noch gar nicht erzählt. Luna sieht mich mit Freudentränen in ihren Augen an. Ich bin schwanger. Du wirst bald Vater. Ich verschlucke mich an meinem Kaffee, während meine Eltern ohnmächtig zusammenbrechen. Nun, alles in allem hätte es schlimmer kommen können. Meine Eltern sind kurz, nachdem sie wieder zur Besinnung kamen, ohne ein weiteres Wort abgereist und haben sich seitdem auch nicht mehr gemeldet. Als ich schon drauf und dran war zu glauben, sie hätten einen Autounfall gehabt, kommt dann doch, wie erwartet, die einstweilige Verfügung von ihrem Anwalt. Ich lächle, während ich den Wisch ins Feuer werfe. Immerhin sind sie noch am Leben. Und? Wie haben sie es aufgenommen? Hm. Hätte es schlimmer kommen können. Seit diesem Tag ist alles wieder im grünen Bereich. Luna hängt weiterhin faul vor dem Fernseher rum. Ich bin weiterhin am Verzweifeln mit ihr. Und an die hasserfüllten Briefe der Tierschutzorganisation gewöhnt man sich auch irgendwann. Kapitel 17 Luna und das Internet Nun, ich denke mal denen, die meine Geschichte jetzt schon seit einiger Zeit verfolgen, dürfte aufgefallen sein, dass Lunas Verhalten langsam gewisse obszöne Züge annimmt. Tja, so sehr es mich auch befremdet, für Lunas unmittelbare Umwelt ist es noch deutlich schlimmer. Man denke daran, wie sie meine Eltern aus dem Haus geekelt hat. Höchste Zeit also für mich, etwas dagegen zu unternehmen. Äh, sag mal Luna, murmel ich eines schönen Morgens, während Luna auf dem Sofa liegt und im Unterwäschekatalog wälzt. Was glaubst du, was für eine Größe ich habe? Ich schätze mal schlank bis mittelschlank. Hör zu. Das Ganze wird langsam makaber. Jetzt fängst du auch noch mit Unterwäsche an. Das wird mir auf Dauer zu gruselig. Wenn das so weitergeht, kannst du ja zu einem Klopper ziehen. Aber mir reicht's bald. Hm, ich schätze mal mittelschlank ist okay, oder? Ja, mittelschlank sollte passen. Dann nehme ich die Schlüssel und fahre zur Arbeit. Als ich wieder nach Hause komme, wird mir klar, was für einen eklatanten Fehler ich gemacht habe. Ich habe Luna mit dem Laptop und einem funktionierenden Modem alleingelassen. Was um alles in der Welt machst du da? Frage ich, obwohl ich die Antwort vermutlich gar nicht hören will. Luna kreist erschrocken auf und klappt den Laptop zu. Gar nichts! ruft sie erschrocken und wird rot. Was um alles... Ähm, nein. Warte. Wir versuchen das nochmal. Ich drehe mich um und gehe nochmal durch die Haustür wieder nach draußen. Einige Sekunden später komme ich wieder rein. Hey Luna! Und? Wie war dein Tag? Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre nichts gewesen. Oh, äh, ganz gut. Und deiner? Stressig, wie immer. Und nun sei so gut und gib mir den Laptop. Aber vorher lösche bitte den Verlauf. Luna tut wie geheißen und gibt mir den Laptop. Nun gut, die erste Runde ging an die unverhollene Libido einer jungen Alicornstute. Also wird es langsam Zeit, mit dem Rat eines Experten anzuhören. Wohin fahren wir? Fragt Luna, während sie neben mir auf dem Beifahrersitz hockt. Zum Elektroladen. Ich dachte mir, wir gehen mal wieder so richtig schön shoppen. Können wir vorher noch bei Victoria's Secret vorbeischauen? Ich hab mir da was bestellt. Äh, was? In meinem Schock bin ich für einen Moment unaufmerksam. Diesen Moment schien ein besonders einsames Straßenschild ausgenutzt zu haben, um mir direkt vor den Kühler zu rennen. Anders kann ich mir das Geschehene nicht erklären. Denn plötzlich ist in meinem Auto eine riesige Delle. Du hast das Stoppschild übersehen. Danke. Ich hab's bemerkt. Nachdem wir also einen netten kleinen Brief, auf dem ich in schönster Sonntagsschrift die Worte Sorry, war gerade abgelenkt, geschrieben habe, an dem unglückseligen Stoppschild hinterlegt habe, machen wir uns wieder auf den Weg. Jedoch nicht zum nächsten Elektroladen und schon gar nicht zu Victoria und ihren schmutzigen Geheimnissen. Kann sie schön für sich selbst behalten. Sondern zu einem alten Freund von mir, der rein zufällig als Tierarzt arbeitet. Was wollen wir hier? Wieso schreibst du eine Geschichte? Da kommt auch schon der auf Vierhufe spezialisierte Doktor in den Behandlungsraum und begrüßt uns herzlich. Hey ihr zwei. Na, was kann ich für euch tun? Und vor allem, für wen von euch? Sehr witzig. Es geht um Luna hier. Sie hat... Naja, du weißt schon... Den Ruf der Wildnis. Nach einigen Erklärungen stellt sich heraus, dass man dagegen überhaupt nichts tun kann. Es handelt sich um etwas ganz Natürliches. So der liebe Doktor. Typisch. Wenn man sie braucht, kann man sich auf die Mediziner natürlich nicht verlassen. Nach einigen Tagen kommt mir jedoch eine Idee. Wie konnte ich nur so blind sein? Sag mal Luna. Was gibt's denn? Hast du dich schon mal selbst im Internet gesucht? Näh, wieso denn auch? Ich grinse. Jetzt bin ich auf einmal froh, dass Google so eifrig Daten hortet. Als sich Luna dann plötzlich schockiert aus dem Wohnzimmer kreischen höre, wird mir klar, dass der Mensch heute der Natur einmal mehr die Stirn geboten hat. Als Luna am nächsten Morgen völlig blass und zittrig die Treppe herunterstackst, bekomme ich ein wenig Mitleid mit der Arm. Vielleicht war es doch ein wenig zu heftig. Aber mir blieb keine Wahl. Nicht auszudenken, wie das noch hätte enden können. Na Luna? Gut geschlafen? Frage ich mit meiner besten Unschuldsmine. Nein. Ganz grauenvoll geschlafen. Herr, ich kriege diese Bilder nie wieder aus dem Kopf. Ach, mein armes Kleines. Ich glaube, ich habe da was für dich, um dich aufzumuntern. Ach ja? Ja. Deine Bestellung von Victoria's Secret ist da. Luna sieht mich erst an, dann das Paket. Verbrenne es. Und rede nie wieder davon. Dann stack sie wieder zurück aufs Sofa. Und so kam dieses lange, düstere Kapitel in meinem Leben mit Luna doch noch zu einem guten Abschluss. Glück gehabt. Man kann ja über Klopper und das Internet so einiges sagen, aber manchmal können sie auch Leben retten. Kapitel 18 Wenn einer eine Reise tut. Es ist zwölf Uhr nachts und wir sitzen an einer Autobahnraststätte und ziehen uns überteuerte Energydrinks hinter die Binde. Aber gut, immer noch billiger als in irgendeinem Club. Nicht, dass uns noch irgendjemand in einen Club lassen würde. Sag mal. Luna lehrt inzwischen die zweite Dose Red Bull auf einen Zug. Wie kommt's, dass wir hier mitten in der Nacht auf einer Raststätte rumhängen? Eine berechtigte Frage. Vermutlich ist es unserem Orientierungssinn zu verdanken, dass wir nun um zwölf Uhr nachts auf einem schmutzigen Bordstein hocken, wo wir doch rein theoretisch längst in Dänemark hätten sein sollen und in aller Ruhe am Strand liegen könnten. Oder aber es liegt daran, dass ich das Navigationsgerät schon kurz nach der ersten Autobahn aus dem Fenster geworfen habe, damit es mich nicht ständig daran erinnert, langsamer zu fahren. Ich hasse es, wenn mir Maschinen vorschreiben wollen, was ich zu tun habe. Naja, zugegeben. Mitten in der Nacht auf einem Rastplatz herumzuhängen, hat auch was. Das heißt, eigentlich hätten wir es uns ja auch drinnen gemütlich machen können, wenn man uns nicht im hohen Bogen herausgeworfen hätte, weil sich Luna lautstark geweigert hat, 70 Cent für die Benutzung der Toiletten zu bezahlen. Jetzt schau mich nicht so beleidigt an. Luna hat anscheinend meinen Blick bemerkt. Ich kann doch auch nichts dafür. Du hast den Verkäufer ein mieses Kapitalistenschwein genannt, bloß weil er dir erklären wollte, dass du erst 70 Cent einwerfen musst, ehe du die Toilette benutzen kannst. Naja, okay, dann war das eben meine Schuld. Was verlangst du? Eine Entschuldigung? Nein, aber es wäre nett von dir, wenn du das nächste Mal etwas Mitleid zeigst und dem Verkäufer nicht gleich deine Hinterhufe ins Gesicht rammst. Luna sieht mich angewidert an. Ich dachte immer, in dir steckt zumindest ein kleiner Funke an Revolution. Wenn du wegen 70 Cent einem Verkäufer ins Gesicht trittst, ist das keine Revolution. Das grenzt eher an Anarchie. Hey, das Volk hat gesprochen. Dir ist echt nicht mehr zu helfen. Das sagt der Typ, der einen Psychiater reif für die Klapse gemacht hat. Das war ja auch deine Schuld, wenn du dich erinnerst. Oh, ja, stimmt. Eine Weile schweigen wir, dann stehe ich auf und werfe die leere Dose weg, während wir zum Wagen zurückgehen. Na los, wir fahren mal weiter. Murmele ich müde und schnelle mich an. In welche Richtung müssen wir denn? Keine Ahnung. Ich wollte ja den Verkäufer fragen. Ach, ja, ja, ich hab's kapiert. Dann versprich mir, dass du dich im Urlaub etwas weniger, wie soll ich sagen, unmöglich benimmst. Jetzt hab dich nicht so ein Fall los. Ich will gerade losfahren, als sie mich plötzlich unterbricht. Halt, warte. Ich muss mal. Mit diesen Worten stack sie wieder in die Raststätte zurück, aus der sie eben noch herausgeflogen ist. Ich warte geduldig, bis plötzlich laute Schüsse ertönen, gefolgt von einer panischen Luna, die zum Wagen galoppiert kommt. Fahr zu! Fahr zu! Was um Himmels Willen! Plötzlich stürmt der Verkäufer aus dem Geschäft und schwingt seine Schrotflinte. Du lieber Himmel, Luna, was hast du getan? Ich rase los. Als wir aus der Schussweite sind, lässt sich Luna erschöpft in den Sitz sinken und atmet tief durch. Diesmal war's nicht meine Schuld! Ganz ehrlich! Ja, ja, was auch immer. Ich konzentriere mich lieber wieder auf den Verkehr. Sag mal. Was denn? In welche Richtung fahren wir? Das dachte ich mir. Sie schüttelt den Kopf. Wieso hast du auch dein Navi aus dem Fenster geworfen? Mit dir hat man echt nichts als Ärger. Ich überlege mir, ob ich nicht doch lieber wieder zurückfahren und mich von dem freundlichen Verkäufer mit der Schrotflinte abknallen lassen soll, entscheide mich aber doch mehr dagegen. Aus Gründen des Prinzips. Kapitel 19 Ein kleines Dankeschön an euch Achtung! Dieses Kapitel hat nichts mit der Handlung zu tun. Dieses Kapitel ist allein für euch ein kleines Geschenk von einem dankbaren Hobbyautorin. Ich möchte dieses kleine Kapitel dazu nutzen, mich bei euch allen zu bedanken. Bei all denen, die im Laufe dieser Geschichte fleißig Kommentare geschrieben haben, sowie bei all denen, die einfach nur ab und an vorbeischauen, um sich von einem neuen Kapitel zum Lachen bringen zu lassen. Und natürlich bei all denen, die gerade zum ersten Mal meine Geschichte hören. Schön, dass ihr auch euren Weg hierher gefunden habt. Tausend Dank euch allen! Euch ist es zu verdanken, dass diese kleine Idee, dieser spontane Einfall, den ich eines Abends aus reiner Neugier auf Fanfiction.de hochgeladen habe, zu dem geworden ist, was ihr jetzt hört. Eine Geschichte mit dem Ziel, euch mit jedem Kapitel aufs Neue zum Lachen zu bringen und euch den Tag ein wenig aufzuhellen. Vielen Dank, dass ihr mir diese Möglichkeit gegeben habt und sie mir täglich weiterhin gebt. Meine spontanen Ideen und verrückten Einfälle, meine Gedanken, meine Geschichte mit euch allen zu teilen. Ich hoffe, ich kann euch auch weiterhin zum Schmunzeln bringen und euch, wer weiß, vielleicht auch mal zum Nachdenken anregen. Man weiß ja nie. Nun, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das hier zu hören. Auf weitere tolle Geschichten für und mit euch. Burrowhoof, Eleanor's Fate Und ja, da ihr eine Geschichte erwartet habt. Ich sitze vor dem Schreibtisch und starre auf den riesenhaften Rechner, unter dessen Gewicht sich die Ablage bereits zu biegen beginnt. Ernsthaft? Auf diesem alten Ding willst du ab jetzt deine Kapitel hochladen, bis du deinen Laptop wieder hast? Gut, zugegeben. Es ist nicht gerade top aktuell, aber besser als nichts, findest du nicht? Alter, das Ding sieht aus, als hättest du es direkt aus dem Kli-Klar-Klavitterbus geklaut. Womit sie nicht Unrecht hat. Nur, dass dieses Monstrum mit großer Wahrscheinlichkeit nur halb so viel wiegt wie dieser rote Autobus. Naja, probieren wir ihn mal aus. Ich drücke todesmutig den Startknopf. Das Bies gibt ein Röhren von sich wie ein alter Dieselmotor und fährt hoch. Zumindest glaube ich das, da der Bildschirm erst immer noch schwarz bleibt. Dann tut sich noch was und nach 5 Minuten Wartezeit ist schon alles bereit. Oh, schau mal. Das alte Mädchen hat noch Windows XP. Oh, schau mal. George Washington. Und er will den PC seines Großvaters zurück. Ach komm. Immerhin können wir endlich weiterschreiben. Gut, eine Dreiviertelstunde später ist es dann endlich fertig. Kapitel 18. Gott sei Dank. Das habe ich schon viel zu lange vor mich hergeschoben. Voller Erleichterung. Beende ich den letzten Absatz und will gerade das Kapitel hochladen als... Zap. Plötzlich ist der Bildschirm wieder schwarz und regungslos wie eine Gruft. Ein passender Vergleich. Denn mein alter Freund hat sich soeben aufgehängt. Sieh's ein alter Kumpel. Die Zeit der Dinosaurier ist vorbei. Da ist das arme Ding hier auch keine Ausnahme. Ich starre nur auf den alten Rechner und will ihn gerade von meinem Schreibtisch wuchten, als Zap der Rechner wieder anspringt und alles wieder beim alten ist. Oh Mann, das wird noch ein verdammt langer Tag. Kapitel 20. Growny treffen. Luna sitzt neben mir auf dem Beifahrersitz und trommelt mit ihrem Pufen gelangweilt auf dem Armaturenbrett. Während ich versuche, mich auf den Verkehr zu konzentrieren. Sag mal, wieso wollen wir nochmal nach Ostdeutschland rüber? Seit unserer Seminarwoche haben die uns doch schon bestimmt auf die schwarze Liste gesetzt. Weißt du, bei wem wir noch auf der schwarzen Liste stehen? Bei meinen Eltern. Und daher starten wir ihnen einen Besuch ab. Wer weiß, vielleicht streiten sie auch dann nicht mehr ab, dass ich ihr Sohn bin. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Sagen wir es so. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ein Komet vom Himmel fällt und wir grauenvoll zerquetscht werden. Was auch eindeutig angenehmer wäre, als ein weiterer Nachmittag mit deinen Eltern. Jetzt sei nicht so unverschämt. Die beiden sind nett. Sie können dich nur nicht leiden. Na, warum wohl? Ich weiß nicht, ob es meinem gestressten Fahrstil oder Lunas miserable Orientierung zu verdanken ist. Vermutlich lag es aber wieder mal daran, dass ich aus unerklärlichen Gründen kein Navi mehr besitze. Aber wir haben uns einmal mehr verfahren. Und während schier unaussprechlichen Ortsnamen, Ampeln, vereinzelten Kleinstädten und der ein oder andere Blitzer, der einen schönen Schnappschuss für unser Fotoalbum festhält, mit erstaunlicher Geschwindigkeit an uns vorbeiziehen, finden wir uns plötzlich im schönen Städtchen Strausberg wieder. Dort machen wir dann gezwungenermaßen Halt, da uns nämlich das Benzin ausgegangen ist. Hm. Ich glaube, ich habe was vergessen, bevor wir losgefahren sind. Murmele ich, während ich neben der abgesoffenen Karre stehe. Danken vielleicht? Vielleicht kann uns ja jemand sagen, wie wir zurück auf die Autobahn finden. Oder er tut uns gleich den Gefallen und knallt uns ab. Wäre immer noch angenömer. Halt sein Besuch bei meinen Eltern, ich weiß, ich weiß. Ernsthaft, der Witz ist breit getreten. Nachdem wir uns eine Weile umgesehen haben, entschließen wir uns, eine nahegelegenen Eisdiele aufzusuchen. Nicht etwa, weil wir gerade Appetit auf Eis hätten, sondern weil wir vom Regen bereits völlig durchs Nest sind. Sind ja nicht gerade viele Leute hier. Was erwartest du? Es regnet und wir sind in einer Eisdiele. Luna wendet sich einem jungen Burschen zu, der vor seiner Cola sitzt und alles in einem einen ziemlich freundlichen Eindruck macht. Hey, du da! Der Junge sieht auf und starrt Luna mit weit aufgerissenen Augen an. Wow! Träume ich etwa? Bist du echt ein Elecorn? Murmelt er leicht perplex. Zu seiner Verteidigung muss ich jedoch sagen, dass einige bei Lunas Anblick in Ohnmacht fallen. Er schlägt sich also gar nicht so schlecht. Näh, ich bin ein Kugas Spaniel, der sich als Pony verkleidet hat. Ist doch klar. Er widert Luna trocken und trottet zu ihm herüber. Logisch. Und ich bin Leon. Murmelt Leon und grinst. Wie kann ich euch beiden helfen? Ihr seid nicht von hier, oder? Stimmt. Wir wollten eigentlich Richtung Delitzsch. Aber dann haben wir uns wohl verfahren. Delitzsch? Leute, da habt ihr aber einen lausigen Orientierungssinn. Habt ihr nicht bemerkt, dass ihr in die total falsche Richtung gefahren seid? Bevor es so weit kommen konnte, hatten wir schon kein Sprit mehr. Traurig, aber wahr. Man kann einem Alicorn keine Straßenkarte in die Hand... Ah, Hufe! Pardon. Hufe geben. Oh, Mann. Bis nach Delitzsch ist es ja noch eine Weile. Bei dem Wetter und um die Uhrzeit würde ich es euch nicht empfehlen, noch loszufahren. Leon sieht uns fragend an. Ich kann's echt nicht glauben. Prinzessin Luna. Hier in Strausberg. Sie ist als eine Art... Audienz. Erwidert Luna und versucht möglichst elegant und royal zu wirken. Ein Versuch, der so dermaßen nach hinten losgeht, dass es fast schon wieder ehrfurchterweckend ist. Ja, klar doch, eine Audienz. Antwortet Leon trocken und sieht uns an. Hm, wenn ihr wollt, könnt ihr über Nacht bei mir bleiben und morgen früh weiterfahren. Gerne! Klar, warum nicht? Dafür laden wir dich heute Abend zum Essen ein. Deal? Frage ich und reiche ihm einen freundschaftlichen Bluhuf. Deal. Grinst Leon und schlägt ein. Gut zwei Stunden später stehen wir in einem nahegelegenen McDonalds und bestellen uns unser Abendessen zusammen, als ich Lunas Blick bemerke. Oh nein. Was gibt's? Lasst uns einfach verschwinden, sonst... Doch bevor ich meine Warnung zu Ende stammeln kann, hat Luna bereits ihre Bestellung aufgegeben. Also, ich möchte einen doppelten Cheeseburger mit extra viel Ketchup und dafür nicht so viel Senf. Die Gurken könnt ihr dann auch gleich weglassen. Dann bitte doppelt so viel Käse und nur halb so viel Fleisch. Dafür könnt ihr dann auch die Brötchen wegschmeißen. Dann nimmst du den Käse und stoffst ihn ganz tief in den Mülleimer. Ich hasse Käse ohnehin. Und tu stattdessen noch Gurken drauf. Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch noch gleich mit dem Ketchup einen Smiley auf das Fleisch mahlen. Mit fünf Zentimeter Radius und einem fröhlichen, aber nicht gleich überschwänglichen Lächeln. So ein bisschen wie ein Traurier-Clown. Du verstehst? Und dann nimmst du das Geschmorder und stoffst es in eine Burger King-Tüte. Denn ich will keine blöde McDonalds-Tüte. Die sehen beschissen aus. Der Verkäufer starrt Luna vollkommen perplex an. Und ich hätte schwören können, dass an seinem Hals gerade ein paar Schlagadern geplatzt sind. Sag mal, ist sie immer so? Meistens. Okay Kumpel, ich hab echt Mitleid mit dir. Unterdessen hat der Verkäufer Luna einen Cheeseburger gebracht. Keine Sonderanfertigung, sondern einen stinknormalen Cheeseburger. Das habe ich nicht bestellt. Ich will sofort deinen Chef sprechen. Ich verlange, dass von meinen Wünschen als Kundin hier eingegangen wird. Ist doch echt unglaublich, diese miesen Betrüger. Entschuldigung, aber wir... Nein, ich habe eine klare und deutliche Bestellung aufgegeben. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann schlage ich vor, dass du deinen Job an den Nagel hängst und dich gefälligst vom Acker machst. Aber ich... Was aber? Willst du mir etwas sagen, ich hätte undeutlich gesprochen? Der bemitleidenswerte Bursche hat bereits Tränen in den Augen. Fräulein, ich wollte doch nur... Du kannst dir deinen Fräulein sonst wohin stecken. Ich habe ein Recht darauf, an einem kompetenten Mitarbeiter bedient zu werden und nicht von einem dahergelaufenen Vollpfosten. Jetzt hören Sie mal. Jetzt hören Sie mal. Seit wann arbeiten Sie hier eigentlich? Ich will sofort den Chef sprechen. Ich sehe Leon entgeistert an. Ist hier irgendwo ein Burger King in der Nähe? Klar, gleich die Straße runter. Gut, wir holen Luna dann morgen früh von der Polizeiwache ab. Wir verlassen das Lokal, während hinter uns gerade eine Schlägerei ausbricht. Noch bevor wir außer Reichweite sind, fliegt uns ein Hocker hinterher und durchschlägt die Fensterscheibe. Weißt du, zur Not kannst du Luna auch einfach da lassen. Glaub mir, ich habe vollstes Verständnis für dich, Mann. Ich überdenke das großzügige Angebot, entscheide mich jedoch dann dagegen. Ich habe dem Arm schon genug Mühe gemacht und will auch nicht noch sein Leben ruinieren. Kapitel 21 Urlaub Ernsthaft? Luna stürmt aus dem Badezimmer. Können wir uns darauf einigen, dass wir jedes Mal, wenn wir das Bad benutzt haben, danach das Fenster öffnen? Ich wäre fast gestorben da drin. Nein. Was? Warum denn nicht? Weil ich keine Lust habe, auf einer kalten Toilette zu sitzen. Und ich habe keine Lust, im Bad elendig zu ersticken. Ich gebe mich geschlagen. Na schön. Danke. Woher hätten wir auch wissen können, dass unser Ferienhaus nur ein Badezimmer hat? Ja. Aber sehen wir es doch mal positiv. Wir haben Urlaub. Und du weißt genau, was das bedeutet. Oh ja. Kein Stress. Keine Arbeit. Keine nervigen Nachbarn. Keine Postboten, denen mich um halb zehn aus dem Schlaf klingeln. Keine PS3. Was leider auch wahr ist. Als wir gestern Nacht in Richtung Dänemark aufgebrochen sind, haben wir die Playstation leider Gottes zurücklassen müssen, da mein Wagen bereits gerammelt voll war. Hey. Wir haben ausgemacht, dass wir uns diese Woche von all dem Technik-Kram verabschieden. Immerhin haben wir einen Fernseher hier. Das sollte für gemütliche Abende reichen. Wenn wir Dänisch sprechen könnten. Ja. Okay. Das stört ein bisschen. Wir liegen dösend auf dem Sofa und sehen abwechselnd in das prasselnde Kaminfeuer und dann wieder eine Weile auf den Fernseher, wo gerade die, was weiß Gott wie viel, die Wiederholung von Things We Lost in the Fire läuft. Ein wirklich toller Film. Sogar auf Dänisch kommt man noch mit der Handlung mit. Das heißt natürlich, wenn man Dänisch spricht. Für uns ist es einfach nur eine nicht enden wollende Suche nach Wörtern, die uns irgendwie bekannt vorkommen und aus denen wir irgendeinen Zusammenhang schustern können. Ein echtes Vergnügen. Hey. Hast du Lust, ein bisschen am Strand spazieren zu gehen? Luna öffnet die Tür zur Terrasse. Klar doch. Gut fünf Minuten später schlendern wir am Strand entlang, genießen die salzige Luft, das Rauschen der Wellen und das Pfeifen des Windes. Weißt du, so schlimm finde ich es gar nicht, für eine Weile mal wegzukommen von all dem Gehetze und dem Lärm in der Stadt. Stimmt. Ich meine, wären wir nach Italien abgezischt, könnten wir uns jetzt mit unseren garantiert auch deutschen Platznachbarn um den letzten freien Quadratmeter am Strand boxen. Hey. Hast du Lust, mit mir schwimmen zu gehen? Luna grinst mich keck an. Spinnst du? Das Wasser ist arschkalt. Hier sind gerade mal zehn Grad. Luna, hör auf damit. Lass den Quaar. Doch bevor ich meinen Satz zu Ende bringen kann, hat mich Luna bereits lachend in das kalte Wasser geschubst. Na warte. Hey, hör auf, das Wasser ist kalti. Es war alles in allem ein schöner Urlaub, auch wenn wir aufgrund einer Lungenentzündung leider eine Woche früher abreisen mussten. Dennoch hatten wir definitiv unseren Spaß, obwohl die Heimfahrt etwas anstrengend war. Wer nicht weiß, wovon ich rede, soll einmal mit einer schweren Lungenentzündung für zehn Stunden hinter dem Steuer eines vollgepackten Autos sitzen. Kapitel 22 Der Neuzugang Ich liege in Decken eingewickelt und mit einem Fieberthermometer im Mundwinkel neben dem Sofa auf dem Boden, welches natürlich von Luna in Beschlag genommen wurde. Nun, dem besonders aufmerksamen und scharfsinnigen Hören dürfte aufgefallen sein, dass ich bei unserer Abreise aus Dänemark nicht ganz so fit war wie sonst. Aus diesem nicht ganz so fit sein hat sich eine fiese Erkältung entwickelt. Wieso darf ich nicht auf das Sofa? Ganz einfach. Das Sofa ist mein Platz. Aber ich bin krank. Ja und? Wenn ich heute eine Ausnahme mit dir mache, geht das morgen so weiter. Und irgendwann bin ich diejenige, die mit Fieber neben dem Sofa liegt. Ich erwidere nichts und versuche es mir auf dem harten Parkettboden irgendwie gemütlich zu machen. Untersteh dich in meine Richtung zu husten. Ich will nicht auch noch krank werden. Oh, entschuldige viermal, dass ich es gewagt habe, in deine Richtung zu husten. Ich werde in Zukunft einfach überhaupt nicht mehr atmen. Dann ist das Problem von ganz allein gelöst. Sag doch sowas nicht. Das wäre schlimm. Wer soll denn dann mein Essen kochen? Ich verdrehe die Augen. Dabei fallen mir die kleinen Staubwolken auf, die von der Decke herabrieseln. Sag mal, kommt dir das nicht auch ein bisschen seltsam vor? Ach was. Das ist ein altes Dach. Das staubt auch mal. Sei nicht so eine Pussy. Brummt Luna und widmet sich wieder dem Geschehen auf dem Bildschirm zu. Ich will gerade etwas erwidern, als plötzlich ein lautes Krachen ertönen und etwas schweres auf Luna krachen. Sie folgten von Ziegeln und Unmengen und Staub. Als sich die dichten Staubwolken gelegt haben, rappel ich mich hustend auf und sehe zu Luna herüber. Sie liegt reglos auf dem Sofa unter Unmengen von Schutt und Ziegeln begraben. Luna. Ich stürme panisch auf sie zu. Ich rüttle an ihrer Schulter, doch sie liegt nach wie vor nur reglos da, ohne ein Lebenszeichen von sich zu geben. Luna. Und endlich ertönt ein lautes Ächzen. Mann. Was um Himmelswillen war das? Da bemerke ich, dass sich unter dem Schutthaufen noch etwas regt. Und langsam aber sicher streckt sich der Kopf eines grauen Ponys mit blonder Mähne aus dem Staub. Mh, ouch. Murmelt das Pony und sieht mich mit schielenden Augen an. Oh je. Tut mir furchtbar leid. Da ist wohl irgendwas schief gelaufen. Wer um alles in der Welt bist du? Ich war mit der Situation sichtlich überfordert. Ich? Ich bin Derpy. Derpy Hoofs. Schön, euch kennenzulernen. Erwidert sie und sieht zu Luna hinab. Wieso liegst du da? Die Frage ist, wieso liegst du auf mir drauf? Luna schubst Derpy von ihrem Rücken. Ups. Entschuldige. Derpy hüpft von der Couch. Wie um alles in der Welt bist du in unser Wohnzimmer gekommen. Derpy sieht erst mich, dann die klaffende Lücke in unserer Zimmerdecke an. Hm. So wie es aussieht durch das Dach. Und wie bist du auf unser Dach gekommen? Hm. Äh. Nun. Äh. Gute Frage. Derpy sieht betroffen zu Boden. Nun. Es ist ein Geheimnis. Ihr dürft es also niemandem verraten, ja? Sie blickt verspörerisch in alle Richtungen. Ich. Ich sehe nichts so besonders gut. Was? Und wie soll es bitte schon erklären, was du auf unserem Dach verloren hast? Habe ich doch gerade gesagt. Ich sehe nicht gut. Das schielende Pony sieht Luna mitleidig an. Du bist nicht so helle, oder? Wie bitte? Wenn hier jemand nicht gerade die hellste Birne im Leuchter ist, dann wohl du? Puh. Ihr seid beide nicht die hellsten. Nur Derpy kann nichts dafür. Habe ich schon erwähnt, dass ich nie ein besonders guter Streitschlichter war. Nun jedenfalls sehen mich nun drei Augen böse an. Derpys zweites Auge schaut nämlich in Richtung Decke. Ich bin nicht blöd. Ich war die Beste in meiner Abschlussklasse. Meine Lehrerin hat nämlich gesagt, es täte ihr richtig leid, mich gehen zu lassen. Sie hätte mich gerne noch länger da behalten. Luna schlägt sich stöhnend vor die Stirn, während ich nur milde lächle. Irgendwie ist mir dieses Pony sympathisch. Und was hast du in meiner Straße gemacht? Frage ich in der Hoffnung auf eine halbwegs sinnvolle Antwort. Naja, ich bin Briefträgerin. Zumindest war ich das, bis man mich gefeuert hat. Angeblich hätte ich die Post so oft neben den Briefkasten geworfen. Stimmt aber gar nicht. Die Leute sind ja auch blöd, immer gleich zwei Briefkästen aufzustellen. Können die sich nicht entscheiden? Tja, manche Menschen sind eben nicht besonders schlau. Hm. Und daher bin ich jetzt auf der Suche nach einem neuen Job. Das Problem ist nur, ich habe mich irgendwie auf dem Weg nach Sugarcube Corner verflogen. Bin ich noch in Ponyville? Ich starre sie fassungslos an. Äh, nein. Nicht? Ach, wie doof. Das letzte Mal, als sowas passiert ist, durfte ich 20 Meilen zurückfliegen. Weißt du was? Klar weiß ich was. Doofe Frage. Derpy verdreht ihre Augen. Was bei ihrem Schielen wirklich zum Schießen aussieht. Wieso bleibst du einfach nicht hier wohnen, bis du einen neuen Job gefunden hast? Echt? Das wäre total nett. Ich muss ehrlich sein. Ich glaube nicht, dass mich in Ponyville noch jemand als Briefträgerin angestellt hätte. Daher tut mir ein Tapetenwechsel bestimmt gut. Denke ich auch. Dann bin ich hier immerhin nicht mehr das einzige Pony in der Gegend. Um ehrlich zu sein, gefällt mir die Idee sogar ausgezeichnet. Nicht wahr? Und wenn ich schon mal bei euch wohne, kann ich auch gleich dabei helfen, euer Dach zu reparieren. Was habt ihr denn da angestellt? Das sieht furchtbar aus. Derpy macht vor Freude einen kleinen Luftsprung. Dabei verhättet sie sich in den Kabeln des Fernsehers und reißt den Bildschirm zum Boden. Luna stößt einen fassungslosen Schrei aus und lässt ihr Heiligtum wieder zurück an seinen Platz schweben. Während Derpy sich aufrappelt, um sich aus den Kabeln zu befreien. Ups. Tut mir leid. Ich glaube, das Dach lassen wir lieber von einem Fachmann reparieren. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich brauche dringend Schlaf. Runter von meinem Sofa! Luna schubst mich wieder auf den Boden zurück, während Derpy uns anlächelt. Ich glaube, mit euch beiden werde ich eine Menge Spaß haben. Kapitel 23 Going Derpy Am nächsten Morgen werde ich von lauten Scheppern und Krachen geweckt. Kein gutes Zeichen. Ich schleppe mich aus dem Bett und gehe runter in die Küche, bereits den Erste-Hilfe-Kasten in der Hand und sämtliche Notrufnummern im Kopf. Entgegen meiner Erwartungen jedoch hat Luna in der Küche kein zweites Texas Chainsaw-Massaker veranstaltet. Stattdessen sitzt Derpy inmitten eines Scherbenhaufens da und sieht mich mit großen schielenden Augen an. Tut mir leid. Da ist wohl irgendwas schief gegangen. Seltsamerweise kann ich dem kleinen, blonden Pony einfach nicht böse sein. Stattdessen lächle ich nur milde und helfe ihr, die Scherben wieder aufzusammeln. Dass Derpy dabei mehrmals ausrutscht und die Sauerei noch weiter ausbreitet, stört mich nur wenig. Nun scheint auch Luna endlich wach zu sein und trottet verschlafen in die Küche. Entschleute, wieso müsst ihr morgens so einen Lärm veranstalten? Darf ich dich daran erinnern, liebste Mitbewohnerin, dass du es warst, die mich seit dem Tag deines Einzugs jeden Tag mit unnötig lauter Musik geweckt hast? Das interessiert keinen. Was hast du überhaupt in der Küche gemacht, Derpy? Oh, ähm, ich wollte mich dafür erkenntlich zeigen, dass ihr mich bei euch wohnen lasst. Und da dachte ich mir, ich mache Frühstück für euch. Und als ich den Tisch decken wollte, bin ich über meine Hufe gestolpert. Du bist über deine eigenen Hufe gestolpert? Derpy wird rot und sieht peinlich berührt zu Boden. Und was ist mit dem Frühstück passiert? Äh, ach seht selbst. Derpy gibt den Blick auf die Herdplatte frei. Dort liegt inmitten auf der Herdplatte ein äußerst eigenartiges Ding, das nicht nur seltsame Geräusche von sich gibt, sondern auch noch in jeder Hinsicht dem Satz, es lebt, eine ganz neue Bedeutung gibt. Was um alles in der Welt? Das sollten wir in ein Labor schicken. Ich glaube, du hast eine neue Spezies erschaffen, Derpy. Ja, ich wollte Spiegelei machen, aber dann ging es in Flammen auf. Ich habe versucht, das Feuer zu löschen, aber je mehr Orangensaft ich auf das Öl geschüttet habe, desto stärker Brande ist. Wir haben noch nicht einmal Orangensaft im Haus. Ich gehe das mal entsorgen. Wenn ich in zehn Minuten nicht wieder zurück bin, alarmiert die Heimatschutzbehörde, dann bin ich vermutlich dem hellen Tod gestorben. Nachdem wir die Sauerei in der Küche dann endlich aufgeräumt und ein halbwegs genießbares Frühstück aus den überlebenden Nahrungsmitteln gezaubert haben, sitzen wir gemeinsam am Tisch und versuchen, eine Unterhaltung in Schwung zu bringen. Nun sieht es so aus, als hätten wir noch etwas gefunden, was ich nicht beherrsche. Konversation. Sag mal, Derpy. Ja? Ich will die Frage fortsetzen, stelle jedoch fest, dass ich nicht so weit geplant habe. Eine unangenehme Pause entsteht, die dann jedoch glücklicherweise von Luna unterbrochen wird. Hast du schon immer geschielt? Luna! Was? Ist doch nicht zu übersehen. Wieso sollte man da ein Geheimnis rausmachen? Schon okay. Ich habe schon immer geschielt. Seit meiner Geburt. Da ist wohl irgendwas schief gelaufen. Aber ich kann mich nicht beklagen. Doppelt so viele Eltern sind auch was Schönes. Erneut herrscht peinliches Schweigen. Und? Hast du irgendwelche Hobbys? Lesen oder so? Derpy sieht mich fragend an. Hast du schon mal versucht, chillend zu lesen? Äh, nein. Ist verdammt schwer. Tut mir leid. Schon okay. Ich mache mich dann mal auf die Suche nach einem Job. Vielen Dank für das Frühstück. Viel Glück! Eine Weile herrscht Stille. Dann ruft Derpy noch einmal ins Wohnzimmer. Durch welche Türe soll ich denn gehen? Die sehen beide gleich aus. Einfach Augen zu und durch! Okay. Derpy schließt die Augen, nimmt Anlauf und kracht mit Wucht gegen die Wand. Ich glaube, das wird ein langer Tag für sie. Gut zwei Stunden später trottet Derpy wieder durch die Tür. Diesmal erwischt sie sogar auf Anhieb die richtige und spaziert in Richtung Wohnzimmer. Hey Derpy! Und? Wie lief die Jobsuche? Also irgendwie nicht so gut. Sie begutachtet den Controller der Playstation 3. Nach mehreren Versuchen gibt sie auf und legt ihn wieder seufzend hin. Wieso das? Naja, ich dachte mir, ich sollte mal zum Postamt gehen. Da hat man mich auch freundlich empfangen. Es sind sogar zwei junge Männer, ich glaube es waren Zwillinge, herbeigekommen und haben mir beide Türen aufgemacht. Da ich keinen der beiden enttäuschen wollte, bin ich einfach draußen geblieben. Und das war's? So in etwa. Und was hast du die restlichen zwei Stunden gemacht? Och, das ist ja das Beste daran. Ich hab mich mit einem der beiden angefreundet. Er ist echt nett. Aber leider hatten sie keine Stelle frei. Danach haben wir uns noch eine Weile unterhalten. Und ich glaube, wir verstehen uns echt gut. Er ist wirklich total nett. Wie heißt er denn? Er heißt Dieter. Nett. Und wie geht es jetzt mit deiner Jobsuche weiter? Hm, ich werd mich morgen mal weiter umsehen. Aber jetzt muss ich mich fertig machen. Dieter holt mich heute Abend ab. Was? Fährt er einen Van mit getönten Scheiben? Nein, warum? Ach, nur so. Naja, ist ja auch egal. Wir sehen uns später wieder. Okay, Leute? Das wird sich zeigen. Wenig später klingelt es an der Tür. Als ich öffne, steht ein junger Bursche mit blonden kurzen Haaren und charmanten Lächeln da, in der Hand einen Blumenstrauß haltend. Oh, äh, bin ich hier richtig? Ich kann nicht antworten, da ich zu beschäftigt damit bin, den Jungen in der Tür anzustarren. Als ich dann doch meine Sprache wiedergefunden habe, rufe ich Derpy. Diese kommt nach fünf Minuten die Treppe herunter galoppiert, lächelnd und verschwindet dann lachend im Arm von Dieter. Einem verflucht gut aussehenden, blonden Burschen, den sie auf dem Postamt angelacht hat. Ich starre den beiden hinterher und schüttle den Kopf und setze mich neben Luna aufs Sofa. Hätte nie gedacht, dass Derpy von uns als erstes ein Date bekommt. Und das schon an ihrem zweiten Abend. Und während wir beide allein zu Hause sitzen und angestrengt grübeln, wird mir klar, dass wir von Derpy noch eine Menge lernen können. Sie mag vielleicht kein Genie sein und nicht gerade gut sehen, aber immerhin hat sie die wirklich wichtigen Dinge im Leben gelernt. Man muss eben Prioritäten setzen. Kapitel 24 Ein ganz normaler Tag Am nächsten Morgen treffe ich Derpy in der Küche, wo sie wieder einmal mehr drauf und dran ist, mit Hilfe eines unschuldigen Eis ein weiteres Verbrechen gegen Gott und die Menschheit zu begehen. Morgen. Oh, guten Morgen. Trellert Derpy und versucht, das Ei mit ihren Hufen aufzuschlagen. Unnötig zu erwähnen, dass das ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen ist. Ich nehme ihr das Ei vorsichtig ab und schlage es auf, während ich Derpy verschmilzt angrinse. Und wie war dein Date? Oh, es war großartig. Dieter ist ein total netter Kerl. Er hat mich sogar zum Essen eingeladen. Dann waren wir noch im Stadtpark und haben uns über die Juppies lustig gemacht. Und dann haben wir uns spontan noch einen Film angesehen. Lasst mich raten. Ihr wart im Kino und seid in eine Liebeskomödie gegangen. Und als es dunkel wurde, hält er ganz zärtlich deine Hand, äh, deinen Huf. Und als der Film zu Ende ging, habt ihr euch geküsst und seid lachend zurück zum Wagen gegangen, wo er dich nach Hause gefahren hat. Und dann gab es noch ein Küsschen auf der Türschwelle. Richtig? Ah, so in der Art. Wir waren bei ihm zu Hause, haben Saw angeschaut und dazu Chips gefuttert, die wir vorher an der Tankstelle gekauft haben. Oh. Ich glaube, wenn ich nicht geschielt hätte, wäre der Film irgendwie logischer gewesen. Das bezweifle ich. Nachdem dann der Tisch gedeckt und das Frühstück gerichtet ist, entschließen wir uns, Luna zu wecken. Ein Vorhaben, das bereits zum Scheitern verurteilt ist, bevor wir es überhaupt in Angriff genommen haben. Hm. Glaubst du, wir sollten ihr Wasser über den Kopf schütten? Nein, dagegen ist sie mittlerweile immun. Nun, da das Dach kaputt ist, hat es die ganze Nacht auf sie eingeregnet. Und nicht einmal das hat sie vom Schlafen abhalten können. Oh. Aber ich habe da bereits eine Idee. Luna, Vorsicht! Hinter dir ist ein Klopper! Der Effekt ist erstaunlich. Sie kreischt auf und macht einen Satz in die Luft, der sie beinahe durch das Loch im Dach befördert hätte. Dann landet sie wieder auf der Couch und dreht sich panisch um. Oh, mein Gott! Schnell, lenkt ihn von meinem Hinterteil ab! Dann trete ich ihm mit Wucht zwischen die Beine! Alles okay, Luna. Es war nur ein Witz. Ich lächel beschwichtigend. Wie kannst du über sowas Witze machen? Ich bin immer noch traumatisiert und das weißt du! Hä? Von was denn? Äh, vergiss es einfach. Diesen Kampf, den ich vor einigen Wochen mit Luna geführt und nur mit knapper Not gewonnen habe, möchte ich nicht auch noch mit Derpy ausfechten müssen. Wir haben Frühstück gemacht, Luna. Oh, super! Nach einem derartigen Schock gibt es doch auch nichts Besseres, als sich ein ausgiebiges Frühstück zu gönnen. Nicht wahr? Nachdem das Frühstück dann verputzt und das Geschirr verstaut ist, entschließt sich Derpy wieder auf Jobsuche zu gehen, während ich zur Arbeit muss. Also dann, Luna, sei schön brav und mach nicht auf, wenn jemand klingelt. Sehr witzig. Luna verdreht die Augen. Sieh lieber zu, dass du pünktlich bei der Arbeit bist. Und auch, wenn dir jemand etwas Süßes anbietet, darfst du nicht zu ihm ins Auto steigen. Vergiss das nicht. Boah, jetzt halte denn dich die Klappe! Und wenn der Briefträger klingelt, dann sag ihm, dass du allein zu Hause bist und nicht aufmachen darfst. Boah, jetzt hau endlich ab! Dann wirft sie ein Kissen nach mir. Lachend knalle ich die Tür zu und gehe zur Arbeit. Als ich spätabends nach Hause komme, ist Luna immer noch allein zu Hause und sitzt nach wie vor mit eiskalter Mine vor dem Fernseher. Hast du dich die letzten neun Stunden überhaupt bewegt? Klar. Wie hätte ich denn sonst den freundlichen Päderasten von gegenüber aufmachen können? Nicht witzig. Nee, da hast du recht. Wenn ich mich schon an die Perversen aus der Nachbarschaft wenden muss, läuft irgendwas in unserer Beziehung nicht so ganz richtig. Äh, vergiss es einfach. Und wie war es bei dir auf der Arbeit? Ich fühle mich wie geredet. Ich greife nach dem Bier, das neben Luna auf dem Tisch steht. Hey, das war meins! Treffend beschrieben. Es war deins. Ich sehe mich um. Hey, wo ist Derpy? Ach, die ist mit Dieter weggegangen. Die beiden meint's richtig ernst, hm? Na, scheint so. Aber vor ihrem dritten Date sollten wir mit dem Typ noch Klartext reden. Oder zumindest Derpy aufklären. Ich überdenke ihren Einwand. Klar, bevor Derpy noch eine unschöne Überraschung erlebt, sollten wir wirklich mit ihr reden. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass Derpy bei ihrer Beziehung mit Dieter an die nächsten Schritte gedacht hat. Oder überhaupt an irgendwas. Ja, scheint mir ratsam. Ich nicke. Dann gehe ich in die Küche und hole zwei Fertiggerichte aus dem Kühlschrank. Schau mal, was ich bei Lidl gefunden habe. Luna starrt auf die Packung in Fertiglasagne in meiner Hand, auf die ich im Nachhinein noch den altbekannten Spruch My Lidl Pony gekritzelt hatte und rennt an mir vorbei zur Toilette. Nun, wer noch nie einem reiernden Alicorn die Haare gehalten hat, kann von Glück reden. Ob Ponys oder Menschen, irgendwie ist es immer unangenehm. Nach gut einer Stunde oder so hat sich Luna wieder beruhigt. Und nachdem ich die Lasagne in den nächstbesten öffentlichen Mülleimer geworfen habe, vertragen wir uns auch wieder. Gut zugegeben, der Witz war mies. Aber so gelacht habe ich nicht mehr, seitdem ich im Internet ein Harlem Shake Video von Luna gefunden habe, wie und wo es aufgenommen wurde, hat sie mir leider nicht verraten. Dennoch, ich fürchte, dass ich demnächst zur nächsten Lidl-Geschäftsstelle fahren darf, um dann gemeinsam mit Luna wieder eine Szene zu machen. Nun, wir dürfen gespannt sein. Kapitel 25 Schräge Träume Ich liege auf dem Sofa und tippe auf dem Laptop ein. Luna ist in den Elektroladen gegangen. Derpy und Dieter sind zu einer Kunstausstellung unterwegs. Nur ich bin allein zu Hause und versuche das neue Kapitel fertig zu bekommen. An sich kein Problem, doch irgendwie haben meine Gehirnzellen heute kreative Ladehemmungen. In solchen Momenten suche ich stets Trost darin, mein Notizbuch hervorzuholen, wo meine krassesten Erlebnisse mit Luna kurz und knapp geschildert sind. Nur für den Fall, dass mir einmal tatsächlich keine Aktionen mit meinem blauen Alicorn bleiben, über die ich schreiben kann. Was bislang Gott sei Dank noch nie vorgekommen ist. Also schlage ich das Büchlein auf und verzehe angewidert das Gesicht. Blut, Sex, Gewalt, ein kleines Kätzchen. Klassexplosion, fünf tote Steuereintreiber. Was zur Hölle? Ich werfe das Buch weg. Wenn ich auch nur irgendwas davon ins Internet stelle, kreuzt am nächsten Tag wieder das Sondereinsatzkommando auf. Ganz zu schweigen von den Exorzisten. Also entschließe ich mich, ein wenig spazieren zu gehen. Auf dem Weg nach draußen fällt mein Blick auf die Haustür, neben der in der Wand bereits einige Dellen sind. Ich muss mit Derpy dringend mal zum Augenarzt. Es ist ein recht schöner Tag und ich atme die frische Luft tief ein. Wer weiß, wann wir das nächste Mal wieder so gutes Wetter haben. Unterwegs fällt mir eine kleine Menschenmenge auf, die mich enorm an einen wütenden Mob erinnert. Das Schlimmste befürchtend, laufe ich los und kämpfe mich durchs Getümmel der Menschen. Inmitten der Mops marschiert Luna und wirft mit Steinen um sich. Zum Teufel, man kann diese blaue Nervensäge wirklich keine fünf Minuten aus den Augen lassen, ohne dass es zu einem neuen Bürgerkrieg kommt. Luna! Was zum Teufel ist jetzt wieder los? Hä? Nichts? Wieso? Und was hat der wütende Mob zu bedeuten? Oh, ich dachte, wir genießen das schöne Wetter, um nochmal auf die Barrikaden zu gehen. Und weshalb der Aufruhr? Naja, da wäre zum einen die deutsche Zensur von Videospielen, die Datenpakete der Telekom, das korrupte System. Such dir was aus. Ja, aber warum? Wieso kannst du nicht einfach unter einem lächelnden, zeugnüben, bissiger Artikel für irgendeine billige Anarchiezeitschrift verfassen? Wieso muss das immer gleich so enden? Mittlerweile ist aus dem kleinen Aufruhr ein echter Straßenkampf geworden. Neben uns geht ein improvisierter Sprengsatz in die Luft und das Tränengas wird auch langsam nervig. Los, wir verschwinden! Luna flattert davon. Seltsam, ich habe sie noch nie fliegen gesehen. Und jetzt wird mir auch klar, warum. Es sieht absolut lächerlich aus. Als wir wieder zu Hause ankommen, schalten wir gleich die Nachrichten ein. Der Nachrichtensprecher blickt mit Ernsterminen in die Kamera und berichtet gerade über das grauenvolle Geschehen da draußen. Die blutigen Auseinandersetzungen auf den Straßen, bei denen es hauptsächlich um Sex und Gewalt geht, haben mittlerweile die ersten Opfer unter der Bevölkerung gefunden. Ein kleines Kätzchen wurde als Wurfgeschoss auf einen Polizisten missbraucht und die unzähligen Gasexplosionen haben bereits mehrere Tote gefordert, darunter auch fünf Steuereintreiber. Nach den letzten Worten schüttelt der Nachrichtensprecher verwirrt den Kopf, blickt an der Kamera vorbei und mummelt irgendwas Unverständliches. Dann steht er wortlos auf und verlässt das Studio, wobei er die Beleuchtung versehentlich herunterreißt. Luna sieht mich verwirrt an, dann öffnet sie ihren Mund und verschlingt drei Hühner bei lebendigem Leibe. Ich schüttle confused den Kopf, während um mich herum bunte Äpfchen hüpfen und ich in einen Abgrund aus markanten Farben und Formen falle, während die Hühner versuchen, aus Lunas Bauch zu entkommen. Als ich mich umdrehe, steht eins der bunten Äpfchen neben mir, in der Hand ein riesiges Schlachtermesser und... Ich schrecke mit einem lauten Aufschrei aus dem Schlaf hoch und halte meinen Schmerzen im Kopf. Vor mir liegt der aufgeklappte Laptop, an dem ich vor einer Stunde noch gesessen habe, bevor mir Luna einen Zug ihrer Zigarette angeboten hatte. Nun, das erklärt zumindest einiges. Alles okay? fragt Luna vom Sofa aus. Du bist plötzlich eingeschlafen und hast angefangen, etwas vor dich hinzumummeln. Irgendwas mit Kätzchen und Gasexplosionen? Ich schüttle den Kopf, was verdammt wehtut. Ich murmele etwas Unverständliches und dann gehe ich in die Küche und lasse mir einen Kaffee aus der Maschine. Okay, Leute, bis später. Ich gehe jetzt mit Dieter ins Kunstmuseum. Da gibt es kostenlose Häppchen. Und ich gehe dann mal in den Elektroladen. Luna steht vom Sofa auf. Ich runzle die Stirn, schaue den beiden nach und gehe kopfschüttelnd ins Bett. Wie der Tag zu Ende gehen wird, weiß ich ja. Und glaubt mir, das will ich nicht erleben müssen. Kapitel 26 Coitus Interruptus Ich sitze meiner Freundin im Café gegenüber und freue mich meines Lebens. Woran denkst du? Nach nichts. Alles okay. Sie lächelt. Ich finde es süß, wenn du dir so viele Gedanken machst. Mach ich doch gar nicht. Ich versuche, Luna aus meinen Gedanken zu verbannen, was bei einer notorischen Nervensäge wie ihr gerade gar nicht so einfach ist. Gott sei Dank reißt mich jedoch der Kassierer aus meinen finsteren Gedanken und ich gebe ihnen aus reiner Dankbarkeit 5 Euro Trinkgeld. Und? fragt mein Date schmunzelnd. Was machen wir jetzt? Nach einigen Diskussionen entschließen wir uns, zu mir nach Hause zu fahren. Um ehrlich zu sein, wird mir bei dem Gedanken, Luna und meine Freundin in einem Haus zu haben, Angst und Bange. Aber gut, wir werden ja sehen, wie dieser Abend für mich ausgeht. Nach gut einer halben Stunde ging immer noch nichts schief. Luna ist tatsächlich außer Haus. Derpy und Dieter sind weiß Gott wo und ich bin mit ihr alleine. Das läuft geradezu schockierend glatt. Jeden Moment erwarte ich gespannt, dass Luna durch die Tür brettet und das Date mit einem ihrer patentierten Kommentare in Grund und Boden walzt. Doch es bleibt still. Kein nerviges blaues Alicorn. Keine unerwarteten Vorkommnisse. Das macht mich alles verdammt nervös. Was ist los mit dir? Du bist total angespannt. Nichts. Ich kann ihr ja schlecht erzählen, dass ich jederzeit damit rechne, dass ein blaues, geflügeltes Einhorn mit einer Tüte voller Videospiele, die sie von meinem Geld gekauft hat, durch die Tür kracht und unser Date auf eine grausame und unschöne Art und Weise beendet, die darin ausartet, dass sie mich nie wiedersehen will und ich einsam und verbittert mit Luna den Rest meines kläglichen, erbärmlichen Daseins verbringen muss. Noch bevor ich mich über diesen Gedankengang wundern kann, hat sich meine Freundin bereits an mich rangemacht und beginnt meine Schultern zu massieren. Du bist ja völlig verspannt, Süßer. Hey, langsam. Will ich sie abbremsen, dann besinne ich mich eines Besseren und strecke mich ihr entgegen. Während ihre schlanken Hände an meinem Rücken herabwandern, verschwinden langsam all meine Gedanken an meine nervtötende Mitbewohnerin. Wow. Eins muss man ihr lassen. Sie kann einen Mann wirklich um den Verstand bringen. Na, gefällt dir das? Allerdings. Dann allerdings lässt sie plötzlich von mir ab, was sich ungefähr so anfühlt wie ein eisiger Regenguss nach einem warmen Bad. Ich denke, wir sollten jetzt besser im Schlafzimmer weitermachen. Sie lächelt mir zu. Plötzlich fühlt sich mein Hals ziemlich trocken an. Ähm, okay. Und während wir im Bett liegen und uns fit halten, wird mir auf einmal klar, dass mein Leben einfach herrlich ist. Alles lief heute glatt. Man könnte sagen, heute ist wohl der beste Tag seit langem. Da höre ich plötzlich das Geräusch einer entschlossfallenden Haustür. Und plötzlich zerbricht die Illusion eines schönen Lebens vor meinem geistigen Auge. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Oh, verdammt! Was ist los? Äh, nichts. Aber wir sollten für einen Moment leise sein. Meine, ähm, Mitbewohnerin ist gerade nach Haus gekommen. Was? Du hast eine Mitbewohnerin? So in etwa. Oh, scheiße. Sie rollt sich von mir weg. Erneut könnte ich mich für meine eigene Dummheit ohrfeigen. Ist schon okay. Ich ziehe sie wieder zu mir her. Wir müssen einfach nur ein bisschen leise sein. Bevor ich meinen Satz beenden kann, reißt Luna die Tür auf und stürmt in mein Zimmer. Hast du noch Sahne für meinen Kuchen? Oh, mein Gott! Meine Freundin kreischt los. Ich schlage mir gequält vor die Stirn. Luna sieht aus, als wäre sie der Unmacht nahe. Und so langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ein funktionierendes Sexualleben mit einem Alikon im Haus einfach nicht möglich ist. Und während mein Liebesleben vor meinem geistigen Auge aus der Tür stürmt, Luna schallend auf den Boden reiert und ich den Tränen nahe mein Gesicht verberge, wird mir klar, dass mein Leben total im Arsch ist. Mal wieder. Kapitel 27 Eines schönen Abends Ich hab satt! ruft Luna und kippt den Rest ihres Bieres auf einen Zug weg. Dein wievieltes Bier ist das jetzt? In deinen Geschichten geht's immer nur um mein Leben ist total scheiße und Luna ist die totale Bitch und macht mein Leben kaputt. Du weißt doch, dass du kein Bier verträgst. Und überhaupt, ich bin doch ein nettes, umgängliches Mädchen. Ehrlich, wir haben bald kein Geld mehr. Mein Gehalt kommt nicht pünktlich und du versäufst dir gerade meine letzten Gehälter. Und immer gibst du mir das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Ehrlich, hör auf zu trinken. Und dann hast du mich auch noch psychisch misshandelt, nur damit ich nicht mehr das Bedürfnis habe, geliebt zu werden. Wieso muss das immer so ausgehen? Können wir nicht einfach mal eine verdammte Pizza bestellen, ohne dass du dich nicht entscheiden kannst und dich darauf betrinkst und dann anfängst, mir eine Szene zu machen? Derpy tätschelt ihr tröstend die Schulter, während sie mich verwirrt ansieht. Ja, das hat sie öfter. Okay. Ich überlege eine Weile, dann wähle ich die Rufnummer eines Pizzaservice und gebe unsere Bestellung auf. Für Luna bestelle ich schließlich die Carbonara. Und was, wenn die Carbonara scheiße schmecken? Dann mache ich dir eine Fertiglasagne warm. Und während Luna gepeinigt im Kissen versinkt und deprimiert vor sich hinwimmert, grinse ich leise in mich hinein. Manchmal gibt es nichts Schöneres, als einem betrunkenen Alicorn den Tag zu vermiesen. Nun, viele von euch dürften ein lautes ausstoßen und sich vornehm meine Fanfiction ein für allemal zu boykottieren, in der Gewissheit, dass ich ein mieser Arsch bin und die arme Luna aus reinem kranken Sadismus zu quälen anfange. Naja, gut für mich, dass dieses Kapitel noch nicht zu Ende ist. Nach gut einer Stunde des Wartens kommt endlich der Lieferjunge und klingelt prompt an der falschen Haustür. Während wir uns also hungrig über unser Essen hermachen, falls sich irgendjemand fragen sollte, Derpy hat sich eine große Pizza mit Spinat und Schinken bestellt, während Luna endgültig ihren Weg zu einem peinlichen Absturz geebnet hat. Bin ich fett? lallt sie und starrt verbissen in den Spiegel. Dass sie nach dem vielen Bier mittlerweile noch schlechter sehen müsste als Derpy, ignoriere ich einfach. Nein, Luna, du bist bildhübsch und charmant und jetzt isst deine triefenden Spaghetti und werde fett davon. Ich bin hübsch, oder? Auf ein na-natürliche Weise, meine ich. So natürlich wie eine Wachsfigur von Jeffree Star trellere ich mit einem charmanten Lächeln. Wer ist Jeffree Star? Ein Musiker oder eine Musikerin. Eines von beiden. Beweise habe ich natürlich keine, aber er oder sie ist verdammt gut. Wie kannst du dir nicht sicher sein, ob es ein Mann oder eine Frau ist? Seid ihr Menschen alle so doof? Ich verdrehe die Augen und sehe zu Luna hinüber. Und? Was Interessantes im Spiegel gefunden? Nein. Dann greift sie zu dem zwölften Bier. Wo um alles in der Welt hast du das ganze Bier her? Ich bin ein Alicorn. Schon vergessen? Ach, stimmt ja. Und während Luna einmal mehr auf den Boden reiert, habe ich erwähnt, dass sie sich in letzter Zeit ziemlich oft übergibt, Derpy müde ins Bett geht und ich auf einer Bierflasche ausrutsche und dabei in Lunas erbrochenem Lande und mir die Knie verstauche, beginne ich langsam zu glauben, dass ich und Luna noch eine Menge Spaß miteinander haben werden. Kapitel 28 Tierschutz mal anders Hey Luna, hast du meinen Lippenstift gesehen? Frage ich, als ich resignierend aus dem Bad stampfe. Äh, warte mal, du hast einen Lippenstift? Das war deiner? Ja, meine Lippen hängen in Fetzen. Da ist es doch keine Schande, Lippenstift zu nehmen, oder? Naja, auf alle Fälle war er sehr lecker. Ich kann's dir also nicht verübeln. Du hast meinen Lippenstift gegessen? Wie gesagt, er schmeckte einfach zu verführerisch und meine Lippen sind jetzt auch viel zarter. Ah, ich glaub's einfach nicht. Was denn? Das ist nur halb so peinlich, wie sich das Zeug auf die Lippen zu schmieren. Sie sieht mich vorwurfsvoll an. Ich fürchte, da gehen unsere Meinungen etwas auseinander. Naja, sie ist positiv. Seit ich deine letzte Schnalle aus dem Bett geekelt habe, brauchst du dir zumindest, was weibliche Gesellschaft angeht, keine Sorgen mehr zu machen. Ich weiß nicht, was daran positiv sein soll, dass du mein Sexleben zerstörst, mich mehrmals in der Öffentlichkeit gedemütigt und mehrere Autounfälle verursacht hast, seitdem du hier bist. Vergiss nicht das Kätzchen, das ich versehentlich ertränkt habe. Ganz abgesehen davon, dass du meine Eltern dazu gebracht hast, mich zu verstoßen. Und ich habe dafür gesorgt, dass du in mehreren Clubs Hausverbot auf Lebenszeit hast. Und nebenbei hast du mich dazu gebracht, einen Ordnungsbeamten lebendig zu vergraben. Genau! Weißt du, wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Allerdings, erwidere ich lächelnd. Sollen wir in nächster Zeit mal wieder etwas unternehmen? Und an was hast du so gedacht? Wir könnten eine Demonstration veranstalten. Nein, danke. Ich weiß schon, wie das ausgehen wird. Kätzchen und Gasexplosion. Hä? Vergiss es. Auf alle Fälle keine Demo und keinen wütenden Mob. Wir könnten uns ja bei den Zeugen Jehovas einschreiben lassen und schauen, wie lange es dauert, bis die uns wieder rausschmeißen. Das ist mir zu riskant. Am Ende geht das so aus wie damals, als du dieser Scientology-Sekte beigetreten bist. Äh, stimmt ja. Ich krieg nachts immer noch eigenartige Anrufe. Eben. Und es gibt keine Clubs innerhalb von zehn Meilen, die uns noch reinlassen würden. Puh, so langsam glaube ich, dass wir umziehen müssen. Murmelt Luna, als sich plötzlich ihr Gesicht aufhält. Hey, wir könnten Derpy betrunken machen und schauen, was passiert. Vergiss es. Du wirst Derpy keinen Alkohol geben und versuch erst gar nicht, ihr irgendwelche Drogen einzuflößen. So was würd ich niemals tun. Weißt du, wie teuer Drogen sind? Da rauch ich das Zeug doch lieber selbst. Ich schüttle resignierend den Kopf, als es plötzlich an der Tür klingelt. Wir sehen einander an und rennen zur Tür. Draußen erwartet uns einen Anzug und Krawatte gekleideter Herr, welcher uns kritisch mustert. Guten Tag. Die Tierschutzbehörde schickt mich. Uns ist zu Ohren gekommen, dass sie mehrere Kleinpferde bei sich zu Hause verstecken. Diese Tiere scheinen in höchstem Maße verstört. Eines der beiden hat bereits mehrere Sittlichkeitsdelikte begangen, während das zweite scheinbar hochgradig sehgeschädigt ist und bereits mehrere Eingangstüren diverser Geschäfte demoliert hat. Ich möchte sie daher bitten, die Tiere demnächst besten Tierheim zu übergeben, wo sie ihrer Natur entsprechend behandelt werden. Das hasserfüllte Schweigen, das für einige Augenblicke zwischen uns herrscht, ist richtiggehend beängstigend. Und noch bevor ich dazu komme, dem Fatzke im Türrahmen meine Knöchel in den Rachen zu stopfen, hat mich Luna bereits beiseite geschoben und sich ausführlich gehäuspert. Den ausführlichen Satz, den Luna dem Tierschützer in den Kopf geworfen hat, werde ich aus Gründen des Jugendschutzes heute nicht wiedergeben. Auf alle Fälle steht der arme Trottel käsebleich und mit weit aufgerissenen Augen vor meiner wut entbrannten Freundin, während er versucht zu begreifen, dass er gerade von einem blauen Alicorn zu Tode beleidigt wurde. Ehe Luna ihn noch weitere Gemeinheiten an den Kopf werfen könnte, hält ein schwarzer, fensterlose Van, was für einen Zufall, direkt vor unserer Tür und Derpy und Dieter steigen aus. Hi Luna, wir sind wieder da. Trellert Derpy und flattert aufgeregt auf Luna zu. Dabei übersieht sie den Tierschutzbeamten und kracht mit Wucht in ihn hinein. Als sich der Staub gelegt hat, rappelt sich Derpy auf und blickt dem armen Anzuträger, den sie gerade fast den Schädelzett der Batatte erschrocken an. Oh Gott, tut mir leid. Ich hab sie gar nicht gesehen. Da ist wohl irgendetwas schiefgelaufen. Hey Derpy, und? Wie war's im Kino? fragt Luna unberührt und legt einen Huf um ihre Schulter. Am Vorbeigehen wirft Luna mir die Schaufel zu. Entsorg das! Mit dem Spaten in der Hand stehe ich neben Dieter und schaue den ohnmächtigen Beamten resignierend an. Verdammt, in meinem Garten ist kein Platz mehr. Kein Problem, Kumpel. Ich hab einen größeren Garten. Da liegen schon ein paar Steuereintreiber drin. Aber es sollte noch genug Platz sein. Erwidert Dieter lächelnd. Vielen Dank, Dieter, mummel ich erleichtert und verstaue den bewusstlosen Beamten im Kofferraum. Kein Problem. Dafür sind Freunde doch da. Kapitel 29 Doppeltes Date Ich sitze vor meinem Laptop und bin gerade dabei, mich in einem Chatroom anzumelden. Gut, viele von euch könnten jetzt denken, ich sei verzweifelt, wenn ich bereits in einem Chatroom nach Kontakten suche. Und vermutlich hätten sie auch damit recht. Aber wie Luna bereits gesagt hat, um Frauenbesuch muss ich mir die nächsten Jahre keine Sorgen mehr machen. Das einzige, was mir noch zur Anmeldung fehlt, ist ein passendes Profilbild. Ich sehe in meinem Desktop noch etwas Passendem durch, als ich ein Bild von Luna mit aufgesetztem Headset entdecke. Perfekt! Kaum, dass mein Profil erstellt ist, erhalte ich eine Anfrage von einer gewissen Betty Blue. Hi! Zwei Dach nach oben, Smileys. Hey! Schönes Profilbild! Dankeschön! Deins sieht auch ziemlich cool aus. Danke! Und? Was machst du gerade Schönes? Nicht viel. Hab gerade Feierabend und bin jetzt erst nach Haus gekommen. Schichtarbeit. Schichtarbeit? Ein Freund von mir arbeitet auch in Schichten. Das ist wirklich knallhart. Wieder zwei Dach nach oben, Smileys. Allerdings. Wo wohnst du denn? In der Nähe von Ravensburg. Zwei Dach nach oben, Smileys. Ich grinse, ganz in meiner Nähe. Ist ja fast zu schön, um bar zu sein. Hey, ich wohne auch in Richtung Ravensburg. Sollen wir uns mal treffen? Ihre Antwort braucht eine Weile, dann jedoch schreibt sie. Klar, warum nicht? In Ravensburg gibt es so eine nette Sushi-Bar. Wollen wir uns da treffen? Klar, gerne. So in einer Stunde? Okay, bis dann, Zwinker-Smiley. Nachdem wir den Chatroom verlassen haben, spurte ich ins Schlafzimmer und ziehe mir etwas Schickes an, ehe ich zurück ins Wohnzimmer gehe. Auf dem Weg dorthin komme ich am Badezimmer vorbei, wo sich Luna gerade im Spiegel bewundert und sich mit einer Wolke aus Parfüm vernebelt. Ich runzle die Stirn und lehne mich ins Bad. Äh, Luna? Was um alles in der Welt wird das? Vergiss es. Ich gehe ins Wohnzimmer zurück. Bis zu meinem Date habe ich noch reichlich Zeit. Daher mache ich mir noch schnell einen Kaffee und setze mich an den Wohnzimmertisch. Als plötzlich Luna, gefolgt von einer Wolke aus Parfüm, an mir vorbeigerauscht kommt. Ich bin dann mal weg. Ich habe ein Date. Ich verschlucke meinen Kaffee und sehe hustend von meiner Tasse auf. Äh, Ich schüttle ungläubig den Kopf und überlege wie ich jetzt reagieren soll. Dann lächle ich Luna an. Äh, nur so. Viel Spaß wünsche ich dir. Dankeschön und es tut mir wirklich leid, dass ich dir dein letztes Theater ruiniert habe. Ich will nicht, dass dein Privatleben wegen mir vor die Hunde geht. Du bist ein wirklich guter Freund und ich bin dir sehr dankbar, dass ich bei dir unterkommen darf, auch wenn ich es manchmal nicht zeige. Mit diesen Worten spaziert sie durch die Tür und lässt mich allein und nachdenklich zurück. Ein wirklich guter Freund? Was wollte sie denn damit sagen? Dann stehe ich auf und verlasse ebenfalls das Haus. Schließlich lässt man sein Date nicht warten. Kapitel 30 Sonntagabend Wir sitzen gemeinsam um den Esstisch versammelt. Derpy, Luna, Dieter und ich. Die Stimmung ist eher gedrückt, das Thema pikant. Lange Zeit habe ich es vermieden, dieses Thema anzusprechen, doch mittlerweile können wir diese Frage nicht länger ignorieren. Luna, Derpy, wie um alles in der Welt seid ihr in unsere Welt gekommen? Mein Innerstes verkrampft sich, vermutlich habe ich Angst vor der Wahrheit. Angst davor, dass Luna mir erzählt, sie würde nicht hierher gehören und müsste mich bald verlassen und ich sehe Dieter an, der das gleiche befürchtet. Derpy schüttelt traurig den Kopf. Wie gesagt, da ist wohl irgendwas schief gelaufen. Ich wollte nach Sugarcube Corner, bin falsch abgebogen und dann war ich hier. Und als ich nach einer bekannten Adresse gesucht habe, bin ich auf einem Dach gelandet. Nun, auch ich kann mich nicht mehr allzu viel Zaubern experimentiert habe. Einige davon waren größtenteils verblasst. Und als ich versucht habe, sie vorzulesen, gab es einen lauten Knall. Und ich wurde ohnmächtig. Und dann bin ich in der Menschenwelt aufgewacht. Ich sehe Luna traurig an. Sie hat mir nie davon erzählt, aber ich habe eine ähnliche Antwort befürchtet. Vermisst du deine Zeit in Equestria? Wieder scheint eine unsichtbare Gelegentlich mache ich mir Gedanken darüber, wie es meiner Schwester geht. Aber all die Zeit, die ich jetzt schon mit dir verbracht habe... Sie unterbricht sich und schüttelt langsam den Kopf. Ich könnte dich einfach nicht zurücklassen. Ihr seid mir alle so sehr ans Herz gewachsen. Ich blicke zu Derpy. Und du? Vermisst du auch dein Leben in Ponyville? Derpy lächelt mich an und schüttelt den Kopf. Ach Quatsch, ich kann euch doch nicht einfach allein lassen. Ihr zwei wärt ohne meinen Schafssinn doch total aufgeschmissen. Außerdem würde ich im Ponyville niemanden wie Dieter finden. Ihr beiden meint das wirklich ernst, fragt Luna und sieht die beiden belustigt an. Also wollt ihr hier bei uns bleiben? Ich lächle. Klar doch. Schließlich geht mir mein Schwester hier mittlerweile ziemlich auf den Keks. Luna tut dies, Luna tut das. Furchtbar. Luna, hör auf Big Mac zu befummeln, Luna, ärgere nicht Hydra. Ich kann mir schon denken, was du meinst. Moment mal Leute, wenn Luna und Derpy versehentlich in unsere Welt geraten sind, könnte es nicht sein, dass das selber noch anderen Ponys passiert ist? Du meinst, dass der Zauber, den ich versehentlich ausgesprochen habe, so eine Art Portal aufgerissen hat und ich und Derpy dadurch in eure Welt geraten sind? Gut möglich. Aber wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, könnten wir doch irgendwie versuchen, diese Ponys ausfindig zu machen, oder? Du meinst so eine Art Unterkunft für gestrandete Ponys? Ja! Nein! Ich meine, selbst wenn sich Ponys melden sollten und selbst wenn sich einige zu entschließen sollten, hier aufzuschlagen, wo sollten sie denn unterkommen? Wir haben nicht unendlich viel Platz und wenn du tatsächlich in deiner königlichen Planlosigkeit ein Portal aufgerissen hast, können wir nicht wissen, wie viele Ponys tatsächlich in unserer Welt gelandet sind. Luna sieht mich streng an. Mein Freund, du weißt, dass es bei dieser Diskussion nur einen Gewinner geben kann? Leider ja. Stell dir mal vor, ein junges Pony landet urplötzlich inmitten einer fremden Welt, ohne zu wissen, wo es ist oder wie es hierher gekommen ist. Ich schätze mal, du bist es diesen Ponys schuldig. Wieso ich? Du hast doch mit großer Wahrscheinlichkeit ein Portal in unserer Welt aufgerissen. Wie Luna bereits gesagt hat, kann es bei dieser Diskussion nur einen Gewinner geben. Folglich sitzen wir gut zehn Minuten später über ein leeres Blatt gebeugt und zermalmen uns die Köpfe, wie man eine Annonce verfasst, in der man versehentlich dimensionsreißenden Ponys ein sicheres Zuhause anbietet, ohne dabei wie ein Haufen psychotischer Junkies zu klingen. Spoiler Alarm, es ist unmöglich, egal wie vernünftig man sich ausdrückt. Schließlich haben wir nach einigen hin und her einen mehr vielleicht kann ich mit einem der Redakteure der Süddeutschen Zeitung in die Kiste steigen. Nein. Sicher? Lass es einfach. Aber nein. Vielleicht kann ich euch helfen. Und wie? Ein Freund von mir ist Redakteur bei einer kleinen Zeitung. Möglicherweise kann er unseren unglaublich dämlichen Artikel veröffentlichen. Das wäre wirklich hilfreich, erwidere ich freudig, während Luna immer noch versucht, mich davon zu überzeugen, einmal bei der Redaktion der Süddeutschen vorbeizuschauen. Ich frage mich, ob wir hier noch ein paar überflüssige Zimmer ausräumen können. Und als ich bei dir einziehen wollte, hieß es noch, du hättest keinen Platz für zusätzliche Mitbewohner. Nun... Derby lächelt schüchtern. Wir wollten euch den Vorschlag schon vor einer halben Stunde machen. Was gibt's denn? Naja, wenn hier bald, also möglicherweise, noch Was Derby meint, ist folgendes. Wir haben uns überlegt, ob Derby nicht zu mir ziehen könnte. Ich habe noch Platz bei mir und ihr hättet dann ein Zimmer mehr zur Verfügung. Das wäre genial. Und macht euch keine Sorgen, ich werde natürlich regelmäßig bei euch vorbeischauen. Lächelt Derby. Dann ist es abgemacht. Ich schaue zu, dass ich noch ein bisschen Platz in unserer Wohnung finde, während Derby ihre Sachen packt und Dieter den Artikel bei seinem Freund abgibt. Knapp zwei Tage später stehen Luna und ich im Wohnzimmer, während zwei Möbelpacker eine zweite Couch in unserem Wohnzimmer deponieren. Schließlich will ich auch endlich mal auf dem Sofa liegen, anstatt wie gewohnt auf dem Boden mein elendes Dasein fristen zu müssen. Luna hingegen läuft einem der beiden Muskelprotze hinterher und versucht schon seit gut zehn Minuten ihn auf sich aufmerksam zu machen. Ein lächerlich und gleichzeitig irgendwie rührender Anblick. Hey, sag mal, trainierst du? Rauhen sie ihm zu, während dieser sein Bestes tut, sie zu ignorieren. Ich habe eine Schwäche für starke Männer. Als sie ihn weiterhin nicht beachtet, verfinstert sich ihre Miene und sie geht in die Offensive. Willst du mal sehen, wie tief ich eine Banane in meinen Mund stecken kann? Der Möbelpacker zuckt zusammen und lässt die Kaut fallen, welche mit einem lauten Krachen auf dem Fuß des fluchenden Kollegen landet. Ich greife ein und schiebe das wild gewordene Alikorn aus dem Zimmer, während ich mich verzweifelt bei den beiden entschuldige. Was sollte das denn? Fluche ich, als wir außer Hörweite sind. Wonach sah es denn aus? Nach einem Attentat auf die Psyche eines armen Mannes verdammt nochmal! ein Parkettboden. Plötzlich wird die Haustür aufgestoßen und Derpy stürmt herein. Wow, gleich aufs erste Mal die richtige Tür erwischt. Ich werde immer besser. Obwohl sie nun bei Dieter wohnt, kommen die beiden regelmäßig zu Besuch vorbei. Wenn auch nur, um bei uns den Kühlschrank leer zu futtern und sich vor der Arbeit zu drücken. Hey, ihr Dieter wirft die Zeitung auf den Tisch. Ich und Luna lesen sie mehrmals durch. Dann nicken wir zufrieden. Klingt doch ganz gut. Ganz gut? Das klingt fantastisch. Ich schlage die Zeitung erneut auf und lese sie mir noch einmal durch. Zuflucht für gestrandete Kleimpferde. Alle Ponys sind willkommen, sofern sie sprechen können und weniger als in fünf Staaten polizeilich gesucht sind. Im Nachhinein betrachtet scheint die Beschreibung ganz gut angebracht zu sein. Schon traurig, wie unglaublich einfallslos so ein blaues Alicorn sein kann. Ich hätte nie erwartet, dass dieses Inserat jemals gelesen, geschweige denn ernst genommen wird. Umso größer ist meine Überraschung, als es am darauffolgenden Sonntagabend an der Tür klingelt. Luna springt überrascht auf und rennt zur Tür. Mach auf, mach auf, mach auf! Wieso machst du das nicht? Du bist doch bereits an der Tür. Ich regle mich vor meinem neuen Sofa. Ein wirklicher Segen, endlich mal darauf liegen zu können. Wie gesagt, der Parkettboden ist hart. Ich bin zu faul. Los doch, mach auf! Luna zerrt mich von der Couch. Schon gut, schon gut. Ich gehe zur Tür, öffne und Murmelt eine dunkle, warme Stimme direkt vor mir. Ich blinzle erneut und schaue mich in alle Richtungen um. Da blitzen urplötzlich zwei leuchtende grüne Augen auf und funkeln mich an. Stimmt etwas nicht? Und nun erkenne ich auch zwei Reihen strahlen weißer messerscharfer Zähne, die bei jedem Wort aufblitzen. Eine berechtigte Frage. Ich glaube mich nämlich daran zu erinnern, in grünen Augen blinzeln erneut. Kann ich vielleicht reinkommen oder möchten sie mich lieber noch ein wenig mehr anstarren? Luna galoppiert an mir vorbei und spät in die Dunkelheit. Wer ist es denn? Ach du großer Gott! Hallo Prinzessin! Dann stolziert Chrysalis an uns vorbei ins Haus. Ist das ... Japp! Schön hier! Chrysalis stolziert zu meinem Sofa und setzt sich. Hier lässt es sich wirklich gut aushalten. Äh Entschuldigung aber das ist mein Sofa. Chrysalis wendet sich mir zu und ihre Augen blitzen auf. Plötzlich ist mir schwindelig und ich muss mich am Türrahmen festhalten um nicht hinzufallen. Was wollten sie sagen? fragt sie lächelnd liebreizend. Das heißt diesmal hätte ihr lächeln kleinen Kindern jahrelang Albträume bereitet. Äh nicht so wichtig. Doch diese Silben fallen aus meinem Mund wie Ziegelsteine. Wenn es sie stört kann ich mir natürlich auch einen anderen Platz suchen. Nein nein schon okay ich setze mich einfach auf den Boden dann nehme ich auf meinem wohlvertrauten Parkett Boden Platz. Nun Chrysalis du bist also auch hier gelandet ja? Korrekt Prinzessin nachdem ich lange Zeit dem Verhungern nahe durch Chrystria zog um für meine geliebten untergebenen Nahrung zu finden verlor ich urplötzlich das Bewusstsein das letzte woran ich mich erinnere war ein gleißendes helles Licht dann erwachte ich in dieser äußerst eigenartigen Welt sehr seltsame Wesen diese Menschen ja allerdings so langsam löst sich meine Benommenheit auf und ich kann wieder einigermaßen klar denken nun natürlich kannst du hier bleiben Chrysalis diesmal ist ihr lächeln tatsächlich echt weder unheimlich noch gespielt und sie neigt dankbar den kopf vielen dank ich werde ihr noch bestimmt nicht zur last fallen bitte sag doch du zu ihm gerne und wie lange hast du vor hier zu bleiben nicht allzu lange nur so lange bis sich die schwäche eurer erbärmlichen kleinen Rasse heraus gefunden und jen dieser lächerlichen zweibeiner mein ergeben Sklaven verwandelt habe während sie spricht bekommt ihr blick langsam eine irre note und ihre warme ruhige stimme stagniert sich zu einem hysterischen gelächter luna und ich starren sie entgeistert an eine lange peinliche pause entsteht echt jetzt nein war nur ein witz dann lächelt chrysalis gott sei dank eine durchgeknallte soziopathin reicht schließlich hey entschuldige luna ich schäftig ist mich böse anzustarren steht chrysalis aus und stackst mit ihren löchrigen bein zum kühlschrank nein nein auch nicht dabei wirft sie die milchflaschen und fertig gerichte aus dem kühlschrank suchst du was naja ich gebe zu ich habe mörderischen hunger in dem fall tu dir keinen zwang an wirklich überleg dir das besser noch einmal wieso denn wenn sie hunger hat und du bist dir da wirklich sicher klar warum fragst du denn naja du schaust mein little pony du müsstest es eigentlich wissen urplötzlich flackert grisales augen auf und in ihrem blick blitzt die gier auf noch bevor ich irgendwas einwenden kann hat sie sich bereits vor mich gebeugt und ihre Augen sitzen hypnotisch während ihr Horn giftgrün aufleuchtet mir wird schwindelig und langsam aber sicher fühle ich mich schwach und müde ehe ich völlig zusammenbreche wendet chrysalis ihren blick von mir ab und ich habe einen schmerzenden kopf ouch alles ok es tut mir leid ich hoffe ich habe mich an dir nicht allzu schadlos gehalten geht schon naja mein kopf schmerzt wie verrückt und ich fühle mich leer einfach leer und ein wenig deprimiert deine liebe kehrt mit der zeit zurück mach dir darüber also keine sorgen eine hebe luna sieht mich grinsend an ich habe dir doch gesagt dass du es dir gut überlegen sollst ich ächze schleppe mich an den beiden vorbei ins schlafzimmer und lege mich ins bett so langsam habe ich das Gefühl dass ich mit den beiden eine verdammt harte zeit vor mir habe kapitel 31 die ordnung der dinge am nächsten morgen erwache ich mit rasenden kopfschmerzen aber immer noch besser als ein kater oder ein mich hinab ins wohnzimmer wo mich chrissy und luna bereits erwarten die beiden sitzen am frühstückstisch und plaudern schön dass sie sich wenigstens verstehen morgen guten morgen begrüßt mich chrisales lächeln und nimmt sich einen schluck tee ihre manieren sind fast schon irritierend ich fürchte ich muss mich für gestern abend entschuldigen ich habe mich gehen lassen es tut mir leid schon okay ist nicht halb so schlimm wie an dem tag an dem luna zu mir kam wirklich naja beginne ich bemerke jedoch lunas blick diesen drohenden hasserfüllten blick einer psychopathischen serienmörderin ich sollte besser nicht drüber reden weshalb denn naja luna verprügelt mich wenn ich das wieder aus plauder häusliche gewalt funktioniert nämlich auch andersherum ganz prächtig ich kann mir vorstellen was du meinst nach dem frühstück mache ich mich auf den weg zum nächst besten laden um einzukaufen mittlerweile fürchte ich mich davor das haus zu verlassen naja nicht direkt das verlassen des hauses bereitet mir sorgen sondern die heimkehr wann immer ich wieder nach hause komme steht entweder die küche in flammen das wohnzimmer sieht aus wie nach einem Atomkrieg oder Luna hat es geschafft in den 30 minuten die ich weg war mehrere Straftaten zu begehen etwas davon ist immer der Fall nachdem ich uns für kommende Woche mit Vorräten eingedeckt habe schließe ich die Tür auf bereits das schlimmste erwartend und bereit einem freundlichen Drogenfahnder zu erklären wie das weiße Pulver unter mein Bett gekommen ist wieder erwartend jedoch öffnet mir nur eine freundlich lächelnde chrysalis die sich daraufhin zu meinem ähm pardon zu ihrem Sofa hingibt und mir einen Blick zu wirft der so viel heißen soll wie diese freundliche Masche hält nur solange wie du dich von meinem Sofa fernhältst also denk gar nicht erst dran dich setzen zu wollen Alter resignierend räume ich die Einkäufe in den Kühlschrank und blicke auf die Uhr 12 Uhr mittags und noch keine Polizeisirene zu hören ein beunruhigendes Gefühl diese verräterische Ruhe zog sich durch den gesamten Tag und mit jeder verstrichenen Sekunde wich meiner Unruhe blanker Hysterie 13 Uhr alles ist bestens ein blaues Alicorn sitzt auf meiner Couch und ist gerade mit einer schwarz glänzenden Changshank Königin dabei auf der Playstation 3 eine Horde untoter Faschus niederzuschießen absolut nichts ungewöhnliches also 13 Uhr 30 Ich bin völlig verstört und beginne mit vor Angst schweißfeuchten Händen meine Beobachtungen in ein kleines Notizbuch einzutragen bislang nach wie vor keine Katastrophe kein spontaner Ausruf zum Genozid keine Kätzchen und keine Gasexplosion Es ist furchtbar 15 Uhr Mir sind die Baldrian Tabletten ausgegangen Ich bin am Rande purer kalter Panik Nach wie vor hat keine Polizei an meiner Tür geklingelt Auf die Feuerwehr und das Ordnungsamt ist ebenso wenig Verlass Was ist da draußen nur los 17 Uhr 3 Endlich Es klingelt an der Tür Ich stürme mit erleichtert Termine los um den Sondereinsatz Kommando die Tür aufzuhalten Es ist jedoch nur mein Nachbar der mich mit höchst nervösem Gesicht fragt was heute bei mir los sei da bislang noch keinen Polizisten gesehen habe Ich wünschte ich könnte ihm eine Antwort auf all seine Fragen geben 19 Uhr Das Durchforsten der Nachrichten hat leider nichts ergeben Keine Katastrophen Keine Aufstände für die Luna irgendwie verantwortlich sein könnte Mittlerweile bin ich kurz davor in Tränen auszubrechen 22 Uhr Rizales hat uns Abendessen gemacht Bedauerlicher Weise war es vorzüglich Demzufolge kann auch da Luna nicht ihre Hufe im Spiel gehabt haben Nach dem Abend jedoch kam der lang ersehnte Anruf Die Polizei Der Ton des Inspektors klingt beunruhigt als er mich fragt was zum Teufel in unserer Straße nur los sei Diese Ruhe ist ja nicht zum Aushalten Ich versuche ihn zu beruhigen doch auch ich bin am Rande des Nerven Zusammenbruchs 23 30 Jetzt reicht es mir völlig Ich schnappe mir Luna stopfe sie unter lauten Protest ins Auto und fahre mit ihr zur nächsten besten Zentrale der Telekom Dort werfe ich erst eine Scheibe ein demoliere danach den Innenhof mit dem Baseball Schläger und mache abschließend noch ein paar belastende Beweisfotos von Luna und der Tatwaffe soll doch keiner sagen dass bei uns keine Ordnung herrscht Am nächsten Morgen klingelt es an der Tür und der Oberinspektor schüttelt mir unter stummen Freudentränen die Hand ich habe der Stadt einen großen Dienst erwiesen und wann immer sie etwas für mich tun können soll ich mich doch bitte melden als dann noch ein ausführliches Dankschreiben eintrifft fühle ich mich endgültig wie ein Volksheld der die Ordnung der Dinge in letzter Sekunde wieder hergestellt hat auf meinen Orden und die Nominierung zum Friedensnobelpreis warte ich noch Kapitel 32 von Katzen und Changeling Frisales und Luna sitzen nebeneinander vor dem Fernseher und hacken auf die Tasten der Controller ein Ich muss ehrlich sein ich bin vom dritten Teil enttäuscht Wieso denn das Naja die ersten beiden Teile haben mir besser gefallen Außerdem vermisse ich Rapture Also mir gefällt es der vollkommen neue Stil die neuen Gegner die hellere fast schon bunte Atmosphäre Alles gut und schön aber das hat doch nichts mehr mit Bioshock zu tun Das liegt vielleicht daran dass wir Dead Space 3 spielen Oh Ach Morgen Ich mache mir erstmal einen starken Kaffee Sagt jetzt nicht dass ihr schon so früh am Morgen an der Playstation hängt Naja Um ehrlich zu sein sitzen wir nicht schon wieder vor dem Fernseher sondern vielmehr nach wie vor Es dauert eine Weile bis mein von der letzten Nachtschicht noch gebeutetes Hirn den Sinn ihrer Nachricht verarbeitet hat Nach einer knappen Minute fällt bei mir doch endlich der Groschen hat Luna dich mit ihrer Leidenschaft für Videospiele angesteckt Nicht direkt aber ich mag Dead Space Es hat eine schöne Atmosphäre fast wie bei mir zu Hause Um Himmels Willen und ich dachte schon dass meine Zeit in Canterlot die Hölle gewesen wäre Ich lache und kippe meine Tasse in einem Schluck herunter Das heiße Gebräu versenkt mir den Mund aber immerhin werde ich für die nächsten fünf Minuten nicht einschlafen Sag mal Nico wie ist denn die Nachtschicht gelaufen War das nicht schon die vierte diese Woche Ja und eine liegt noch vor mir Oje du Armer Sieh zu dass du heuer noch ein wenig Schlaf bekommst Chrysalis sieht mich voller Mitleid an Eine lange peinliche Pause entsteht Heuer Ja Wann soll er denn sonst schlafen wenn er morgen schon wieder frohen muss Frohnen Ja Frohnen Ihr wisst schon harte schlecht bezahlte Arbeit Herr Gott schlag dem Wörterbuch nach Oh Gott Ich gehe nach draußen um mir eine Zigarette anzuzünden Ich rauche zwar nicht brauche aber ein Alibi für den Besitz meines Feuerzeuges Der Busch unseres Nachbarn ragt nur gut zwei Zentimeter über dem Gartenzaun heraus Zeit diesen Fehler zu korrigieren Als ich gerade dabei bin die Blätter mit Spiritus zu übergießen höre ich plötzlich ein klägliches Miauen Ich drehe mich um und sehe einen räudigen Kater der mich mit mit mitleidserregendem Blick ansieht Hey Kleine Dich habe ich hier ja noch nie gesehen Ich lege das Feuerzeug weg Der Kater schleicht vorsichtig in meine Richtung schnuppert an meiner ausgestreckten Hand und beginnt zu schnurren Na wie heißt du denn Der Kater schnurrt nur weiter und ich hebe ihn hoch Hast du ein Halsband Ich kann zumindest keins sehen Na dann komm mal mit Ich will das schnurrende Katzentier ins Wohnzimmer tragen halte jedoch kurz vorher noch inne Oh fast vergessen Dann zünde ich den Busch an der mit einem lauten Zwischen in Flammen aufgeht Ah viel besser Hey was ist das denn ruft Luna als ich den verwahrlosten Kater ins Wohnzimmer lasse Siehst du doch einen Kater Kann man den essen Dann blickt sie den vierbeiner hungrig an Nein wir essen keine Katzen Sicher Ja Hast du schon mal probiert Nein Na bitte Jetzt hör mal zu Chrysalis du bist kein dicker haariger außerirdischer namens Alf und hast auch keine Puppenfehlern am Hintern weshalb du vermutlich auch kein Muppet bist Also machen wir das jetzt nicht zu einem Running Gate klar Aber Nein Chrysalis sieht mich kritisch an Scheinbar lässt sie sich die Aussage mit den Puppenfäden noch mal durch den Kopf gehen Hey Können wir das Vieh nicht in den Ofen schieben und schauen was passiert Nein zum Teufel was seid ihr denn für Tierquäler Und wenn wir sie aus dem Fenster werfen Wir wohnen Und wenn wir sie in den Mixer stecken Luna Okay Okay Während du noch eben mit mit diskutiert hast sind Chrysalis und die Katze ohnehin bereits verschwunden Oh verdammt Ich stürze den beiden hinterher Ich reiße Chrysalis die Katze aus den Hufen und verlasse das Haus So meine Kleine Dann lasse ich sie laufen Sie hüpft über die Straße bleibt auf halben Wege stehen und Moment ein Bus angefahren kommt kann man mir wirklich nicht zur Last legen Gott sei Dank kommt kurz danach ein Wagen der Straßenreinigung vorbei um die Sauerei wieder weg zu wischen und ich gehe zurück ins Haus Und wie geht's der Katze fragt Luna als ich das Wohnzimmer betrete Sie ist tot Ein Bus Yep War ja klar Das war wirklich widerlich Dann schüttelt Chrysalis ungläubig den aber immerhin wäre es kurz und schmerzlos gewesen Was du hingegen abgezogen hast war einfach nur daneben Es war doch keine Absicht Also ich wäre immer noch dafür gewesen sie in den Backofen zu schmeißen Moment mal Luna in unserem Ofen wird unser Essen warm gemacht Willst du wirklich eine Katze reinwerfen Hallo wenn ich daran denke wie viele Ponys du da drin schon warm gemacht hast Ach Vergiss es Grisales schlackst wieder zurück zum Sofa und schaltet den Fernseher an Mal sehen was heuer alles noch im Fernsehen kommt murmelt sie während sie durch die Programme schaltet Hör mal zu Grisales Hör auf damit Mit was denn Was kann ich denn dafür dass ich nicht so rede wie ihr Hör zu Entweder du sprichst vernünftig oder ich setze dich vor die Tür wie eine räudige Hündin die aufs Sofa geschissen hat klar ich will mich aufs Sofa setzen da fällt mir ein dass eine gewisse Changeling Königin eben dieses in Beschlag genommen hat und ich setze mich auf den Boden daneben Na immerhin hast du heuer etwas dazugelernt Grisales lächelt dann wird sie sich darüber im Klaren was sie gerade gesagt hat und schlägt sich die Garten während ich die Tür hinter ihr zuknalle du kannst wieder reinkommen wenn du gelernt hast dich anständig zu artikulieren wirklich diese Wortwahl das war einfach widerlich furchtbar ich weiß in diesem Haus wird anständig gesprochen klar scheiße ja dann schaltet Luna die Playstation 3 ein und jetzt hol mir ein Bier du blöde kack bratze ich gehe lächelnd zum Kühlschrank und reiche ihr eine Flasche soll niemand sagen dass in unserem Haus keine anständige Wortwahl herrscht Kapitel 33 noch mehr Bettgeschichten Luna und Chrysalis sitzen auf dem Sofa mal wieder vollkommen in das Geschehen auf dem Bildschirm vertieft während ich in der Küche stehe und verzweifelt versuche einen halbwegs anständigen Flammenkuchen zuzubereiten je länger ich darüber nachdenke desto sicherer bin ich mir dass die Flammen trotzdem Namen eindeutig nicht im Rezept inbegriffen sind Gott sei Dank ist meine Küche mittlerweile von so vielen Brandstellen gesäumt dass es kaum noch auffällt wenn die ein oder andere Stelle angekogelt ist folglich kann ich mir mit dem Löschen des Brandes auch ausreichend Zeit lassen sieht ja ohnehin schon übel aus in diesem Tschernobyl artigen Katastrophenfeld das wir als Küche bezeichnen Ich gehe hinüber ihre eiskalte Grausamkeit an unschuldigen Pixeln auslassen naja zumindest hat Chrysalis noch nicht versucht gewaltsam eine Stadt einzunehmen und deren Bewohnern ihre hungrige Changeling Brut zu verfüttern da ist sie eine eindeutige Vorreiterin sag mal Chrissy was gibt's denn oh und seit wann nennst du mich Chrissy das klingt ein wenig seltsam mit Verlaub die Changeling Königin pausiert das Spiel bei wie bist du eigentlich wieder in mein Haus gekommen ich hab dich doch vor anderthalb Wochen oder so mal ausgesperrt oder nicht doch hast du und ich bin heuer noch ziemlich sauer das machst du mit Absicht oder natürlich und scheinbar ist keinem von euch aufgefallen dass der Begriff heuer noch nicht einmal ein Synonym für heute ist sondern etwas ganz anderes bedeutet muss ich dich etwa wieder aussperren du kannst es gerne versuchen aber wie viel Erfolg du dabei haben wirst das steht in den Sternen daraufhin wendet sie sich wieder dem Bildschirm zu und setzt ihre grauenvolle Misshandlung eines unschuldigen Kinderspiels fort ach vielleicht solltest du mal den Brand in der Küche löschen das hat Zeit ich setze mich neben ihr aufs Sofa wobei ich nicht beinahe auf Luna drauf setze Um ehrlich zu sein bin ich heilfroh dass Grisades sich mittlerweile zu unserer kleinen WG gesellt hat sie ist sehr viel ruhiger und höflicher als Luna gut zugegeben sie hat zeitweise psychotische Schübe während denen sie versucht die Menschheit zu unterjochen aber das legt sich nach ein oder zwei Stunden wieder und gelegentlich versucht sie auch klammheimlich meine Erinnerungen und Gefühle zu absorbieren ihre seltsamen Essgewohnheiten und ihr Drang Katzen zu verschweißen muss wohl irgendwas mit ihrer Vergangenheit zu tun haben und dann wäre da noch natürlich ihre schmerzhaft höfliche Ausdrucksweise aber auch darüber kann ich noch hinweg sehen abgesehen davon ist sie jedoch eine äußerst angenehme Mitbewohnerin auf alle Fälle um Längen angenehmer als Luna langsam aber sicher bricht der Abend an und der dichte die Hand vor Augen Vielleicht sollte ich das Problem mit der lichterloh brennenden Küche mal in Angriff nehmen da fällt mir jedoch ein dass ich eine ganze Weile in Polen verbracht habe und meine Geschichten mittlerweile aufs grausame vernachlässigt habe und somit setze ich mich wieder an den Laptop und schreibe rasch noch ein bisschen Aus dem ein bisschen wird dann jedoch mit der Zeit alles und Luna haben sich ebenfalls perfekt den neuen Umständen angepasst Kaum dass der Rauch zu dick zum Atmen geworden ist haben sich die beiden Gas Masken aufgesetzt die sie vor einem drohenden Erstickungstod bewahren soll offensichtlich mit Erfolg Husten schalte ich den Laptop aus und breite meine Decke auf dem Sofa aus Die aufmerksamen Hörer werden sich noch daran erinnern dass mich Luna vor ein paar Monaten aus meinem Bett gescheucht und mich für alle Zeiten auf die Couch verbannt hat so wie ihre Schwester sie damals auf den Mond geschossen hat Mit diesen Gedanken im Hinterkopf gehen ich noch einmal ausgiebig und schlafe ein Der Luftmangel und die leichte Gasvergiftung tun ihr Übriges mich in einen langen tiefen und erholsamen Schlaf fallen zu lassen Ich nehme mir fest vor morgen das Feuer zu löschen ehe ich wegdämmere Ich träume gerade von einem schönen großen Steak das qualmend auf einem Grill vor sich hinkokelt als ich zwei durchlöcherte Hufe an meiner Schulter spüre finster vor mich hin mummelnd schubse ich Chrysalis von meinem Sofa herunter und wälze mich auf die andere Seite Diesen Kampf habe ich mit Chrysalis Hufe weg Einmal mehr höre ich wie enttäuscht sie zu ihrem Sofa zurück trottet und versucht mit der Gasmaske vor dem Gesicht zu schlafen Da fällt mir auf dass der Sauerstoff Mangel mittlerweile erste Lähmungen in mir auslöst und ich stehe auf um ein paar Fenster auf zu machen Das Feuer hat Zeit bis Morgen Das läuft ja nicht weg Kaum dass ich wieder im Türe und mache es mir im Garten bequem Man muss eben nur Kompromisse finden können Am nächsten Morgen kämpfe ich mir meinen Weg bis zur Garage durch die mittlerweile auch schon zu kugeln begonnen hat Dort schnappe ich mir den Feuerlöscher und beginne damit die Flammen in der Küche die mittlerweile schon erste Teile des Wohnzimmers eingenommen haben zu löschen Nach nur 4 Stunden ist Dagegen sollte vielleicht erst einmal ins Krankenhaus das ist zwar nicht der erste Wohnungsbrand diese Woche aber sicher ist sicher Im Falle einer drohenden Gefahr ist es schließlich wichtig rechtzeitig zu reagieren Kapitel 34 Mutter werden ist nicht schwer Krizalis und ich sitzen vor dem Fernseher und vertiefen uns in das anspruchsvolle und fesselnde Geschehen im Mittagsprogramm während Luna vor 10 Minuten das Haus verlassen hat um einzukaufen Wieso zum Teufel sehen wir uns diesen Blödsinn an Ganz einfach damit du einen Eindruck von uns Menschen und unserer Kultur bekommst und dafür ist RTL vermutlich ideal Auf dem Bildschirm hingegen entfaltet sich ein realistisches personennahes Drama allererster Güte Die 19 jährige Christina Regina Chantal hat ein Verhältnis mit ihrem Stiefbruder Günther Robert Heinz Gustav der vor drei Tagen im Lotto gewonnen hat und jetzt Millionär ist und seine Frau mit einer anderen getauscht hat nämlich mit der gutbäuerlichen Stephanie Jacqueline Sarah Michelle die sein Leben total auf den Kopf stellt weil sie mit ihrer Beziehung zu seiner Stiefschwester nicht klarkommt und vorhat ihren Hund also den von Christina Regina Chantal nicht von der Stephanie Jacqueline Sarah Michelle als ganz ehrlich einfach das ist absolut dämlich und hirnverbrannt Chris alles wendet sich vom Bildschirm ab um nach einem Buch zu greifen du bleibst gefälligst hier und siehst dir das an Fernsehen bildet in diesem Moment kommt Luna keuchend und ächzend durch die Tür wofür sie aus irgendeinem Grund zwei Anläufe braucht alles in Ordnung mit dir ich bin gleich wieder so weit ächzt Luna und schleppt sich mit allerletzter Kraft zum Sofa wieder benötigt sie zwei Versuche um es auf die Couch zu schaffen seltsam in den letzten Tagen ist Lunas Bauch wirklich schockierend gewachsen ein grauenvoller Verdacht macht sich in mir breit doch andererseits glaube ich kaum das ausgerechnet Luna in diesem Moment hält sich Luna ein Huf vor den Mund rennt ins Bad und übergibt sich schallend großer Gott Luna was ist los ich weiß nicht vielleicht habe ich einfach heute zu viel gegessen sicher ist dir mal aufgefallen wie dein Bauch naja gewachsen ist was Unverschämtheit ich bin rank und schlank wie gewohnt du hast zweimal versucht durch den Türrahmen zu kommen ja und hör mal kann es sein dass du naja schwanger bist wie bitte wie kommst du denn darauf naja dein Bauch schwillt an du übergibst dich deine Ausdauer nimmt schockierend ab und du leidest unter heftigen Laun was meinst du denn mit Launen nun du bist gelegentlich ziemlich unwirsch halt deine vorlaute schnauze Miststück ich bin nett verdammt noch mal nett chrisales starrt sie mit weit aufgerissenen augen an während sie sich kleinlaut auf dem Sofa zusammen kauert äh wir müssen dringend zum Arzt mit dir Luna und die verstörte Schensteinkönigin da auf dem Sofa nehmen wir gleich mal mit zum Therapeuten nachdem wir chrisales bei meinem psychologen abgeladen haben der bei ihrem anblick zwar wie ein mädchen zu kreischen begann sich dann allerdings wieder einfing sitzen wir im Wartezimmer meines Freundes dem Tierarzt der Luna auch das letzte Mal behandelt hat als meine blaue Mitbewohnerin schließt sich mit Hilfe von zwei Helferinnen auf den Untersuchungstisch gewuchtet wurde betastet der Arzt Lunas kugelrunden Bauch murmelt er während er ihren Magen abtastet ich kann nur hoffen dass du dich daran nicht aufgeißt du pervers ling keine Sorge Luna hoffen nachdem er fertig ist schüttelt er verwirrt den Kopf nun ich kenne mich mit Patienten deiner Art leider nicht so gut aus Luna das einzige was da hilft ist ein Schwangerschaftstest aber der braucht eine Weile egal wann weiß ich Bescheid heute Abend melde ich mich wieder bei dir in Ordnung alles klar Luna schleppt sich vorsichtig von der Liege Dankeschön Doc dann trottet sie mit hängendem Kopf aus dem Untersuchungsraum und stacks zu meinem Wagen du musst dringend ein Auge auf sie haben Mann mit sowas ist nicht zu spaßen murmelt der Tierarzt unseres Vertrauens und klopft mir mutigend auf die Schulter ich wieso bitte ich ich hab mich doch nicht schwängern lassen pass auf sie wohnt bei dir und so wie ich die Sache sehe kommt sie in dieser Welt hier alleine überhaupt nicht klar also sieh zu dass du auf sie acht gibst okay ich lasse den Kopf hängen ehe ich schwach nicke dann gehe ich ebenfalls zum Wagen die ganze Fahrt überherrscht drückende Stille zwischen mir und Luna geh schon mal rein murmel ich knapp als ich Luna vor der Haustür aus dem Wagen lasse kommst du nicht mit nein ich muss noch was besorgen sie sieht mich eine Weile traurig an ehe sie leise nickt ich muss nicht fragen um zu wissen dass mein blaues Alicorn wahnsinnige Angst hat und es ist verdammt noch mal meine Aufgabe in dieser schweren Zeit für sie da zu sein mit eiskalter mine gebe ich Gas und fahre zurück in die Stadt chrisal ist die gerade auf der Couch des psychologen der bereits einen dritten kompletten Schreibblock mit Diagnosen und Notizen vollgekritzelt hat und manchmal fühle ich Verzweiflung wenn ich daran scheitere mittlerweile bin ich kurz davor zu sorry doc ich schnappe mir chrisalis und trage sie aus dem behandlungszimmer hey halt endlich habe ich mal die gelegenheit mir alles von der Seele zu reden da protestiert die jankling königin und strampelt mit den Hufen hör zu erkläre ich ihr als wir schließlich am Wagen angekommen sind Luna ist möglicherweise schwanger und sie später noch gedanken machen oh sei Gott sechs stunden später kommen wir schließlich wieder nach hause vorausschauend wie ich bin habe ich natürlich an alles gedacht zehn packungen baby nahrung zwölf liter folge milch 20 packungen mit einlagen in allen größen und form acht packungen schnuller und nicht zu guter letzt 30 packungen windeln gut dafür habe ich entschulden bei der bank aber wenn meine und unterhält sich angestrengt mit irgendjemanden okay ja aha alles klar vielen dank doktor dann legt sie auf und sieht uns an hey ihr beiden gute nachrichten ich habe einen schnell kurs im babysitten gemacht habe gelernt wie man einen fohlen richtig hebt kann jetzt ab und an helfen es kurs zu ziehen nur die brust geben das kann ich nicht da muss notfalls chrisales einspringen was äh das ist echt äh nett von euch ich habe ebenfalls gute nachrichten ich bin nicht schwanger es kommt lediglich von vielen fast food und der mangelnden bewegung ich starre auf die unzähligen baby produkte die ich und chrisales geschultert haben chrissy ja haben wir noch den kassenzettel äh nein ich glaube den hast du weggeworfen als wir aus dem Laden gekommen sind ohne ein weiteres wort werfe ich das gesamte zeug auf den Boden und gehe frustriert zur Couch kurz darauf schubst mich Chrissy zurück auf den Boden und ich füge mich seufzend widerstand ist ohnehin zwecklos und was machen wir jetzt wegen deiner wanne luna magie bitches sie schließt die Augen ein gleißendes licht umhüllt das blaue alicorn und als ich die Augen verdammt naja achselzuckend schnappt sie sich wieder den controller vielleicht braucht der zauber nur eine weile um zu wirken in diesem moment strahlt erneut ein gleißender lichtblitz auf und dieses mal hat es funktioniert luna wirkt wieder rank und schlank wie schon lange nicht mehr manchmal kann magie doch wirklich etwas tolles sein und was machen wir jetzt mit dem ganzen Baby Kram keine Ahnung wirf das Zeug weg oder so dafür habe ich verdammt noch mal viel Kohle bezahlt willst du etwa ab jetzt nur noch Baby Futter in dich reinschaufeln gut ich werfe das Zeug mal weg dann raffe ich den ganzen Schotter ins Auto auf dem Weg zum Müllhalde überlege ich mir ob ich mich an 5 Kilo Baby Nahrung ersticken sollte aber wie so oft entscheide ich mich dagegen es wäre einfach viel zu viel Aufwand Kapitel 35 Die Schöne Das Biest Ich liege auf dem Sofa während Luna ächzend ihren letzten Liegestütz fertig macht Und fertig Dann fällt sie zu Boden Respekt Wie viele waren das Zwei Wow Zwei Liegestütze Das war Unglaublich Jetzt erst mal ein Cheeseburger Mit diesen Worten steht sie auf und marschiert nach draußen Ich schlage ihr mit Stöhnen vor die Stirn und mache den Fernseher an Findest du wirklich wir sollten ihr das einfach so durch gehen lassen fragt Rizalis neben mir die sich mal wieder in eines ihrer geliebten bücher vertieft hat vermutlich nicht aber ich bin noch nicht ihr Vater also soll sie doch machen was sie will was liest du da eigentlich shades of gray oh ja ist ganz interessant wann habe ich dir jemals shades of gray gekauft hast du nicht ich habe den verkäufer im buchladen hypnotisiert oh ja war ganz witzig und du meinst wir sollten etwas gegen lunas fast food orgien unternehmen ja ich denke eine weile nach ich denke du hast recht hast du einen plan dann legt sie ihr buch weg ich muss grinsen ja ja den habe ich als luna ein paar stunden später wieder nach hause kommt haben wir uns bereits in klassischer interventions manier eingefunden der pieter chrysalis und ich sitzen neben dem ess zimmertisch und sehen sie ernst an hey leute was gibt's dann schluckt sie den letzten bissen ihres burgers hinunter luna wir müssen reden ach echt was für eine überraschung du tust ja quasi nichts anderes es wäre schon mal erstaunlicher wenn du auch nur einmal den mund halten würdest ich schweige und schaue bedrückt zu boden was wir dir sagen wollen ist dass du langsam einfach zu chrissy verstummt allerdings als sie merkt dass luna ihr überhaupt nicht zuhört luna was was denn du keine ahnung was machen wir hier überhaupt eine intervention oh stimmt ja also wir interventionisieren weil du keine ahnung warum interventionisieren wir nochmal weil sie sich viel zu wenig bewegt und zu ungesund ernährt oh stimmt ja also wir ist ja gut ist ja gut freut mich dass du es kapiert hast ja also und wie geht es jetzt weiter dann sieht uns die blaue alikon prinzessin genervt an am nächsten abend klingelt es an der tür vermutlich der personal trainer den wir für luna angefordert haben in der anzeige hatte er sich jeweils als sehr geheimnisvoll gegeben effizienter hoch disziplinierter personal trainer auch für schwierige Fälle so gehe also und öffne die tür hallo sir sie haben mich als trainer kontaktiert ich erstarre blinzle ein paar mal und sehe dann erneut hin stimmt etwas nicht sir das hier ist doch die richtige adresse oder täusche ich mich äh nein ich mein ja aber aber was sie haben mich gerufen machen sie jetzt gefälligst keinen rückzieher mit diesen worten marschiert der trainer oder vielmehr die trainerin an uns vorbei ins haus also woran haben sie gedacht ihre muskeln sind kläglich keine straffen waden keine starke brust keine disziplinierte körperhaltung eigentlich könnten wir gleich ein rundum programm anfangen äh es es geht nicht um mich ach nein und um wen dann wenn ich fragen darf ich führe sie ins wohnzimmer wo luna gerade auf dem sofa liegt und döst als sie ihre trainerin sieht stößt sie sofort einen spitzen schrei aus und fällt fast vom sofa die orangefarbene pegasus dame mit der sonnenbrille starrt das blaue alicorn ungläubig an ehe sie auf die ehre ja ja schon gut wir sind hier nicht nur in equestria und ich bin auch keine prinzessin mehr also erspar dir die höflichkeit also gut prinzessin wenn sie mir die bemerkung erlauben sie haben verdammt zugenommen was du nicht sagst also gut ab jetzt werde ich ihr personal trainer sein ähm wenn ich nicht zu forsch klinge könnten sie vielleicht irgendwo im haus einen schlafplatz für mich ein richten ein einfaches feldbett oder eine decke und ein paar kissen sollten genügen ich habe noch einen schlafsack im keller wenn ihnen das reicht voll und ganz danke spitfire nickt zum dank alles klar luna steht ächzend auf dann werde ich mal ins bett geh den rest von lunas satz verstehe ich leider nicht da spitfire ihr mit einer triller pfeife mit voller kraft ins ohr pfeift ruhe keiner von euch inkompetenten sackratten macht hier auch nur ein auge zu bis ich nicht 50 liegestütze von jedem von euch gesehen habe ich zucke zusammen und werfe mich zu boden um rasch die liegestütze hinter mich zu bringen bei 30 klappe ich jedoch erschöpft zusammen was wird das ich habe erst 30 gesehen das berührt sie mir auch noch ins ohr ich muss nur kurz zu atmen kommen atmen kannst du wenn du im bett liegst ich will liegestütze sehen und wenn du mir widersprichst setze ich noch 30 klimmzüge drauf ich sehe keuchen zu chrisales herüber diese macht munter weiter liegestütze und wirkt kein bisschen aus der puste 49 50 gut gemacht kadett ab in die koje mit dir wir sehen uns morgen früh um 0500 zum appell 05 was um 5 uhr älter morgens natürlich morgens ich sehe zu luna herüber die gerade ächzend auf dem boden zusammen kracht als ich endlich meinen 50 liegestütz hinter mich bringe entlässt mich spitfire endlich ins bett und ich lasse mich schweiß gebadet aufs bett fallen das letzte was ich höre bevor ich einschlafe sind spitfires drohungen luna mithilfe einer gardienstange zu einer stockpuppe um zu funktionieren wenn sie nicht wenigstens 5 liegestütze hinbekommt und während ich grinsend einschlafe freue ich mich dass für luna jetzt endlich auch mal ein anderer wind weht so langsam kommt mir unsere vergangenheit unser zu hause und ich sehe wie es brennt ich sehe wie flammende hausruinen einstürzen und die toten und verletzten davongetragen werden die noch nicht infiziert worden sind doch auch für die kommt jede hilfe zu spät es geschah urplötzlich ich habe vergessen dem kalender genug beachtung zu schenken und ehe ich mich versah war es soweit oktober wir hätten es wissen müssen wir hätten reagieren müssen wir hätten uns vorbereiten müssen doch jetzt es ist zu spät luna reißt mich aus meinen verzweifelten tagträumen was wir müssen gehen sie werden bald hier sein chrysalis blickt in tränen auf unsere heimat die endgültig in flammen und dem gegrülle und geschrei der infizierten untergeht ja murmle ich wie in einem traum und wende mich ab die flammen die bereits zum himmel ragen tauchen die wolken in orangenes loderndes licht wir sollten uns beeilen dann lädt spitfire ihre schrotflinte nach wir durchstreifen eine karge triste landschaft als sich die epidemie ausgebreitet hat ging die natur ebenfalls zugrunde überall liegen plastikbecher und leichenteile dazwischen die reste von brezeln die hölle ja scheinbar wurde ganz münchen überrannt und ich dachte die größeren städte wären verschont geblieben spitfire suchte in den trümmern nach überlebenden nein sie wurden genauso in grunden und boden gewalzt wie wir grisades hält auch schon nach infizierten ich weiß dass du traurig bist derpy legt mir tröstend ihren huf um die schulter das heißt sie versucht es stattdessen haut sie mir ins gesicht beim zweiten anlauf klappt es dann danke derpy ich tätschle ihr dankbar den huf wir haben glück dass wir alle überlebt haben dita schultert das maschinengewehr seite an seite durchkämmen wir münchen immer auf der suche nach überlebenden doch die infizierten haben bereits alles eingenommen der schrecken steht uns ins gesicht geschrieben als wir den ort entdecken an dem alles geschah das festzelt ist ruiniert das heißt noch ruinierter als es kurz nach seiner Aufstellung war überall liegen mittlerweile diese beschissenen pappbecher und leere bierkrüge es stinkt bestialisch nach bier und schweiß der gestank der infizierten plötzlich wird mir klar dass wir in eine falle geraten sind ich öffne den mund zu einem schrei doch es ist zu spät aus dem zelt stürmen mehrere dutzend infizierte erkennbar in ihrem fetten aufgequollenen körpern und dem betrunkenen gang mir läuft ein schauer über den rücken als ich daran denke dass diese wesen einst menschen waren menschen wie du und ich menschen mit träumen Hoffnungen und zielen doch all dies war vorbei als man sie in dieses widerliche zelt geschleppt hat man hat sie gewaltsam umgepolt sie zu monstern gemacht zu bierabhängigen weißwurst fressenden monstern die nichts mehr mit den wundervollen aufrichtigen menschen gemeint hatten die sie davor einmal waren man hat sie in trachten gesteckt die sie als billige parodien ihrer selbst abstempeln und an ihren schweren leblosen gang kann man erkennen dass diese armen kreaturen keinerlei sinn mehr in ihrem leben sehen außerdem einen mehr bier ein letzter schrei ertönt als ich sehe wie sie derpy einkreisen und sich auf das arme pony stürzen dita kommt ihr zu hilfe doch auch er wird von den ungeheuren massen an infizierten erdrückt und verschwindet aus dem Sichtfeld schreiend bahnen wir uns einen weg durch die verwüstung ehe es passiert ich stolpere ich stürze zu boden und greife verzweifelt nach lunas ausgestreckten huf als ich die fettige wurstige hand eines infizierten an meinem nacken spüre der gestank einer fett verschmierten lederhose dringt in meine nase und ich schreie ein letztes mal auf ehe sie mich auf das festzelt zuziehen um mich mit bier zu kommst du jetzt endlich schreit luna aus dem zelt heraus ich erwache aus meinem tagtraum und sehe mich um die übliche oktoberfest stimmung spitfire macht luna rund und prügelt sie im dreieck herum wann immer sie eine bratwurst auch nur schief ansieht chrysalis füllt das festzelt ab während sie dabei versucht andere für ihre neu geführte changeling partei zu gewinnen während derpy und ihr kriegt mich da nicht rein und während ich mir meinen weg durch das festgelände bahne tätschle ich die pistole in meinem rucksack sollen sie es doch nur versuchen diese widerlichen infizierten ich bin jedenfalls vorbereitet kapitel 37 spontanes studium ich erwache mit brummenden schädel um mich herum liegen leere bier flaschen neben mir ein halbleerer pizzakarton und auf mir grummelnd und knurrend krabbel ich mich auf und stolper mit chrysalis die ein lautes krummeln von sich gibt und mir ein paar wüste beschimpfungen zubrummt ich stolpere schwankend aus dem zimmer heraus auf den flur wo mir spitfire begegnet aus irgendeinem grund trägt sie einen schwarzen trainingsanzug in dem sie aussieht wie ein ninja auch dir einen guten morgen dann holt sie ein klemmbrett hervor was ist das ein klemmbrett ihr habt euch gestern auf der party voll laufen lassen wie ein tank kappenbomber und euch offensichtlich in eurem suff für ein design studium angemeldet was wir alle nein nur du luna und chrysalis großer gott und nachdem ich immer noch euer personal trainer bin eigentlich bist du lunas personal trainer und nachdem ich immer noch euer auch weiterhin zu begleiten aber du sagtest doch nur wir drei hätten uns für das studium angemeldet richtig dann grinst spitfire gemein das heißt du oh nein oh doch ich werde mich um den sportunterricht kümmern hat sich denn keiner gewundert dass du ein pony bist hat sich jemals einer gewundert dass wir ponys sind auch wieder wahr ihr habt die ersten fünf unterrichtsstunden verpasst ihr meldet euch also am besten im sekretariat die anderen schlafen doch alle noch das haben wir gleich dann stößt sie mich beiseite ehe sie ins zimmer stampft eine weile lang herst stille dann dringt plötzlich lautes gebrüll aus dem zimmer dicht gefolgt von luna und chrisalis die panisch durch die tür galoppiert kommen guten morgen murmel ich als die beiden an mir vorbeiziehen los bewegt dich der direkx will uns sehen brüllt mir luna über die schulter zu schweigen zucke ich mit den schultern und laufe den beiden hinterher der direktor blickt uns kritisch über den rand seiner lesebrille an und runzelt mit der stirn nun sie drei sie haben den ersten schultag versagt ich würde sie ja eigentlich darum bitten das mit die zu gesicht bekommen ja sorry deswegen luna grinst der direktor schweigt eine weile dann seufzt er nun gut begeben sie sich bitte in zimmer v3 zimmer v3 den gang herab dann links dann die siebte tür rechts okay ach einen moment bitte junger man ja sie wirken ein wenig eigenartig stimmt etwas mit ihrem gesicht nicht ich sehe verwirrt von luna zu chrysalis herüber dann deute ich auf mich sie meinen wirklich mich ja irgendwas stimmt mit ihm nicht vielleicht liegt es an meiner frisur wahrscheinlich dann winkt er uns heraus schönen tag noch und seien sie das nächste mal pünktlich und während ich nach draußen gehe sehe ich eine blauen alikon prinzessin und der schwarzen changing könige nach und frage mich ob die ganze welt langsam verblödet wahrscheinlich entweder das oder die intoleranz ist endgültig besiegt kapitel 38 unser kleines special hey und damit reißt mich luna um ein uhr nachts wohlbemerkt aus meinem wohlverdienten schlaf schlaf lass lass mich weiter schlafen man hey was denn ich werfe mein kissen nach ihr damit sie endlich ruhe gibt ein fataler fehler denn jetzt habe ich nichts mehr was ich nach werfen könnte stell dir vor heute vor genau sieben monaten bin ich bei dir eingezogen mein blaues alicorn grinst was sieben monate ist das schon her unglaublich nicht wahr ist das nicht der völlige wahnsinn nein ist es nicht seit sieben monaten quälst du mich jetzt schon wann ziehst du endlich aus du grenzt die nervensäge luna sieht mich entsetzt an und ihre augen weiten sich gekränkt aber ich dachte du magst mich stammelt sie während ihre unterlippe zu zittern beginnt großer gott wie kommst du denn ich dachte nach all dem was sie miteinander durch gemacht meinst nach all dem was ich dank dir durch machen musste sie mich an ich bin pleite völlig verkatert leide unter heftigem schlafmangel und das aller schlimmste ist ich bin student luna starrt mich immer noch an als hätte ich ihr eben eigenhändig das herz herausgerissen nach all der langen zeit hasst du mich immer noch nein ich hasse dich sogar noch mehr plötzlich landet das kissen das ich eben nach ihr geworfen hatte direkt in meinem gesicht offenbar ist meine gekränkte mitbewohnerin wesentlich zielgenauer als ich du Mist kerl dann springt sie vom bett herab wobei sie beinahe auf grisales tritt die neben dem bett auf ein paar decken schläft ich dachte du magst mich ich dachte wir wären freunde teufel nein ich hasse dich schutziger arschgaul du selbst verliebte pissnecke und während wir uns gegenseitig beleidigungen zubrüllen stags chrysalis an uns vorbei und verlässt gern das zimmer vermutlich um einen gemütlicheren schlafplatz zu suchen oder weil sie hunger bekommen hat und sich an unserem zimmernachbarn schadlos halten will keine ahnung mittlerweile ist luna wieder an der reihe und funkelt mich hälfte weißt du was wenn ich dir so unglaublich auf die nerven falle dann verschwinde ich eben wieder einfach aus deinem leben du du ach wach es auch immer schreit luna und knallt die türe hinter sich zu ich sehe ihr nach wie sie trotzig in die nacht heraus galoppiert mein wütendes blaues alicorn und während ich luna nachsehe rinnt eine träne über meine wange herab ich will nicht dass sie geht ich sehe vor meinem laptop auf und schaue zu luna herüber die neben mir liegt und den text kritisch durchliest und was sagst du ich finde es klasse das bringt richtig pep in die story wenn wir uns zerstreiten findet ihr nicht dass es irgendwie falsch ist den lesern eine so glatte lüge aufzutischen fragt chrisales vom sofa ja ihr beleidigt euch ständig aber ach komm die geschichte läuft seit sieben monaten ich finde wir brauchen einen richtigen knaller und wir können ja schlecht irgendeinen total versauten klopp porno einbauen wer will das bitte sehen also müssen wir uns eben zerstreiten und wieder versöhnen chrisales widmet sich wieder der vorbereitung ihrer klausuren und ignoriert uns ich fand das mit dem klopp porno immer noch die bessere idee teufel nein du gönnst mir aber auch echt keinen spaß hier ich gönn dir keinen spaß zum teufel ich bin es doch der sich von dir auf jede party mitschleifen lässt wo ich doch eigentlich genug zu lernen habe lügen alles lügen du bist mit mir schon seit wochen auf keine party mehr gegangen und was war das gestern das zählt nicht das war eine studenten party und das weißt du auch du nymphomanische lasagne zutat du du herzloser rassisten arsch ich habe dir doch gesagt dass ich dem karl im bus nicht deswegen schwarzfahrer genannt habe völlig egal du hast deine gefühle verletzt aber er ist doch schwarz gefahren du dämliche alkohol schwalbe du faschistischer vorgarten zwerg du hirnamputierter esel hinten wir werfen uns so lange beleidigungen zu bis chrysalis uns schließlich mit einem kräftigen huftritt beide aus dem zimmer befördert wir streiten noch ungefähr bis sechs uhr abends dann versuchen wir wieder ins zimmer zu gelangen aber leider hat chrysalis abgeschlossen und den schlüssel geschluckt aber das war bestimmt keine Absicht von ihr und spätestens wenn sie merkt dass wir immer noch draußen sind wird sie die Tür aufmachen ganz bestimmt und während ich eng an Luna gekuschelt an der Tür kampiere denke ich mir wie froh ich doch und wir warten wir sitzen im Klassenzimmer und warten das an sich ist nichts ungewöhnliches jeder hier wartet und zwar darauf dass der Dozent vor uns endlich Ruhe gibt und uns in die gottverdammte Mittagspause entlässt aber bei uns ist es etwas anderes wir sitzen im Klassenzimmer und warten darauf dass endlich die vierte Staffel von My Little Pony Friendship is Magic anläuft und langsam wird die Spannung unerträglich noch drei Tage ich starre auf die Tafel kann mich kaum auf den Unterricht konzentrieren die Partialmodelle der Werbung ziehen an mir vorbei ohne dass ich sie wirklich begreife nun kommen wir zum nächsten Partialmodell der kognitiven Dissonanz doziert unser geschätzter Dozent bei der kognitiven Dissonanz spielt das Verhalten in der Nachkaufphase eine entscheidende Rolle da der noch zwei Tage 8 Stunden 17 Minuten und 20 Sekunden 19 Sekunden 18 Sekunden 17 16 Und damit beende ich den Unterricht für heute spricht unser lieber Dozent die wohl 8 schönsten Worte des Tages lachend und jodeln springe ich auf und renne aus dem Klassenzimmer als wäre der Leibhaftige hinter mir her Hey Doch Luna stoße ich einfach beiseite Ich kann nicht muss auf die neue Staffel von My Little Pony warten rufe ich ihr noch über die Schulter Das blaue Alicorn purzelt erschrocken gegen einen Spind und reißt diesen noch gleich zu Boden Was geht denn bei dir Junge wir haben noch drei Stunden Fotografie Ich komme schlittern zum stehen und lande gewohnt graziös natürlich auf dem Boden Ach echt dann rapple ich mich keuchend auf Ja nachdem unsere alte Fotografie Lehrerin Nein sprich es bitte nicht aus Hey es war nicht meine Schuld Du hast ihre Kamera manipuliert Das war ein Schäherz Du hast ihr Schießpulver in den Auslöser gepackt Das war ein Unfall Sie wird nie wieder unterrichten können Das nennt man Berufsrisiko Ich gebe auf und folge Luna ins Klassenzimmer Weiß einer von euch wen wir als Vertretung haben Ich muss lächeln als ich sehe wie gut sich Chrissy in der Klasse gemacht hat Besonders der männliche Teil meiner Kommilitonen hat sie völlig ins Herz geschlossen seit sie sich eine menschliche Gestalt gesucht hat Man könnte meinen sie hätte jeden meiner Mitschüler Ich werfe Grisades einen schockierten Blick zu Erzähl mir nicht dass du sämtliche Kerle in der Klasse Hey ich kann nichts dafür Girls just wanna have fun Schon vergessen Soll das etwa heißen Yep Ich bin die Fem Fatale in der Klasse Das ist einfach genial Ich muss keine Hausaufgaben machen Mein Mittagessen wird auch noch von anderen bezahlt Es ist einfach hervorragend Luna und ich starren sie entgeistert an Und was ist aus der Macht besessenen Changeling Königin geworden die ständig Pläne schmiedet um die Menschheit zu unterjochen Wir hätten fast einen Running Gag aus dir machen können Beklagt sich Luna lautstark und misshandelt dabei mehrmals die vierte Wand Ist doch egal Ich bin jetzt Studentin Ich will gerade etwas erwidern als die Tür aufgeht und unsere Vertretung das Klassenzimmer betritt Hello my Friendly Class Welcome to the First Photography Lesson of this year Mir klappt die Kinnlade herunter als ich die Lehrerin erkenne My Name is Photo Finish Trellert unsere Vertretungslehrerin und kritzelt ihren Namen an die Tafel Aber Sie dürfen mich natürlich gerne Miss Finish nennen Das ist nicht wahr Sogar Chrysalis hört auf mit ihrem Gegenüber zu flirten und Start Photo Finish völlig überrascht an Und während uns unsere neue Vertretungslehrerin darüber aufklärt welchen Ursprung das Wort Kamera hat fange ich an nachzudenken Wieso auf die 4. Staffel warten wenn mein Leben mindestens genauso unterhaltsam ist Und sollten in Staffel 4 Photo Finish Luna Chrysalis Spitfire und Derpy fehlen dann entschuldige ich mich hiermit Tut mir Kapitel 40 Aus dem Alltag eines Changelings Um 7 Uhr morgens werde ich vom Klingeln des Weckers geweckt Schlaftrunken wälze ich mich im Bett und stolpere dabei beinahe über Luna die umgeben von leeren Wodka Flaschen am Fuß Ende des Bettes liegt Ich murmle eine Entschuldigung oder so etwas ähnliches und quäle mich wie im Halbschlaf die Leiter des Stockbettes hinauf Doch da wo Chrysalis für gewöhnlich schlafen sollte liegen stattdessen drei mir völlig fremde Kerle Heilige Scheiße Plötzlich geht ein leises Raunen durch die drei während sich Chrysalis neu in der Gestalt einer grünhaarigen jungen Frau unter den Burschen hervorzwängt Was zum Teufel Chrysalis Mit müden Augen sieht sie mich an und gehend ausgiebig Was ist denn Ehe ich zu einer Antwort ansetzen kann er klingt noch ein leises Murmeln und eine andere junge Frau steckt ihren Kopf verschlafen unter Chrissys Decke hervor Mir klappt die Kinnlade herunter Dann streichelt sie ihr die Wange Wie spät ist das kurz nach sieben Was oh Gott ich muss los ruft Chrissys Bettgefährtin und stoppt rasch ihre Jeans ehe sie ihren BH hastig in die Schultasche gestopft aus dem Zimmer hastet Jungs ihr solltet auch langsam gehen ich muss auch zum Unterricht gähnend und murmelnd stampfen die drei beschämt und verkatert aus dem Zimmer und vielen Dank für den schönen Abend macht euch nichts draus das nächste Mal haltet ihr länger durch großer Gott ich starre traumatisiert ins Leere gewöhn dich dran sie klopft mir auf die Schulter ehe sie langsam in ihre schwarze Röhrenjean schlüpft und sich das Black Biles Bribes Shirt überzieht das großer Gott Chrysalis was wie warum Chrysalis lacht nur und klopft mir noch einmal auf die Schulter ehe sie in ihre Boot schlüpft ich bin ein Changeling schon vergessen zwinkern stackt sie an mir vorbei und verschwindet durch die Tür ich bleibe mit offenem Mund im Zimmer stehen greife dann hastig nach meiner Schultasche und sehe noch einmal zu Luna herüber nach kurzer Überlegung entscheide ich mich sie einfach liegen zu lassen wenn sie verkatert ist will ich sie wirklich nicht den ganzen Tag ertragen müssen die ersten vier Stunden sitzen wir teils verkatert teils lustlos im Klassenraum und lauschen unserem Dozenten naja ich lausche dem Dozenten während Chrysalis sich Mühe gibt mit vier Leuten gleichzeitig zu flirten während sie gerade ihrem Nebensitzer hypnotisiert sodass er ihre Hausaufgaben macht nicht dass sie dafür großartig Hypnose brauchen würde und während der bedauernswerte Trottel tatsächlich sämtliche Arbeitsblätter für sie mitnimmt spaziert der Rest aus dem Zimmer um in aller Ruhe die Mittagspause genießen zu schuldigen Brokkoli Zweck entfremdet wieso tust du das was denn wieso reißt du wahllos alles auf was dir unter die Augen kommt ganz einfach endlich begnadigt sie das unschuldige Kohlgemüse ich ernähre mich von Liebe und in dieser kalten entseelten Gesellschaft ist Sex die einzige Art Liebe zu zeigen das ist traurig aber leider wahr Gott das ist furchtbar ist dein ernst teufel nein ich mache es einfach weil ich es verdammt noch mal kann sie lacht und steht auf sie kichert und verpasst mir eine Kopfnuss ehe sie sich zu dem Kerl gegenüber begibt und ihn ohne ein weiteres Wort am Kragen in die Mädchentoilette zieht und während ich hier kopfschüttelnd nachsehe wird mir klar dass ich das nur so widerlich finde weil ich kapitel 41 weihnachtsstimmung ich liege gähnend im bett während luna völlig in das geschehen auf dem bildschirm vertieft ist was zockst du da dead space ah eine weile lang herrscht schweigen dann wirft uns grisalis einen müden blick zu eure unterhaltungen waren auch mal tiefsinniger luna schnaubt nur kurz scheinbar ist ihr das keine antwort wert hast recht wir sollten uns tiefsinniger themen widmen bald ist weihnachten was schenkst du mir das gleiche wie immer du hast mir bislang noch nie was geschenkt und dabei belasse ich es auch gut zu wissen doch das blaue alicorn klackert nur weiter auf dem controller ein wie weihnachtlich hast recht mit einem finsteren blick wirft Luna den controller in die ecke hey wir brauchen mehr weihnachtsst kümmer der controller war teuer wir müssen etwas richtig weihnachtliches machen ganz ehrlich das ding kostet 40 euro etwas romantisches etwas verträumt freundliches wer bezahlt mir den jetzt und ich weiß doch schon genau das richtige als der brand in unserer wohnung endlich gelöscht ist rappel ich mich hustend auf und reiße die fenster auf wieso naja ich dachte ein paar kerzen wären für die atmosphäre gut und wieso musstest du sie mit einem gasbrenner anzünden es tut mir leid und hinter noch voll aufdrehen um alle gleichzeitig anzukriegen ich hab mich entschuldigt okay ich wäre fast gestorben jetzt übertreib mal nicht jetzt wisst ihr warum wir keine specials zu weihnachten machen das endet nie gut kapitel 42 angriff der ocs teil 1 wir sitzen gehend im klassenzimmer eine woche vor den ferien und die stimmung der gesamten klasse schwankt irgendwo zwischen genervt und gespannt bei mir ist die tendenz zu ersteren eindeutig stärker da sich luna an diesem tag ausgerechnet neben mich gesetzt hat und nun schon seit anderthalb stunden damit beschäftigt ist mehr mit ihrem horn in die rippen zu pieksen ich habe mir geschworen beim nächsten piekser werfe ich diese blaue kackbratze aus dem fenster pssst ich ignoriere sie schweigend pssst nein ich ignoriere sie pssst nach wie vor zeige ich keine regung ich bleibe eiskalt hey Gott wie ich von mir selbst beeindruckt bin dass ich das so lange durchhalte jetzt hörke Felix auf mich zu ignorieren blöde hammelfresse du mit einem mal herrscht im hörsaal totale stille alle starren nur auf mich und luna sogar unser dozent hat seine rede unterbrochen und starrt uns ungläubig an stimmt etwas nicht junges fräulein ja ich fühle mich von meinem sitznachbarn belästigt was du falscher schlange du ich starre luna bitterböse an junger herr wieso wechseln sie nicht den sitzplatz und verraten mir hierbei wie das alltagsverhalten der konsumenten die marktwirtschaft beeinflusst wie das was was wem was wo macht unser dozent sieht mich nur mit einer tadelnden mischung aus enttäuschung und vorwurf an ehe er wieder weiter doziert was auch immer das heißen mag ich werfe luna einen hasserfüllten blick zu und schwöre nur stumm blutige blutige rache nach dem unterricht haben wir uns in der küche des studenten wohnheims versammelt und mit wir meine ich luna spitfire chrysalis derpy dieter und mich derpy und dieter haben sich schon ewig nicht mehr bei uns blicken lassen ursprünglich dachten wir dass es daran liegt dass wir keinen kühlschrank mehr haben den sie leer futtern könnten wie sich herausstellt lag es daran dass sie einige zeitlang in untersuchungshaft verbracht haben wie mir dieter nun berichtet wegen dringendem tatverdacht eines attentats naja da war diese menschenmenge und ich wollte sehen was es da so spannendes gibt dabei habe ich mitten im flug die kontrolle verloren und bin auf die bühne gebrettert und dabei habe ich ist wohl irgendwas schief gelaufen tut uns wahnsinnig leid dass wir euch nie besucht haben ist schon okay wir haben eine menge interessanter mitbewohner kennengelernt das sehe ich doch ehe einer von uns etwas erwidern könnte geschieht es ein knall ertönt und eine unmenge an rauch füllt die küche husten und keuchend mache ich mich auf der suche nach einem fenster um es aufzureißen als ich derpy stimme von der anderen seite des raumes höre gleich darauf ertönt das leise dröhnen der dunst abzug schaube derpy schätzchen du kannst mir später danken na ist doch schon tausend prozent besser hey oh entschuldige ich dachte du wärst die da was ist mit mir nichts nichts alles okay langsam zieht der rauch ab und ich kann den raum wieder erkennen genauso wie das grau schwarze pony es auf dem tisch liegt und sich verwirrt umsieht und wer zur hölle bist du der fremde vier hufer schreckt auf mein name ich bin kerfusel und ich bin gekommen um möglichst viele pony dame kennenzulernen und nicht in ein geschippt zu werden oh nein ich packe das graue pelzding und schmeiße es aus dem fenster keine uc's in meiner geschichte brülle ich ihm hinterher da wir im vierten stock sind hat er noch einige zeit sich ausgiebig mit meiner aussage auseinander zu setzen ehe er auf dem asphalt aufknallt und was zum teufel war das ich habe keine ahnung und ich will es auch nicht wissen knurre ich und stampfe an der kleinen gruppe vorbei ins Wohnzimmer wo ich die Rollläden herunter lasse und mich unter der Bettdecke verkrieche natürlich ist mir klar dass das hier erst der Anfang von etwas noch viel grauenvollerem und furchtbarerem ist aber im Moment interessiert mich das nur wenig ich habe einen ausgeprägten Hass auf OC's dieses pubertäre Shipping ist einfach nur nervtötend Kapitel 43 Angriff der OC's Teil 2 Kaum dass krachen aus dem Schlaf ich springe auf stürze zur Tür und reiße sie auf draußen ist die Hölle auf Erden ausgebrochen der Himmel hat sich in einem dämonischen rot verfärbt und das Wohnheim sieht aus wie eine Ruine eingerissene Wände zerbrochene Fenster zertrümmerte Möbel und dann sehe ich es die Apokalypse in der Ferne bahnt sich eine ganze Horde von Ponys Tau auf mich zu was die Figuren die sich irgendwelche Fans ausgedacht haben los renn wir müssen raus hier und während die ganzen von Fans erdachten Ponys die Türen einrennen und das Gebäude stürmen auf der Suche nach Fluttershy und Rainbow Dash sprinten wir mit letzter Kraft hinaus auf die Straße verzieht euch hier gibt es keine Waifus was denn Waifus fiktive Figuren die von Fans geheiratet werden total durchgeknallt das kann zu laut sagen Luna was zum Teufel geht hier vor das würde ich auch gerne wissen ich blicke Luna fragend an ich erkläre es euch nachher jetzt müssen wir aber dringend weg hier ruft das blaue Alicorn und sprintet durch die aufgeborsteten Straßen stets gegen die Horden von UCs ankämpfend als wir endlich in Sicherheit sind falle großer Gott was ist hier bloß geschehen Luna blickt mich traurig an es es wird Zeit euch die ganze Wahrheit zu erzählen wir sind nicht zufällig durch ein Portal in eure Welt gestolpert wir wir sind aus Equestria geflohen was in Equestria sieht es mittlerweile noch schlimmer aus als hier es es begann alles damit dass sich irgendwelche Fans eigene Charaktere sogenannte OCs ausgedacht haben und diese dann nach Equestria geschickt haben wir schweigen betroffen und hören Luna aufmerksam zu langsam wird mir jedoch klar was passiert ist es wurde furchtbar zuerst fanden wir es noch lustig aber dann tauchten immer mehr Fan Charaktere auf und wir wussten nicht mehr wohin damit und noch schlimmer einige unserer Freunde und Bekannte hatten angefangen sich zu verändern Rainbow Dash begann damit in der Wetterfabrik junge Pegasys an irgendwelche Regenbogenmaschinen zu verfüttern woraufhin sie dann von Pinkie Pie grausam ermordet und zu Cupcakes verarbeitet wurde es wurde immer schlimmer und langsam verloren wir die Kontrolle meine Schwester gab ihr Bestes aber ohne die Elemente der Harmonie hatten wir keine Chance und nun wird mir alles klar die Fan Community genau Equestria wurde zur Hölle doch damit nicht genug nachdem wir endlich entkommen waren haben sich die OCs entschlossen uns weiter zu verfolgen und deshalb seid ihr hier was ist mit den anderen passiert ich weiß es nicht und wir haben auch überhaupt keine Zeit uns darüber die Köpfe zu zerbrechen wir müssen etwas unternehmen oder die Fan Charaktere werden uns über den Haufen rennen ich ich will nicht mit einem Durchschnittshengst geschippt werden kaum dass Luna ihren Satz beendet hat geschieht es die von uns vernagelte Haustür biegt sich unter den Hufen von mehreren Dutzend OCs die im wilden Verlangen mit Luna befreundet zu sein anfangen Tür mit einem lauten krachen auf und bewaffnete Soldaten stürmen das Gebäude über lebende ruft einer der Soldaten und senkt sein Sturmgewehr los die Kanzlerin möchte mit euch reden macht schon die Kanzlerin los jetzt ruft der Soldat und stürmt nach draußen unter Feuerschutz des Militärs sprinten wir den Rettern hinterher die uns hektisch in ein dick gepanzertes Militär Fahrzeug verfrachten wohin bringt ihr uns ich will geradezu eine Antwort ansetzen als unsere Lebensretter schweigend zu einer dick gebauten Stahltür gehen und den Kopf hindurch stecken nach einem kurzen unverständlichen Getuschel sieht uns der Soldat kurz an und winkt uns zu sich mit einem flauen Gefühl im Magen treten wir durch die Tür mir bleibt verschreckt der Atem stehen als ich erkenne um wen es sich bei unserem unbekannten Wohltäter handelt Schwester Luna ruft Celestia und umarmt ihr kleine Schwesterchen rasch ich bin froh dass es dir gut geht was geht hier vor nun lass mich bitte erklären unsere Welt steht am Rande der Vernichtung und euch droht genau dasselbe wir müssen dringend einen Weg finden dieses Unheil abzuwenden wie bist du Kanzlerin geworden Derpy ist in den Bundestag gekracht und hat dabei eine Gasexplosion verursacht die sämtliche Führungsmitglieder ums Leben gebracht hat Derpy wird rot ich da ist wohl irgendwas schief gelaufen nun ein neues Führungsmitglied musste her und da ich bereits seit einiger Zeit im Bundestag angestellt war war ich wohl die nächstbeste Wahl es ist wirklich gewöhnungsbedürftig das kann ich dir sagen was können wir tun um die Welt zu retten Celestia senkt nachdenklich den Kopf es gibt eine Möglichkeit ja wenn die Leute wüssten wie unerträglich es sein kann mit einem Pony zusammen zu leben würden sie schlagartig aufhören sich ständig in unsere Welt drängen zu wollen mit einem Grinsen sehe ich zu Luna wo sie recht hat hat sie recht hey ok also was tun wir wir aufzeichnungen über eure Kapriolen eingeführt lächelt Celestia momentan ist unsere PR-Abteilung damit beschäftigt die Textdateien weltweit publik zu machen es ist nur noch eine Frage der Zeit bis ganze Equestria wieder ein ein liebenswerter Ort sein wird nur wenige Tage später kehrt nach und nach Ruhe ein die OCs verschwanden und die die blieben waren entweder wirklich keine Klopper oder zumindest Analphabeten ich sitze lächelnd in meinem Studentenzimmer und sehe hinaus in den klaren blauen Himmel hey Luna tritt von hinten an mich heran es wird Zeit für mich wieder nach Hause zu gehen was Equestria ist wieder sicher und eine muss ja dafür sorgen dass der Mond am Himmel bleibt lächelt mein blaues Alicorn traurig aber Luna ich blinzle mir die Tränen weg ich werde dich vermissen einige Zeit lang herrscht schweigen zwischen uns ehe ich schluchzend die Arme um mein blaues Alicorn schlinge und ihr weint einen Kuss auf die Wange drücke und während wir uns weinend in den Armen halten schwöre ich mir Luna und meine Zeit mit ihr niemals zu vergessen Epilog Mit diesen Worten klappe ich den Laptop zu und lehne mich in meinen Schreibtisch zurück Nun wie findest du es frage ich über die Schulter Furchtbar das Ende war total aus der Luft gegriffen und unrealistisch sinnlos und absolut geschmacklos Dann steht sie vom Bett auf Ja Ewig konnte die Geschichte ja nicht weiter gehen Tja ja ja da hast du recht und ich bin auch gott froh dass es vorbei ist knurrt mein blaues Alicorn und schnappt sich seinen Rucksack Ich werde die Geschichte vermissen all die genialen Leser die vielen Reviews die vielen Leute die wir dank der Geschichte gefunden haben Jetzt bewegt dich mal wir müssen zum Unterricht Dann schiebt sie mich mit dem Kopf durch die Tür Als die Tür hinter mir in Schloss fällt dreht sich Luna zu dem Laptop um klappt ihn wieder auf und klackert mit ihren Hufen auf den Tasten und ich dachte schon der verschwindet nie wird höchste Zeit dass wir die Geschichte erzählen wie sie wirklich ablief bis bis Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020